und du redest über das alte testament kein wunder dass du nicht zur diskussion kommst weil du weißt dass du weggebrettert wirst mann du kannst nur den hier machen sowas kannst du machen das kannst du mal kann jeder machen dann musst du antreten musst du antreten so ein blödsinn kann das nur aber ein geistiges duell hat keine nicht das nennt man so bauernfall hat jetzt ein paar jahre boxen gemacht ist der jetzt der härteste der welt der typ für mich unvorstellbar immer im irrenhaus gelandet mit den leuten ja das ist das wenn man so ein piervogel dann zuhört und dann auf einmal zu leuten geht die ahnung haben auch von seinen schriften sind natürlich schockiert und denken was ist das denn bitte du gehst zum alten testament machst es an aber hast noch schlimmere sachen in deinen eigenen schriften sag mal schämst du dich nicht du willst also das unter der hanbalitischen rechtsschule praktizieren piervogel dass du dein finger in die vulva von einem du weißt schon da gibt es keine strafe für dich piervogel unglaublich ja wir iraner haben den seine religion gegeben kennt ihr das zeugnis von piervogel als ein iraner ein schiiter hat den koran gegeben ein schier hat ihm den koran gegeben hat den aufgeklärt über den islam hat seine religion von einem buchadi der auch ein iraner ist haba die ein iraner ist ja unsere landsleute und dann will der mir was erzählen die größten gelehrten waren alles verser unfassbar da musst du antreten das ist das einzige was er gelernt hat der typ da musst du antreten bärnacke weiter im text wir müssen weitermachen keine zeit für diese vier vogel ich merkt euch das almokni band 9 seite 55 drängt ihn in die ecke sagen aber bist du krank oder was du gehst zum alten testament beschwerst dich über den gott der bibel der eine anordnung gibt bezüglich einer ferge und dass der mann nicht machen kann was er will der muss also mit dieser frau zusammenbleiben ja und den vater auch entschädigen weil er ihre jugendfreudigkeit genommen hat und diese tat begangen hat wie erklärst du das dann unter deiner hanvalidischen rechts auffassung dass wenn eine frau das haus verlässt und sie vergehen dann kriegt nicht der typ der sie vergehen sondern die frau kriegt eine strafe und du beschwerst dich über den gott der bibel ist aber geht es ihnen auch gut oder was unglaublich unbelievable too much camellurin lass mich nicht gleich anfangen kamelurin song für dich zu jetzt hör mal die stimme von dem pastor wie er mohammed wieder gibt so grausam der ist am brennen aber frag nicht wie unglaublich 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 so grausam so grausam so grausam mit was die muslime das spiele mit ihrer seele die für alle ewigkeiten verloren geht das ist so heftig ich komme sofort wieder bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Christen sind das, die moralisch gesehen 10 Millionen mal höher sind und den Herrn Jesus Christus haben. Verstehst du? Er hat das schon vor 600 Jahren, bevor Mohammed kam, hat er schon gesagt, dass wir unsere Blicke senken sollten. Sobald wir eine Frau sehen, sofort weggucken, damit wir nicht in Versuchung geraten. Genau, genau, richtig, richtig. Ja, und da kann man den Unterschied sehen. Der wahrhaftige Gott sagt, ihr begeht schon im Herzehebruch und der andere Gott sagt, ja, du darfst vier Frauen heiraten. Wenn ich mir das sage, Mohammed hat ja selber die Frau angeguckt mit lüsternem Blick. Die Frau von seinem Adoptivsohn. Zeneb, genau, Zeneb. Zeneb, sehr gut, ja genau. Ja, welcher Muslim würde denn eine verheiratete Frau einfach angucken? Die erlauben noch nicht mal ihren Frauen, jemandem, einem anderen Mann die Hand zu geben. Und der Mohammed guckt einfach Frauen mit lüsternem Blick an und spannt sich auch aus. Weißt du, was das für einen Schaden hinterlässt an sein Image? An seine Glaubwürdigkeit? Er muss ja also nicht vertrauenswürdig sein, dieser Mann. Ja, man kann denen wirklich nicht vertrauen. Auch die Sahabas, die mussten ja wirklich mit der Angst leben, dass wenn der Mohammed die Frau angeguckt hat und sie begehrtete, dass sie sich von der Frau scheiden hätten müssen. Ja, genau, so sagt es der malikitische Großgelehrte, der Al-Kurtubi. Aber zur Auslegungssuche 33, Vers 50. Im zehnten Punkt. Wenn die Augen des Propheten auf eine verheiratete Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht eines jeden Muslim, sich scheiden zu lassen, damit er sie in Ruhe punktpumpen kann. Welcher Muslim hier in dieser Welt würde sowas machen, Mann? Ja, aber Ahmet, traurig, also ich kriege das mit, dass manche sogar sagen, ja, ich würde meine Frau geben, ich würde alles von Mohammed geben. Weil sie denken, dass es ein Prophet ist, aber die müssen ja aufwachen, die müssen ja sagen, ein Prophet Gottes, der unsere Frau anguckt und sie auch ausspannt, das ist doch kein Prophet, Mann. Der behauptet, ein Prophet zu sein. Der hat doch schon 13 reguläre Frauen. Was will der denn mit meiner Frau, mit der ich Kinder habe und alles? Hör mal, tickt ihr noch richtig, oder was? Du musst dich von deiner geliebten Ehefrau scheiden lassen, nur weil ein... Das ist geisteskrank, Mann. Das ist geisteskrank, ja. Sie verstehen, sie haben gar keinen Bezug zur Realität mehr. Alles, was Mohammed so sagt, wird auch gar nicht in Frage gestellt. Diese Person darf überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Alles, was er sagt, wird erledigt. Das ist das Wahnsinn. Das ist blinde, blinder Gehorsam. Alleine schon, weil er diese 20 Privilegien hat, ne? Da sieht man, dass das ein Kultleader ist. Nur zu Kultleader haben diese ganzen Möglichkeiten, an sowas ranzukommen. Frauen, Beute, Geld, alles Mögliche. Alles gilt ihm. Traurig, das halt nicht mehr. Also, das ist... Ja, traurig, ne? Okay, mein lieber Gott, segne dich aus der Familie. Ja, danke, Amil. Okay, ciao. Ciao. Ein einziges Desaster, ehrlich, ohne Spaß, Leute. Wenn ich immer wieder darüber nachdenke, auch die Tatsache, dass ein 53-jähriger Mann... Schaut euch neunjährige Kinder an. Schaut euch neunjährige Kinder an. Ob sie jetzt vielleicht ein Stück größer sind oder nicht. Wer würde es übers Herz bringen, ein neunjähriges Kind anzufassen, Mann? Sag mal, sind die wahnsinnig geworden oder was? Stellt euch mal nur vor, wie das wirkt, dass ein 53-jähriger Mann komplett ausgezogen vor einem neunjährigen Kind dort steht. Was meint ihr, wenn ich sowas sehen würde? Würde nicht jemand da reinschlagen und sagen, bist du krank oder was? Gottes Segen an mir. Gottes Segen, mein lieber. Ich hab mal ne Frage. Und zwar wegen der Entrückung. Ich bin mir irgendwie im Moment nicht ganz sicher, ob jetzt die Vorentrückung biblisch ist oder die Nachentrückung. Könntest du mir da vielleicht ein bisschen helfen? Der Herr Jesus Christus wird selbst in den Luftraub kommen, in 1. Zollonische Kapitel 4, Vers 16. Und das wird eine Vorentrückung geben, weil der, der in der Welt ist, muss rausgeschaffen werden. Und das sind wir, die Braut Christi. Wir müssen zuerst beiseite geschaffen werden, damit der Gesetzlose übernehmen kann. So heißt es in der Bibel, auch in 2. Thessalonischer. Es wird also eine Vorentrückung stattfinden. Der Herr Jesus Christus wird seine Heiligen mit sich nehmen, damit der Antichrist das hier alles übernehmen kann. Samt den Muslimen, alles. Die werden dann in die neue Weltordnung reinschlittern. Und die wahre, die wahre Braut Christi wird entrückt werden. Die Heiligen, die der Herr Jesus Christus für heilig erachtet. Ja, danke sehr. Auf jeden Fall. Und es wird ja auf jeden Fall bald passieren, weil das kündigt sich ja jetzt schon an. In Schweden wurde ja jetzt schon das Bargeld abgeschafft. In Schweden gibt es, die bezahlen nicht mehr mit Bargeld. Das ist für die ein No-Go. Das ist, habt ihr gesehen, als Corona eingeführt wurde, welches Land diente als Pilotprojekt zu sehen, ob die Menschen, so nach dem Motto, ihre Freiheiten trotzdem genießen konnten. Schweden war der Vorreiter schon wieder. Schweden wurde getestet, ob die Menschen jetzt bereit sind, diese ganze Digitalisierung weiterhin fortschreiten zu lassen. Und so, ja, sie haben es alles getan. Die waren die Einzigen, die das Bargeld abgeschafft haben und jetzt nur noch digital bezahlen. Sie sind immer der Vorreiter. Anhand Schweden kann man immer testen und dann wird das flächendeckend überall eingeführt. Wahnsinn. Ein Land dient immer zum Zwecke des Tests. Ja, und in Deutschland würde jetzt auch schon zum Beispiel, die machen das jetzt so ganz langsam. Als erstes haben die so Kassen gemacht, wo man halt nur mit Karte bezahlen kann. Dann wird irgendwann Kassen abgeschafft werden. Dann kann man nur noch mit Karte bezahlen und dann wird irgendwann ganz langsam dieser Chip eingeführt werden. Dann wird das sozusagen so als nicest Feature so eingeführt werden. Sozusagen, ja, ist nice, wenn ihr das nehmt, aber ist auch okay, wenn ihr es nicht nehmt. Und dann irgendwas wird genauso wie mit der Corona-Impfung gemacht werden. Die werden das so ganz langsam fortschreiten lassen und die Menschen so dran gewöhnen. Was ihr euch mal vorstellt, ihr Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, wo wir angekommen sind, wie low-class-level die breite Masse ist. Die lassen sich für eine Bratwurst weg, Herrmann, Mann. Das müsst ihr euch mal geben. Bratwurst, Döner, irgendwie so Kleinigkeiten und sich ein Mittel rein zu geben, initiieren, das überhaupt gar nicht getestet wurde. Ja, absolut. Wo sind wir gelandet, Mann? Ja, und die wissen ja nicht mal vor allem, was sie da gespritzt bekommen. Das ist das, ja. Es gibt ja keine validierten Studien zur damaligen Zeit. Auch jetzt nicht. Du brauchst für einen Impfstoff mindestens 10 bis 15 Jahre, damit du sehen kannst, okay, wir haben jetzt 10 bis 15 Jahre geschaut, wie das wirkt, wie die Probanden, an denen wir das ausprobiert haben, was dort, sagen wir mal schnell, wie das vollzogen, also was sie dort gehabt haben, mit Krankheiten, ohne Krankheiten, das muss ja alles getestet werden, mit Allergien, ohne Allergien. Da kannst du nicht in 40 Tagen sowas machen und das an Mäusen. Die Studien wurden an Mäusen gemacht, einen Monat und dann los geht's. Einfach Millionen von Menschen sich ranzöschen. Ja, sie wollen halt die Weltbevölkerung reduzieren. Das ist deren größtes Ziel. Die wollen 15, wenn ich, sogar 3 Viertel Prozent der Weltbevölkerung reduzieren, dass am Ende so nur noch 3 bis 4 Milliarden übrig bleiben. Und, ja, ihr wurdet alle getäuscht von der Elite, von Rothschild, von... Nicht nur das, nicht nur das, sie wollten auch sehen, sie wollten aber auch sehen, wie bereit ist der Mensch zu gehen für seine Freiheit. Hast du gesehen, was die alles getan haben für ihre Freiheit? Ja, die haben sich 4 Booster-Impfungen reingeballert und alles Mögliche. Das ist absolut krank. Das ist krass, ne? Wozu der Mensch fähig ist. Nimm ihm nur kurz deine Freiheit und sag ihm, ich gebe dir deine Freiheit wieder, wenn du das machst. Alle rennen sie los und machen es. Helf' dich, ne? Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest, wie der Satan. Helf' dich, ne? Und, ähm, ich verstehe auch noch immer nicht, wie Leute an den Islam glauben können, weil es gibt ja diesen einen Hadith, wo steht, dass Mohammed irgendwie für zwei bis drei Tage nicht, äh, Nächte nicht gebetet hat. Da kam die Frau von Abu Lahab und hat gesagt, oh Mohammed, ich hab dich für zwei bis drei Nächte nicht mit deinem Satan gesehen. Das ist absolut krank. Sehr gut, sehr gut, ja. Und das habe ich auch in meinem Live gezeigt, gestern oder vorgestern. Und, ähm, die Muslime, die gehen da gar nicht richtig drauf ein. Das habe ich auch noch mal... Ja, da steht ja, dein Satan hat dich verlassen, ne? Also, Satan war immer bei ihm, bei Mohammed. Ja, absolut krank, ehrlich. Und dann habe ich noch gestern einen Muslim gefragt, würdest du, äh, würdest du deine kleine Tochter zu Mohammed geben und, äh, sie heiraten, da hat er gesagt, ja, würde ich. Heftig, ja. Sie ist die Mut, so was, die bereit sind. Ja, absolut krank. Aber das sage ich dir jetzt nur so, aber sie wollen den Mohammed ja nicht verunglimpfen. Wenn es aber darauf ankommt, dass ein 53-jähriger Mann zu ihnen kommt und sagt, gib mir mal deine Tochter, die glauben, sie würden es nicht übers Herz bringen. Ja, und, äh, der hat, äh, ja, und wo ich letztens, auch live habe, habe ich, äh, wegen Aisha mit Leuten diskutiert, ne? Und, äh, die haben dann gesagt, ja, aber in Saudi-Arabien da ist Sonne und da sind die Kinder, so, äh, wachsen die Kinder schnell. Dann habe ich gesagt, ja, sind die so, sind die so Pflanzen, Kinder sind so Pflanzen, die so durch die Sonne schneller wachsen oder was? Das ist absolut krank, was die Muslime da verteidigen. Eine 9-Jährige bleibt eine 9-Jährige. Eine 9-Jährige bleibt eine 9-Jährige, ob sie in Saudi-Arabien ist oder in Bhuktu oder was weiß ich, in Bangkok oder eine 9-Jährige ist immer eine 9-Jährige. Mhm, absolut. Einfach so eine billige Ausrede, um zu versuchen, das Ganze irgendwie zu erklären, ja. Ja, was glaubt der Hadith, warte mal, ich habe das, ähm, gespeichert, kennst du die Quelle an mir? Von diesem, von diesem Hadith? Ja, mit der Heiratung, Aisha. Nein, ich meine, äh, von diesem, äh, O-Mohamed, ich dachte, dein Satan hat dich verlassen. Lass mir nicht. Dein Satan hat dich verlassen. Du musst einfach nur eingeben, äh, dein Satan hat dich verlassen. Ja. Einfach bei sunnah.com in der Suchleiste, dein Satan hat dich verlassen. Ja. dein Satan hat dich verlassen. Dann kommt das schon direkt. Ja, ja, ich habe das auch so gefunden, direkt. Und es ist, im Koran sind so viele Widersprüche zu finden, schon alleine in Surah 7, Vers 54, steht, äh, steht zum Beispiel, dass die Welt in sechs Tagen kreiert wurde und in Surah 41, äh, ab Vers 9 steht, dass sie, äh, in acht Tagen kreiert wurde, die Welt. Und dann sagen die, der Koran ist unverfälscht und hat keine Widersprüche. Absolut krank. Ja. Ja. Ich war sehr gut, sehr gut, dass ich damit aus der Hand ersetze. Ja, seit zwei Jahren oder so jetzt. Und, äh, ja, und ich habe, ich habe vorher auch gedacht, ich habe mich überhaupt nicht mit dem Islam vorher auseinandergesetzt und habe so gedacht, der Islam, äh, ist nur ganz normale Religion und dann setzt man sich eine Minute damit auseinander und merkt, dass es von, von Satan kommt. Ja. Ja, alles klar, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, Gott segne dich auch. Äh, danke, dass ich hier sein dürfte. Ja, gerne. Mach's gut. Mach's gut, tschüss. Hörst du mich? Ja. Hi, wie jetzt? Alles gut? Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Danke. Ich habe eine Frage, ich habe vorher was reingeschrieben, guck mal, wie ein normaler Mensch, ich bin kein Muslim, ich bin kein Christ, ich bin nichts, okay? Ich lese gerade mit dem Koran durch. Ich habe nur gefragt, ganz normal, ähm, wo drinnen steht, äh, dass Jesus Gott ist. Auf einmal, die ganzen Leute fangen an, mich zu beleidigen, was ich gar nicht verstehe. Der eine sagt, für diese Frage wird dich Jesus recht leiten. Aber aus welchem Grund, was kann ich dafür? Ich frage dafür ein normaler Mensch. Und auf einmal tun die mich stumm schalten, ich kann nichts mehr reinschreiben, nichts. Ja, also wenn du wissen willst, wo Jesus Christus selber sagt, dass er Gott ist in Offenbarung 21,7. Okay. Ja. Sonst, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum er bei so einem Verhalten hat. Habe ich was Falsches eingestiegen oder so? Du musst du nachsichtig sein mit den Menschen. Also wenn sie dann, äh, auf einmal so ein bisschen, äh, äh, Ich glaube, die haben alle gedacht, dass ich Muslim bin und haben deswegen Hassan sagt, der eine, ich habe meine Tage, der eine sagt, warum bist du so aggressiv? Aber wenn man so auf mich losgeht, ich check das nicht. Es war nur eine normale Frage. Guck mal, die eine schreibt jetzt, warum kriegt man sowas? Du musst halt nachdenken, ich lese mir das halt durch. Im Koran steht es halt drin, dass Jesus ein Gesandter ist. Die Katholen und Christen sagen halt, dass es der Gott ist. So, dann frage ich mich halt, okay, der eine sagt so, der andere sagt so, was soll ich am Ende davon glauben? Du sollst die Bibel lesen und die Worte des Herrn Jesus Christus verinnern nicht. Du musst dir mal vorstellen, der Herr Jesus Christus sagt ja in Johannes 10, ab Vers 10 bis 30, dass er das ewige Leben gibt und niemand wird sie aus seiner Hand reißen. Und du siehst auf einmal im Alten Testament, im 5. Buch Mose, Deuteronomium, Kapitel 32, Vers 39, dass Gott derjenige ist, der Leben gibt und Leben nimmt. Verstehst du? Also zu was macht sich dann Jesus Christus? Da gab es, da gab es, glaube ich, nochmal irgendwie so eine Verse, ich weiß nicht, da hieß irgendwie, dass Jesus mit dem Angesicht auf Boden fiel und betete. Was hat das damit zu tun? Ich habe mich da noch nicht so gut auseinandergesetzt. Jesus ging ein paar Schritte weiter, fiel zu Boden und betete zu seinem Vater, weil diese Beziehung, die Kommunikation, die innerhalb dieser Trinität immer schon da war, aufrechterhalten werden musste. Aber der Jesus Christus hat ja nicht gebetet für seine Schuldvergebung oder sowas. Nein, der kommuniziert also mit dem Vater, so wie der Vater mit dem Sohn kommuniziert in Johannes 17, 5. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also du siehst, dass der Vater den Sohn verherrlicht. Verherrlichten ist ja nichts anderes als anbeten. Wenn wir Gott verherrlichen, dann beten wir ihn an, preisen ihn, loben ihn, singen für ihn. Richtig? Ja. Und es steht im Poran drinnen, dass Jesus nicht gekreuzigt worden ist, aber in der Bibel wurde er gekreuzigt und deshalb von so Sünden gestorben angeblich. Was soll man da jetzt wieder glauben? Weil komm, jetzt musst du meine Sicht verstehen, was soll ich glauben? Der letzte Satz, der letzte Satz, den der Herr Jesus Christus ausgerufen hat, war in Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Und der Herr Jesus Christus hat am Kreuz bezahlt. Wir haben außerbiblische Quellen. Nicht nur die Bibel bezeugt das, sondern außerbiblische Quellen, wo die Muslime nicht einfach das wegerklären können. Die Historizität der Kreuzigung und Auferstehung, das ist eine Tatsache, das ist validiert. Da gibt es Brief und Stempel da drauf. Der größte Bibelkritiker unserer Zeit, der Bart Ehrmann, der sagt, der minimale Fakt, dass Jesus Christus auf Anordnung von Pontius Pilatus gekreuzigt worden ist, ist wahr. Das war es. Islam's Geschichte. Aber du musst das meine Sicht verstehen. Und laufend. Ich habe keine Ahnung, weil im Koran steht es so, dann sagt der eine mir das so, der eine sagt es dann wieder so, und dann komme ich auf keinen Entschluss und ich finde, ich habe es umgekehrt. Frage dich einmal selber, ist Gott ein Zauberer, der jemanden ähnliches wie Jesus ans Kreuz schlägt, die ganzen Christen bei der Kreuzigung betrügt, es so aussehen lässt, als würde Jesus da hängen, das gesamte Christentum entsteht und sie dann dafür bestraft, für diese Sache, die er selber getan hat. Schau dir diese Logik an. Ich habe wirklich gesagt, ich kenne mich da noch nicht so getraut, ich habe mich da noch nicht so getraut. Überleg doch mal. Überleg doch mal. Allah ist doch also der größte Betrüger aller Zeiten, schlägt jemand ein ähnliches wie Jesus ans Kreuz, täuscht das gesamte Christentum, lässt das gesamte Christentum entstehen, 600 Jahre lässt er sich Zeit und dann auf einmal sagt, will er die Christen auch noch bestrafen für etwas, was er getan hat. Allah, du hast mich doch sehen lassen, dass Jesus da hängt. Und jetzt willst du mich dafür bestrafen, weil ich dran glaube? Logik des Grauens. Einer schreibt, warum siehst du nicht die Bibel? Ja, ich weiß nicht. Oh, sieh es, anhand meiner Beispiele, wie der Islam auf einmal auf dich wirkt. Aber, natürlich, aber du musst es nachdenken, es wirkt jetzt so auf mich, aber jetzt, wenn ich draußen bin und ich das irgendjemandem erzähle, der Muslim ist, dann wird er mir das und das wieder sagen und das wieder sprechen. Ja, du musst dir ein bisschen ein Repertoire aufbauen, was du dann sagst, wenn er etwas zu dir sagt. Verstehst du? Du musst also ein wenig die Bibel lesen und dabei bleiben. Und erst mal beim wahren Wort Gottes bleiben, nicht bei der Fälschung der Bibel. Der Koran ist ja die Fälschung der Bibel. Viele sagen irgendwie, der Koran sei verfälscht, weil irgendwie 6 Monate nach Christus gekommen ist oder irgendwie sowas. Der Koran ist in jedem Fall falsch. In jedem Fall ist der Koran falsch, weil wenn du behauptest, dass man die Worte Gottes ändern kann, so würde das die Allmacht Gottes ja in Frage stellen, weil Gott würde ja auf sein Wort aufpassen. Das brauchen wir ja gar nicht, an Gott zu glauben, oder? Er ist ja nicht vertrauenswürdig. Ja, weil am Ende, man kann nicht sagen, ich glaube an Gott und einfach zu sterben, das geht nicht, würde ich sagen, in meinen Augen. Bitte was? Ich finde, es ist wichtig, dass man eine Religion hat, weil ich weiß nicht, nur allein an Gott zu glauben wird nicht ausreichen, in den Himmel zu kommen, würde ich mal sagen. Aber die richtige Rede... sagen Gott, wenn es dich gibt, ich kriege von hier und da verwirrende Antworten. Ich möchte von dir wissen, wer bist du? Bist du Jesus Christus? Zeig dich mir. Mach das. Was soll ich denn sagen? Kannst du an einen Gott glauben, der sagt, dass die Erde eine Scheibe ist? Nein. Also, dann musst du den Koran beiseite legen. Suche 79, Vers 30 und suche 88, Vers 20. Es gibt Saphir, die sagen auch zum Beispiel irgendwie, die Mitte vom Koran, das ist ja diese Suche 57, glaube ich, das Eisen. Und dann viele sagen ja auch, dass das Eisen, die Mitte der Erde aus Eisen besteht. Das ist doch gar kein Wunder. Wir wissen doch immer, dass Eisen aus dem Himmel herabkommt. Das ist doch überhaupt gar kein Wunder. Du siehst doch, dass einer der größten Dawa-Propagandisten, der Ali Dawa, vor kurzem ein Video rausgehauen hat, in dem er gesagt hat, lass mich das nochmal wiederholen, weil die Leute den angemacht haben, weil viele Muslime aufgrund der wissenschaftlichen Wunder zum Islam tendieren und sagen, der Islam ist die Wahrheit. Dann sagt er, lass mich das nochmal wiederholen. Die wissenschaftlichen Wunder wurden alle widerlegt. Alle wurden sie widerlegt. Ein Mutten sagt selbe. Gib es zu. Warte, da noch eine Frage. Warte, ich bete für dich, dass Gott dich lernen tut. Ich weiß nicht, manche Leute sind richtig komisch hier in dem Chat drin auf jeden Fall. Die tun so, als würde ich irgendwas dafür können und alles drum und dran für mein Glaube, für meine Religion und alles. Aber du musst halt so noch denken, jeder war doch, die meisten, die meisten sind doch selber unglaublich. Ich dachte, die ist jetzt ein ganzes Wort zu gehen. Hä? Der erste, bis ab, es sucht 79, es steht, dass er die Hörde hat, er darfst nicht von alles verlassen. Damit gibt es das Fremdnis bekommen. Der Leif hängt, warte. Ich hab da sehr hoch. Ich glaube, es hängt kurz an. Okay, mein Lieber, Gott sei Dank, du musst noch was wissen. Warte, es hat gerade gehangen, die ganze Zeit. Es hängt die ganze Zeit. Jetzt, jetzt geht es wieder besser. Da gibt es noch irgendwie, ich kenne das gerade nicht auswendig. Jetzt soll es besser sein, ja. Da gibt es noch irgendwas mit diesem Meer, das irgendwie sich gespaltet hat oder irgendwie mit den zwei verschiedenen Farben. Weißt du, was ich meine? Was? Meer gespaltet hat? Ja, dieses Meer, da gab es ein bestimmtes Meer oder irgendwie sowas. Das Meer gespaltet? Was? Irgendwie, dass es nicht aufeinandertrifft. Ich weiß gerade nicht aus, wenn ich dieses Meer rühre. Ich gucke mir das mal nochmal an. Ja, steht schon in dem Psalm, in Sprüche 8. In Sprüche 8 steht das schon, tausende Jahre vor Mohammed. Okay. Ja, ich sehe, du bist öfters live. Hörst du mich? Ja, ich höre dich schon. Ja. Ich höre dich. Ewigkeit. Ich höre dich wieder ein bisschen schlechter. Auf jeden Fall, ich wollte mich bedanken auf jeden Fall und jetzt mal schauen, ich gucke, ich informiere mich mal ein bisschen mehr und ich sehe dich schon öfters im Live, mal schauen, habe ich da meine Fragen und stell sie dir vielleicht und kannst mir dann weiterhelfen. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Ich merke, du bist ein Vernünftiger mit Moral und Ethik. Du kannst niemals akzeptieren, dass ein 53-jähriger Mann ein 6-jähriges Kind heiratet. Merk dir das? Ja, alles mit der Zeit, würde ich mal sagen. Ich hoffe, Gott ist noch so lieb zu mir. Okay, alles an. Du machst gut. Ich danke dir. Also mach's gut. Ciao, bello. Ciao. Ciao, bello. Ciao. Leute, ihr müsst, egal, ob der jetzt so ist oder so, ihr müsst auch versuchen, wenn jemand zu euch kommt und von euch verlangt, die lebendige Hoffnung, die in euch drin ist, ihm zu erklären und alles mögliche, da muss man da bereit sein. Der Heilige Geist, der in euch ist, stärkt euch ja und ihr werdet auch in alle Wahrheiten geleitet werden, sodass ihr auch dementsprechend antwortet. Ich kenne einige Kandidaten, die reinkommen und dann auf einmal so tun, als wären sie Christen. Aber bei ihm hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Er schien mir so, als würde der von da und da irgendwie belabert werden. Versteht ihr? So hatte ich das Gefühl. Meistens ist mein Gefühl mich nicht im Stich. Er hat also von überall so komische, verwirrende Antworten gehört. Das heißt, wenn er bei uns irgendwas hört, geht er wieder dorthin und fragt danach und dann kriegt er wieder eine Antwort, das ist ihn auch wieder verwirrt. Nein, deswegen habe ich gesagt, liest du einmal selber die Bibel und frag doch mal Gott, wer er ist. Verstehst du? Kein Scheibenwischerwasser mehr. Das ist super. Nichts gut, diese. Wo ist diese Giano? Giano zeigt dich. Giano, gib Ruhe. Okay, ich gebe dir jetzt Ruhe. Guck mal, du kriegst ein Stummschaltpaket. Giano, wie gefällt dir das, diese Ruhe? It's so quiet now. Giano. Und, wie gefällt dir diese Ruhe? Hast du meine Geschwister angewacht? Giano, wie gefällt dir das? So nicht. Gebt Ruhe. Der wurde abgeschoben. Da kriegt ihr direkt euer Stummschaltpaket. Kein Problem. Kommt nur zu Dr. Shera Boamil. Er ist immer in Verteilerlaune. Macht euch keine Sorgen. Ja, an der Gottheit ist ja Jesus Christus ist der Schlüssel der Vergebung. Wenn der Apostel Paul, äh, Apostel Johannes in 1. Johannes 4 sagt, ähm, dass Christus ins Fleisch gekommen ist und diejenigen, die das bekennen, sind aus Gott geboren, haben Gott erkannt auch. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, um zu verstehen, was hier los ist. Christus ins Fleisch heißt nichts anderes, als dass Gott Mensch wurde. Der ist besessen. Nee, ich bin besessen. Nee. Ich habe keine, äh, äh, Halluzinationen wie der, wie der Gründer des Islams, der von einem Juden verhext wurde. So sieht das aus. Ja, die Logik des Grauens mit dem Islam, ne? Ja, Allah lässt also alles zu und täuscht die Menschen, schlägt jemand ähnliches wie Jesus ans Kreuz und wartet und lässt sich 600 Jahre Zeit, damit das gesamte Christentum komplett, äh, abgeschlossen wird, alle daran glauben, die großen Denominationen entstehen und so und dann am Ende bestraft er sie sogar noch für diesen Akt, den er selber getan hat. Ha, ha, was meint ihr, wenn ich vor diesem Gott stehe? Meine Fühe, Schuhe hole ich raus und sage, du bist das Schuld gewesen. Was will denn Allah sagen? Ja, stimmt, Armin, du hast ja recht. Ich war das Schuld und dann bestrafe ich dich für etwas, was ich getan habe. Logik des Grauens. Logik des Grauens. Ja, der Satan versucht die ganze Zeit gute Dinge im Koran zu sagen, aber zwischendurch gibt es immer ein bisschen Gift, ne? Das ist das. Immer ein bisschen Sam. Sam ist ja auf Persisch Gift. Aber ich glaube im Arabischen auch Sam. Ja, die Araber haben uns ja versucht zu arabisieren. die Perser. Aber wir haben ja dagegen gewirkt. Wir haben unsere Sprache noch behalten. Unglaublich. Wir haben uns versucht arabisch aufzuzwingen. Es gibt nur einen Gott, aber er glaubt auf seine Weise. Der Gott ist so ein Zerbett. Ja. Richtig. Das ist der Gott von Abraham. Jakob und Isak. Mach mal die A. Die Konvertierung. Bei wem war das nochmal? Auf welchem Kanal? Aber warte, wir müssen nochmal aburusieren kommen. Das ist heftig. Warte. Und ich habe keine Antwort. Und ich erhielt nochmals an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochglopten? Jesus sagte, ich bin es. Was ich bin es? Ich bin es. Was ich bin es? Er ist es. Und ich bin es. Wo sagt der Messias? Und mit den Wolken des Himmels kommen sie. Okay, wo habt ihr gesagt, ich bin es hier? Unfassbar, der Typ. So unfassbar, wie dir auseinandergenommen wurde. Wo habt ihr gesagt, ich bin es hier? Mein Leben. Mein Leben. Wo habt ihr gesagt, ich bin, was ihr mein Leben ist? Wo habt ihr gesagt, bist du, mein Leben? Du bist ein Mensch. Der Hochpriester sagt, wo hat ihr gesagt? Der Messias, Jesus sagt, ich bin es. Wo ich bin es? Hier, 62. Jesus sagt, ich bin es. Was ich bin es? Was hat er hier gesagt? Ich bin es. Pass auf, bitte. Hä? Ich hoffe, ich bin es. In der Arbeit, der lacht sogar noch. Wo habt ihr gesagt, ich bin Messias? Leute, ich hoffe, ihr habt den aufgenommen. Ich bin es. Mero, wo habt ihr gesagt, ich bin es? Bist du der Messias? Der Sohn des Hochgnoten. Jesus sagt, ich bin es. Wie fertig der Typ. Okay, super. Das war's. Auf einmal hat er es verstanden, sagt er, okay, super. Ist das ein Panne-Typ. Das kommt davon, wenn man sich die ganze Zeit so aufspielt und in jegliche Diskussionen reingeht und nicht versteht, dass man irgendwann mal auf den Boden der Tatsache geholt hat. Da hat er einen auf so Macker gemacht, einen auf Gockel, dieser Aburusienkopf. Ihr wisst ja, wem seine Schriften ja absolut rassistisch sind. Ihr wisst ja, dass Allah die weiße Rasse aus der Schulter von Adam so geschaffen hat und die Schwarzen aus der rechten Schulter von Adam geschaffen hat und zu der Linken hat er gesagt, zu der weißen Rasse, für euch ist das Paradies und zu der Rechten hat er gesagt, für euch ist die Hölle und alles andere interessiert mich nicht. Toller Gott. Das ist eine sehr, sehr schöne Gott. Guck mal. Guck mal, warte, warte, ganz kurz. Guck mal, ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade der Mensch, ich bin zwischen euch beiden, okay? Ich habe mich jetzt enthalten. Jetzt kommt Taurin. Guck mal, Abokasum, du hast gerade ein Vers verlangt, und zwar, wo Jesus sagt, ich bin der Messias. Er bestätigt in der Bibel, dass er ein Messias ist. Da hast du nur gefragt, wo, sagt, Jesus, ich bin ein König, okay? Und wir müssen das sagen, wir müssen, wir müssen sagen, ihr war recht. Er sagt, ich bin König, so dieses, deswegen, Bruder, bring mir das beste Argument, wir müssen mehr drauf, Bruder. Bruder, bring mir das beste Argument, das war Blödsinn, du hast uns ruiniert. Komm, am besten gar nicht mehr live, das war's, du hast dein Gesicht verloren, verschwinde. Das ist das, genau wie Hansi, Taurin, Kamelverstanden, all diese ganzen Dauer-Teams, alle haben Schwung in der Schüssel, das ist das Problem. Alle, jeder von denen, die Dauer machen. alle sagen, danke King Solomon, ein heart for you, a heart, ja, mit Herz und Seele, ja, die schämen sich auch gar nicht mehr, das ist für die, das ist denen sowas von egal, ob die die Bibel so falsch auslegen, falsch lesen, nicht mal lesen können die, nicht mal lesen können die, deswegen kommt das auch zustande mit, heilige Bernhard. Hansis Quelle, ein Bild. Wann hat, wann hat der heilige Bernhard gelebt? Ja, irgendwas mit 1239, aha, also dieser heilige Bernhard ist dann ein Zeitreisender gewesen, der bei Maria war, nur die Hölle wartet auf Hansi und diese ganzen Dauer-Teams. Ohne Jesus Christus werden sie alle verloren gehen. Da können sie Bernhard weitermachen. Können sie Bernhard und Bianca machen. Da gibt es Bernhard und Bianca und Susi und Stolz. Danke King Solomon. Sag mal, wie fertig muss man nur sein? Wie fertig? Wie fertig muss man nur sein? Wie fertig kann man nur sein? Jason möchte auch ein Stummscheidpaket. Wer möchte noch? Danke, danke ihr Leben, danke. Wer möchte noch? Im Iran wurden wieder Christen ausgepeist, ja. Jeden Tag, diesen Wahnsinn, jeden Tag. Und dann sagen die Arme, warum redest du? Ja, genau aus diesem Grund rede ich, meine christlichen Geschwister, meine Geschwister in Christus, die tagtäglich am Leiden sind unter dem Islam, soll ich das nicht erwähnen und hier sitzen und meinen Mund aufmachen gegenüber dieser Ungerechtigkeit namens Islam? Wie oft, wie oft? Was ist denn hier los, was ist denn hier los? Überall Stau, das kann doch wohl nicht mehr wahr sein. Danke. Danke, was hat der Mensa denn noch gutes Buch geladen? Das ist heftig. Ey, ja, komm, look at this. Kann Allah lügen. das ist auch gut, das hat er gut gemacht. Ich sag dir, aber dieser Koran wurde doch in Arabischen herabgesetzt. Ja, ja, warte mal kurz. Ja, 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 was ist das denn für eine Seite? Das ist wie islam.de, islam.de, das ist doch eine gefälschte Seite. Islam.de, aber egal. Islam.de, ist das auch gefälscht oder was? Oh, das ist auch falsch übersetzt, ja? Auf islam.de. Guck mal. Hier steht, oder haben Sie sich eine Sache ausgedacht? Was bedeutet Sache ausdenken? Ist eine Lüge, oder? Ja. Okay, wenn hier steht, Sie haben sich eine Sache ausgedacht, was bedeutet eine Sache ausdenken? Das ist eine Lüge, oder? Ja. Okay, und hier steht, oh, wir können uns etwas ausdenken. Also Allah sagt, oh, ich kann lügen. Was machen wir jetzt? Boah, ey, so. Allah, der Lügner. Sie ist geflüchtet. Ich gehe raus und komme nochmal rein, bis gleich. Der war gut. Dr. John, der beste islamische Arzt. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Du hast alles gewonnen bei Allah. Ich habe wirklich nicht vergessen, wenn ich es so schlimm gemacht habe. Allah. Versuch das jetzt. Was ist für eine Tierte hier? Ich will schlafen. Halt deinen Maul. Knockout. Allah. Allah. Ist das heftig. Ich will schlafen. Oh, mein Rückgrat. Ich kann nicht mehr. Ich gehe hier vor die... Ich werde weit noch zu... Kennt ihr diese Models, die hier so Dings bekommen? Vom Lachen. Ich brauche keine Operation, nur Lachen. Also so ein schönes Kiefer und alles. Ich habe schon wieder Verstoßerwarnung bekommen. Lachen wir noch zu Ende. Warte, ich muss das nochmal... Was soll das? Was soll das jetzt? Das ist wie eine Tierte hier. Ich will schlafen. Halt deinen Maul. Knockout. Halla. Du arme Kind von dem. Ich will schlafen. Und der packt dich. Und dann... Oh, wir reisen sie zurück hier. Was für ein... Boah. Das sind... Dämonen. Päufel, ey. Bis gleich. Päufel, ey. Päufel, ey. Der ist Arme Berlin. Ich liebe euch auch. Danke, Kölner. Danke für das Bild. Die Nervensäge, Anatoly. Er kann nichts außer beleidigen, der Typ. Mit seinem Internet von Aldi. Aber warte, ich muss Elmero direkt stummen. Er muss direkt gestummt werden. Danke, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Anatoly, besorg dir erstmal ein richtiges Internet. Danke, Rubenio. Das ist so schön. Du hast alles gewonnen. Du hast dich vergessen, was du für ihn anmachst. Hast du Fingernägel sind Haram? Du darfst nicht. Harami, salami. Dein wahrer Sheik hat gesprochen. Handelie, Jesus. Zeig mal deine Läscher. Ich will deine Läscher sehen, ob die gut sind. Oh mein Gott. Die sehen aus wie Schmetterlingsflügel. Ja, ist so schön, ja? Gönn doch. Gönn doch. Du bist genau das, was die wahren Muslime hier ausmachen. Dieser Euro-Shishaismus. Was ist das? Die wahre Strömung des ließen Abends. Guck mal, mein Bruder hat es, ja? Mit Fingernägel geschminkt, Augenbrauen gezupft. Aber Hauptsache Hijab. Wallah, Wallah. Wallah, Wallah. Guck mal, ja? Ja. Ich sag dir eine Sache, Tama. Eine Sache. Sag mir eine oder zwei Sachen. Werden wir jetzt sehen. Guck mal. Ja, okay, ich gucke mal. Guck mal, Wallah, ohne Spaß. Ich habe wirklich eine ernste Frage. Okay. Warum bist du konvertiert? Weil ich den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben in Jesus Christus gefunden habe, der mich liebt und sein Leben für mich gegeben hat. Was hat denn dein Allah für dich getan? Er hat alles für mich getan. Was denn zum Beispiel? Guck mal. Ich will schon wieder, guck mal. Guck mal. Zeig mal dein Gesicht. Zeig mal dein Gesicht, nicht nur Hälfte. Nee, werde ich nicht, weil kein Bock. Auf jeden Fall, guck mal. Das sieht sehr, sehr heftig aus mit diesen Wimpern da. Gönnst du nicht? Gönn doch. Gönn doch. Gönn doch, gönn doch. Guck mal. Meine Liebe, meine Liebe, darf ich dich mal was fragen? Eine ernsthafte Frage jetzt, ohne Spaß. Ernsthafte Frage. Ja. Als es uns als eine Pflicht erklärt worden ist. Aber, aber, ja, es hört genau zu. Aber, das Ding ist einfach, jeder Mensch fängt klein an. Genauso wie du klein anfängst, fangen wir auch klein an. Und wir wachsen alle irgendwann, egal in was für einer Richtung. Und, genau. Nein, das war nicht meine Frage. Warum hat Allah angeordnet, dass ihr Hijab trägt? Was war der Grund? Was war der Grund für die Herabsendung von Suche 33, Vers 58? Also, warum, warum wurde denn der Hijab-Fers herabgesandt? Weißt du das vielleicht? Willst du mir sagen, du weißt das? Ich weiß das, ja. Wallah, ja? Ja, das steht in Sahibukhari. Echt? Ja, echt. Kann man, wenn du das weißt, warum bist du dann ein Ex-Muslim? Ja, genau, weil ich das ja weiß, habe ich mir gedacht, das ist ja ein menschengemachtes Buch. Weißt du, warum du Hijab anziehst? Kann man auch. Das ist aufgrund von Omar ibn al-Khatab, als der Sauda, die Frau von Mohammed, beim Kacken zugeguckt hat, hat er gesagt, Sauda, wir erkennen dich. Und deswegen kam der Hijab-Fers herab, weil die gekackt hat draußen. Ja, das ist kein Spaß. Ey, Wallah, ich bin schockiert. Ja, natürlich. Alle muslimas müssen sich sofort da auf den Weg machen, das herausfinden. Und sagen, Omar ibn al-Khatab guckt den Frauen von Mohammed zu, beim Kacka machen, und deswegen müssen wir Hijab tragen, weil das sein Wunsch war. Allah ibn al-Khatab, Allah ibn al-Khatab, Allah ibn al-Khatab. Ja, ibn al-Khatab, genau. Ja, ibn al-Khatab, genau. Das ist so heftig. Jetzt ist sie rausgegangen, schade. Ich wollte ihr noch das sagen. Saibu Radio 146. Sauda, wir sehen dich. Und aufgrund dieser Sache hat der Mohammed dann Hijab-Fers bekommen. Allah war dann damit einverstanden. Sauda, we see you. Schäm dich, ehrlich. Weil ich die Wahrheit sage, ist das Wahnsinn. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, mein lieber Gott. Segnet dich an der Familie. Deine. Vor allem deine Mutter, so oft wie die Arme beleidigt wird. Ich weiß ja, dass meine Mama eine wundervolle Frau ist. Ja. Die mit so einem Müllkopf ja nichts zu tun hat. Diese ganze Mutterkinder da. Was war das gerade, Alter? Bitte? Was war das gerade mit der eine Junge, Junge, Junge? Ja, das war, das war, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Ein Mann mit Kopftuch oder was? War das vielleicht trans? Ich weiß nicht, egal. Keine Ahnung. Dr. Schick, ich habe eine Frage, ja. Ja. Ich habe Haarausfall, Dr. Schick. Was kann da helfen gegen meinen Haarausfall? Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall viel, viel Kamelurin mit viel Milch auch da drauf zu tun. Also richtig einmassieren, auch wenn es stinkt oder so. Lassen Sie sich dadurch nicht beeindrucken. Der Geruch muss auf jeden Fall da sein. Weil nur der Geruch, der Geruch, der muss ja durch die Nase hinein, damit das Wachstum wieder ja angekurbelt wird. Verstehen Sie? Das ist ja der eigentliche Grund dahinter. Ja, ich habe überlegt, dann auch mit Hijab rumzulaufen, dann müsste es doch keiner mehr zu tun. Nein, die Haare müssen im Freien sein. Also ich bitte Sie nicht, wenn die Haare bedecken, Sie müssen auch Luft bekommen, dementsprechend. Okay, Dr. Schick. Das war's schon. Ja, ich danke Ihnen wieder mal für die wundervolle Aufklärung. Ja, ganz ehrlich, gerne. Also fühlen Sie sich immer wieder frei, zu mir zu kommen und Ihre guten Fragen zu stellen. Denn bei mir bekommen Sie die wahren Fragen aber antwortet. Dr. Schick, ich gebe Ihnen eine gute Google-Bewertung und dafür, dass alles kostenlos ist bei Ihnen. Ja, vielen lieben Dank. Also das würde mich freuen, denn dann könnten auch andere diese wundervolle Professionalität, die ich an den Tag lege, auch nutzen könnten. Ja, genau. Also. Mach's gut. Tschüssi. Tschüssi. Ja, der Dr. Schick hat seine Dings geöffnet hier. Mein Vorredner hat ja gerade von Haarausfall gewählt. Ich habe auf dem Kopf Schuppenflechte. Hilft da auch Kamelurin oder muss ich da eher Honig nehmen? Oder sollte ich dann doch eher eine Fliege in ein Glas tunken und das Wasser da zu nehmen? Weder noch. Also ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, sich tote Hunde zu besorgen, menstruationsbefleckte Klamotten und den stinkenden Müll von der ganzen Stadt und zu einem See rüber zu gehen, da rein zu werfen, das Ganze dann umzurühren und genau aus diesem Wasser, wo diese ganzen toten Hunde und menstruationsbefleckte Klamotten und der Müll reingeschmissen wurde, einfach mal eine gute Hand nehmen und das einfach mal auf den Kopf drauf tun. Das würde Ihnen sehr helfen. Okay. Und dann habe ich noch gehört, dass ein sieben Monate altes Baby in israelischen Gefängnissen sich selber wickelt und selber säugt. Ist das nicht ein Wunder des Korans, weil dieses Mädchen Moslem ist? Ja, also ich weiß schon, dass Babys im Islam auch direkt reden können, so wie es auch im Koran steht, dass dieser Isa auch reden konnte im Koran, also als Baby hat er auch dann geredet. Vielleicht hat er sich dann auch irgendwie gewickelt. Also es steht, dass dieser Isa auch reden konnte im Koran, also als Baby hat er auch dann geredet. Vielleicht hat er sich dann auch irgendwie gewickelt. Ich glaube, das scheiße, das mit dem Baby hat man mir selber berichtet. Es gibt ja hier auf TikTok jemanden, die macht hier Heiratsvermittlungen mit Hijab und einem drum und dran und die hat das erzählt, dass eine Verwandte von ihr in Israel im Gefängnis wäre. Man hätte ihr die Hände abgehackt und das hätte sie dann mit ihren Händen beziehungsweise mit ihrem Handy gefilmt und das Baby von der, weil sie schwanger war, wäre jetzt in einer Einzelzelle, würde sich aber selber wickeln und selber säugen. Ja, natürlich, das geht. Also im Islam gibt es sogar einen Hadith im schiitischen Islam, wo ein Mann einen anderen Mohammed gestillt wurde. Also ein Mann stillt einen den Ort. Das ist natürlich möglich. Der Mann hat dann Milcheinschuss bekommen, durch Allahs Glaube. Und dann hat er dann auch die Ratte geboren, die dann irgendwie auf seinem Hintern gekrochen ist, oder? Ja, genau. Also im Islam ist es ja möglich, dass du eine Zahnbürste in dein ANUS rein schiebst und am nächsten Tag dann eine Ratte gebärst. Also es ist gar kein Problem. Islam macht alles möglich. Nichts ist unmöglich. Islam! Ohne Scheiße. Mal ganz ehrlich, bei diesen Hadithen oder bei diesen Erzählungen, dass man da nicht am Lachen ist, dass man da ernst bleiben kann. Unglaublich. Das ist ja genauso auch mit man merkt ja immer, wenn man beschimpft wird, wenn man irgendwo was sagt. Aber ich habe Ex-Moslims gehört und sagen, das ist normal, weil im Islam ist es halt so, Allah ist eher derjenige, der von oben herab ist und deswegen in der Erziehung eher so, ach du Hurensohn, ach du Dings, wenn irgendwas ist, die Beschimpfung sein könnte. Nicht diese Wörter hier sagen. Okay, Entschuldige. Tick-Tock stört nicht. Tick-Tock stört nicht. Tick-Tock stört nicht. Wann Zitat? Wann Zitat? Weil aber die Beschimpfungen sollen ja eigentlich daherkommen, weil sie selber immer als in der Erziehung halt beschimpft werden, wenn da irgendwas ausgefressen wurde. Ja, genau. Okay, war's schon. Danke dir. Viel Spaß noch und wieder arbeiten noch und werde ich segnen. Wenn meine Stunde wieder geöffnet hat. Tschüss. Tschüss. Gott segne euch alle, wundervoll. Danke, Sarah. Sarah, Sandra. Thank you very much. Muchas gracias. Es werden nur Fakten ausgetauscht. Natürlich. Dr. Scheer Abu Amir redet niemals ohne Beweise, ohne Quellen, ohne dies und das. Niemals. Das kannst du bei RTL, Sat. 101, WDR und sowas begutachten, aber nicht bei Dr. Scheer Abu Amir. Für alles, was der Doktor sagt, wird auch Beweise geliefert. Bei dir alles ohne Quellen, natürlich. Ich sage es, was sei Bukhari Nummer dies, sei Muslim Nummer das, Jamia Tirmi Nummer dies, Sonan Ibn Mahajah Sonan da, Sonan Abu Dawood Nummer da, Sonan Abu Dawood bla bla bla, Maliks Mubatta hier, Ibn Abbas Tafsir da, Tafsir Ibn Kathir hier, Tafsir At-Tabari, Al-Kurtuvi, lalalala, Sooghdi, Soogh das, aber ich gehe immer ohne Beweise. Haaah! Danke, mein Lieber. Dieser Son Goku Scheer ist schon der Heftigste, eigentlich. Ja, danke, Antonio. Der Son Goku Scheer ist schon der Heftigste. Gelehrte hier, Gelehrte dort, ja. Ja, wenn nicht ich ohne Quellen rede, ja, wer denn dann? Die meisten Leute, die reden einfach ohne Quellen, so wie der Abul Bara, merkt ihr das? Wenn der irgendwas redet, der redet einfach drauf los oder diese Abdelhamids und sowas, die labern da drauf los und nennen überhaupt noch gar keine Quellen, wo man das nachschlagen kann und alles. Ja, und dann wurde der einmal erwischt von seinen Muslimen, wo er eine Geschichte erfunden hat. Einfach erstunken und erlogen. Ja, genau, alles, was du gesagt hattest, hat immer zu 100% gestimmt. Ja, weil euer Doktor Scheer ab Amel immer ein KMH-MH sendet. Damit auch der KMH-MH richtig schmeckt. Der muss richtig da rein. So, was ist denn hier los? Was ist denn hier los am frühen Morgen? Christian Prinz Bücher auf Deutsch übersetzt das ist keine Aufklärung. Ich gehe in deine Internetseiten. Was erzählst du da für einen Blödsinn? Sibis Bücher dienen einfach nur zur Bestätigung. Wir gehen also auf die muslimischen Internetseiten und ihr übersetzt ja schon alles für uns. Das ist ja das Geniale. Ihr übersetzt ja den Wahnsinn in euren Schriften und denkt so, das ist alles vollkommen in Ordnung. Wie geht's euch? Warte, warte, warte. Ja, auch. Wo ist denn euer Hijab? Fragen wir nicht. Wir sind Ex-Muslimer. wir machen dich wieder zum Moslem. Komm. Aber nur, wenn ihr alle Grimbitz benutzt. Kennt ihr das? Was? Geht ihr alle Grimbitz? Das ist ein sehr, sehr heftiges Hilfsmittel, was ihr Muslimas benutzen dürft. Ja, das ist wirklich so. Ist das so hart? Wisst ihr, was alle Grimbitz ist? Nein. Ja, alle Grimbitz ist ein Lederteil, das so geformt ist wie ein PINIS und das darf die Muslimer sich unter Begierde, wenn sie unter Begierde leidet, sich einführen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich kann es mal verstanden. Das hast du nicht verstanden? Kannst du mal muslimisch reden? Ich verstehe dich nicht. Kannst du mal muslimisch reden? Soll ich dich anfangen zu beleidigen? Das wäre dann wie ein Muslim zu reden. Ja, genau. Ey, eine Frage. Ich habe nur so ein paar Videos von ABK und so. Ja. Ich kenne den eigentlich. Wie heißt du eigentlich? Ihr sollt bei eurer Lehrerin zuhören. Auf damit. Ihr sollt am Unterricht teilnehmen. Doktor Sheik, abonniere das Unterricht. Könnt ihr auch später reinkommen. Ja, komm, Ex-Christ. Ja, komm hier rein. Ja, Jahel. Du bist Ex-Christ. Ich möchte wissen, warum du den Herrn Jesus Christus verlassen hast. Komm, sprich mal. Sag mal. Wir wollen hören. Ex-Christ. Komm jetzt. Yallah. Zeig mir. Zeig dem guten Doktor Sheik, abonniere das Unterricht. Später. Nein, jetzt. Was später? Ich möchte von dir wissen. Ich möchte von dir Wissen aneignen. Ja. Ich möchte von dir wissen, warum du den wundervollen, herrlichen, wahrhaftigen Gott Jesus Christus beiseite gelegt hast und einem Mondgott namens Allah folgst oder wem auch immer du da folgst. Brainwash deswegen. Ja, genau. 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 Ja, Dr. Schäfer, aber mir ist immer am achten. Auf die Fahrradfahrer, auf die... Auf alle. Ich bin auf alle am achten. Oh Mann, Einbahnstraße. Oh Mann, Einbahnstraße. Ja, da muss man auf alle achten hier. Auf euch, auf die Leute hier draußen. Der zuvorkommende Scheich. Danke, Mann. Was? Was hat er gerade? Das ist immer so ein Tiefahrer geschafft. Ja, aber ich liefer dir gute Hetze. Hallo? Ich liefer's dir heiß und fettig. Ich kann wenigstens lesen und schreiben. Dein Prophet konnte das nicht. Ja. Ich fass wenigstens keine Kinder an. Dein Prophet schon. Ja, musst du dir mal vorstellen, ey. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich, was ihr Muslime macht, ey. Danke, Tat. Allah hat mich links geleitet. Genau. Ja, tut dir das weh, dass du mich nicht melden kannst, ne? Das tut dir richtig weh, ne? Du denkst dir gerade so, boah, warum kann ich dich nicht melden? Jedes Mal meine Meldung wird abgelehnt. Wie kann das sein? Dieser Dr. Schech Abu Amir, der macht da einfach ruh und selig weiter. Was ist das? Wie macht er das, der Typ? Das ist doch, das ist doch nicht mehr normal hier. Ja, ihr Lieben. Sahi Bukhadi, 146. Deswegen tragen die Muslime Hijab, weil Ahmad ibn al-Khattab die Frau von Mohammed beim Notdorf verrichten beobachtet hat. Und sich so sehr gewünscht hat, dass der Hijab-Fers, die Verhüllung der Frauen endlich herabgesandt wird. Und natürlich, der Allah wird dann seinem Omar ibn al-Khattab natürlich nicht widersprechen. Und deswegen kam der Hijab-Fers dann. Super. Super. Super war's da. Super. Was ist denn? Oh, wie ist das? wie denn ich fahren kann es kann sich keiner vorstellen ich muss ausweichen die leute sind am ende wir sind ja nett und zuvorkommend wie oft wirst du draußen erkannt haben ja keine ahnung kauft öfter öfteli verstoß verwarnung super ich komme später wieder bis später tschau gott segne euch das ist das einzige was die gelernt haben so traurig amir weißt du eigentlich dass allah im koran auch ein sohn hat ich weiß nur dass er sich beschwert über dass die töchter zugeschrieben werden anstatt söhne jetzt habe ich eine verstoßerwarnung bekommen bis gleich mit meinen worten dann bitte ich ihn um vergebung aber ihr müsst verstehen wir versuchen dauer zu machen sie können keine blocktüte im wald bauen aber ihr müsst verstehen wir versuchen dauer zu machen sie können keine blocktüte im wald bauen das ist richtig verblendet mein lieber du bist richtig verblendet am ende ich will wissen warum du den herrn jesus christus verworfen hast warum warum verwirfst du einen sündlosen denn nie irgendetwas getan hat mein lieber feueranbeter dein prophet hat doch von den feueranbetern seine religion genommen die nachtreise auf diesem rücken von budak ist aus den zuastrischen werken ihr seid am ende in suche 17 vers 1 das hat er dem zuastrismus entnommen den zuastrischen büchern das ist das problem ihr muslimer rafft ja gar nicht was der mohamed euch da angetan hat ihr versteht das leider nicht das ist das problem ihr stellt auch keine nachforschung an da kommt das noch dickere problem nicht nur dass ihr ignorant seid ihr wollt auch noch ignorant bleiben da ist ja das kranke anstatt aus eurer komfortzone rauszukommen bis zu euch hinzusetzen und den ganzen nachzugehen um zu verstehen dieses buch hat ja übelst viele historische fehler einfach geklaute sachen von irgendwelchen religionen zusammen gemixt im koran alexander der große ist ein prophet bei uns namens nur gerade nein und er ist so weit gereist dass er die sonne in einem schlammigen wasser untergehen sehen hat das ist doch aus den fabeln und legenden aus den syrischen werken wie kann das denn sein dieser gott allah der klaut einfach von irgendwelchen fabeln und und legenden und schreibt sie sich als göttliche eingebungen zu das ist doch nur der ewige feuersee wartet auf euch so wahr ich hier sitze geht ihr mit dem islam in den tod war es das für euch dann war es das für euch hier meine kollegen die sind wieder am kontrollieren alles gute meine kollegen die haben gesagt das ist dr schee hey danke wo ist pumpe wo ist pumpe dank aber das ist ja nie los ja lächerlich ist derjenige der glaubt dass gott ihm frau mit schwänden verspricht du bist ja noch nicht mal in der lage einmal hier reinzukommen um ein vernünftiges gespräch zu führen da ist es lächerlich ich möchte dein ich möchte deinen standpunkt mal anhören ex christ ich möchte mal wissen warum du den herrn verlassen das kommt wieder sende ich den einladen erzähle mir erzähle mir wo hakt es denn dann loben wir preisen wir und ehren seinen heiligen namen des herrn der herr ist mein herr ist mein herr muss der herr ist mein herr ist mein herr ist mein herr da sein Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickelt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Amen. Er führt uns auf rechter. Das hört sich so an wie Zidaten im Musterin. Die rechte Straße, der geraden Weg. Hä? Deines Namens, Wille. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stimmungsstarm tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Mutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Immer da. Immer da. Wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Es gibt keinen Gott außer Allah. Doch, Jesus Christus. Und Allah ist sein Untertan. Dank Gott, ich grüß dein Herz. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das findest du in 1. Johannes 5,20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dein Allah kann nicht mal das machen, was Jesus Christus getan hat. Kann doch nicht mal eine Fliege kreieren. Die Leute haben ihn gefragt, mach doch Wunder, damit wir an dich glauben. Dann hat er gesagt, hat er es verweigert. Aha. Alle Propheten kamen mit Wunder. Was war das Wunder von Mohammed? Kamelurin. Und Sechsjährige heiraten. Oh, dank Gott. Amen. Dankeschön. Da müsst ihr euch mal vorstellen. Dann sagen die mir, dass der Mohammed den Mond geteilt hat. Kennt ihr ja die Suche. Nahe ist gekommen der Tag der Auferstehung und gespalten ist der Mond. Da sagen die, Mohammed hat den Mond gespalten. Das ist aus einem syrischen Werk geklaut worden, von Ibn al-Qais, von einem arabischen Dichter. 100 Jahre bevor Mohammed gelebt hat, hat dieser arabische Dichter das schon aufgeschrieben, ey. Unbelievable. Hast du gute Abjad? Ekelhafter, hör auf damit, Mann. Tu Buse. Du brauchst kein Abjad. Ja, der Mohammed, denen ist immer al-Abiad begegnet. Der weiße Dämon. Der sich ausgibt als Engel Jibril. Der nennt sich al-Abiad. The white one. Danke, Otto. Hallo? Du weißt ganz genau, dass der Mohammed gesagt hat, wenn jemand gähnt, so soll er das ganz weit fernhalten. Denn wenn der Satan dich gähnen sieht, lacht er dich aus. Haha, der ist am gähnen. Hallo? Ja? Eine Frage. Ja? Äh, wann machst du wieder Videos gegen ABK oder mit ABK oder so? Erst wenn der auf mich reagiert, dann reagiere ich wieder zurück. Ansonsten interessiert mich das nicht. Schade, ja. Ja, du kannst ja die alten Dinger angucken, da kannst du viel lernen. Hab ich schon 10.000 Mal. Wie viel? ABK und ich haben YouTube übernommen. Hab ich. Wallah, ihr seid so lustig. Ich fahr euch so sehr. Ja, das siehst du mal, ne? Okay, schönen Tag dir noch, ne? Dir auch, mein lieber. Gott segne dich. Ja, das, was ABK und ich da ausgelöst haben auf YouTube, das war heftig, ne? Der war ständig, der war ständig auf Platz 1 in den Trends von, äh, sag mal schnell, in Sachen Gaming. Immer sobald ein Video gegen mich rausgeordnet, war der immer Platz 1, immer ganz oben, ganzen Abonnentenzahlen sind gestiegen und so. Das war Wahnsinn. Ich geh raus und komm nochmal rein, bis gleich. See you soon as possible. I'll be back. Und den Islam auf dem Boden der Tatsachen holen. Bruder, ich feier dich, Wallah, ich hab schon damals seine Videos gesehen, Bruder, das ist geil, ja. Ja, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich hoffe natürlich, dass du die Bibel anfängst zu lesen und dir Zeit für Jesus Christus nimmst. Bruder, wenn du mir das sagst, ich fang direkt an, ich sag dir ehrlich. Ja, mach. Kann man das kaufen? Du kannst eine kostenlos bestellen. Kostenlos? Ja, kostenlosebibel.de kostenlosebibel.de, krass. Ja, bestell dir einfach eine und fang an zu lesen. Wie ist es dazu gekommen, dass du den Islam weggeworfen hast, sag ich mal? Ja, ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Islam und bin auf Dinge gestoßen, die unfassbar sind. Da habe ich gemerkt, aha, der Allah, der behauptet einfach Gott zu sein und klaut einfach Verse von einem jüdischen Rabbiner, holt einfach Legenden, die gar nicht wahr sind, in seinen Koran rein. Da habe ich gemerkt, aha, dieser Gott des Islams ist also ein ganz großer Täuscher. Also derjenige, der den Koran gemacht hat. Verstehst du? Ja. Bruder, ich höre, ich schaue dich seit drei, vier Jahren an. Ich glaube bis heute nicht, Bruder, dass das echt ist, mein Bruder. Genau, das ist echt. Ich höre, bis heute glaube ich nicht, dass das echt ist. Ja, das ist echt. Die meisten verstehen nicht, dass das nicht Spaß ist, auch wenn ich manchmal so lache. Nein, ich meine das schon ernst. Das ist sehr krass, wenn du das ernst meinst, ich höre, sehr krass. Hättest du niemals gedacht, aber ja. Ja, so ist das. Was hast du aber für den Schwangen darf? Ich bin Mossad-Agent und habe einen Transporter zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich jeden Tag rumfahre und Hezologie betreibe. Das ist geil, ich höre. Das ist echt krass, ja. Gott segne dich, mein Lieber, ja? Inshallah, Bruder, Inshallah. Ja, Inshallah Jesus. Okay, mein Lieber, Gottes Segen. Lies die Bibel, ja? Mach's gut. Alles klar, Bruder, ciao, ciao, ich wünsche dir was. Ich dir auch, ciao. Ja, ein letzter Kerl, ne? Ein letzter Kerl. Möge der Herr Ihnen helfen, seine Augen öffnen für die Wahrheit. Für den Herrn Jesus Christus, der da ist, die Wahrheit. Muslime, wer ist Al-Haq? Wer ist die Wahrheit, ihr Lieben, Muslime? Kann mir das vielleicht jemand beantworten? Wer ist die Liebe? Äh, wer ist die Wahrheit? Nach eurer Definition. Ja, nach unserer Definition ist klar, wir sind, der Herr Jesus Christus ist ja die Wahrheit. Ja, genau. Allah ist bei euch die Wahrheit und kein, kein normaler Mensch oder Prophet oder was auch immer darf sich ja die Wahrheit nennen. Mein Herr Jesus Christus nennt sich die Wahrheit. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Anahuat Tariq wa Haq wa Hayat. Wer ist denn das Leben, ihr Muslime? Wer ist Al-Hayat? Aha, zu was macht sich also mein Herr Jesus, hä? Er macht sich zu Allah. Und ihr fragt mich, wo Jesus sagt, dass er Gott ist? Ha! Durchsteckt ihr gesamte Neue Testament hindurch. Jesus ist Gott, Amen. Jesus ist Gott, Amen. Das ist wundervoll, sowas zu hören ist immer Balsam für die Seele. Ich komm gleich wieder. Jesus ist Gott, Amen. Jesus ist Gott, Amen. 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 Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Und der Koran ist ja so... bewahrt worden. Moin. ... 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 Dann krieg ich schrecklich dieses Lied in mein Kopf. Gummibär, Hansi Bär, ja, sie machen Dauer jeden Tag. Wir lügen nicht von oben bis unten, das ist die Dauerwande. Sie können nichts als nur lügen. Wie heißt der Pastor, den du heute Morgen erwähnt hast, der hat so einen komischen koreanischen Namen, den kann ich gar nicht ausbrechen. Choi-Mai-Soi oder irgendwie sowas. Ja, mein Kameleurin-Song, der hat natürlich Wellen geschlagen, da haben die Leute direkt Heimweh bekommen, wo ich dann anfing, aus der tiefsten meiner Seele zu singen. Ja, wie magst du Kameleurin ja sehr, also das ist wirklich ein Heilmittel gegen alles. So wie Mohammed gesagt hat, Schwarzkümmelöl heilt jede Krankheit außer den Tod. Unglaublich! Und ihr wollt mir sagen, dass das ein Prophet ist. Untertitelung im Auftrag des WDR Der beste Fahrer hier. Hier ist dieser von NTM, der hat das gepostet, die WhatsApp-Gruppe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, guck mal, der Cosinus, der hat das hochgeladen, den habe ich ja gespeichert. Geht, weil du daran ja nichts Schlimmes findest, richtig? Hier, mit der Zeitehe, wo derjenige gesagt hat, ja, wenn mein Vater das so möchte, dann ist das okay, guck mal hier. Wenn es da quasi eine Zeitehe eingeht, weil du daran ja nichts Schlimmes findest, richtig? Also mein Vater entscheidet darüber. Dein Vater entscheidet, ob jemand mit deiner Schwester Zeitehe eingeht? Ja, natürlich, der Vater ist ja der Meister über meine Schwester. Also der würde das dann auch zulassen, ne? Nein, klar. Dann würde das nicht zulassen, seht ihr? Dann ist sein Wort über Allas Wort, heftig, ne? Die hassen Allah, Mohammed und ihre eigene Religion, glaubt es mir. Sobald es hart auf hart kommt, 90% von denen wollen gar nicht diese Religion praktizieren. 1 zu 1 alles in die Tat umsetzen. Das ist Wahnsinn. Wie geht es dir? Amhamdulillah, mir geht es gut. Wie geht es dir? Mir geht es dir auch gut, mein Freund. Wo war dieser eine nochmal? Wie heißt der? Gypsy. Was ist mit ihm? Dass Mohammed Völker ausgemordet hat. Aber ich kann dir beweisen von der Bibel, dass Jesus mit dem Schwerden gekommen ist. Warum hat er seinen Mann gefohlen, ihren Mantel zu verkaufen und dann ein Schwerd zu kaufen? Warum hat das Jesus gefohlen? Kein Problem. Zeig mir mal bitte, wo der Apostel Paulus dann losgezogen ist und die Leute dann massakriert hat. Oder Petrus oder Johannes und so. Zeig mir das mal bitte. Oh ja, ich kann dir aber beweisen. Ja, wegen den Römersoldaten. Hab doch, du rast dich hier nicht vor 400 Leuten. Ich bin nicht, bitte. Jesus, du bist laut Jesus ein Humpf. Bitte, ich rede doch noch mal hier. Du bist aus einer Zeit hier entstanden. Was hältst du denn davon? Was für eine Zeit hier, Junge? Ja. Die Sahaba haben das praktiziert und du kommst von den Sahaba. Was kriegst du denn? Ist das nicht ekelhafter? Es ist noch niedriger als Hund. Nein, aber bitte, du hast Jesus zu einem Gott gemacht, Mann. Ja, Jesus hat immer geschwängert. Abdullah, wer gibt denn Leben und nimmt Leben? Gott, aber Gott wirkt sich doch nicht. Das macht doch keinen Sinn. Abdullah, bleib mal erstmal bei einer Sache. Also du siehst, du hast gerade richtig geantwortet und hast gesagt, Gott gibt Leben und nimmt auch wieder Leben. Das heißt, wenn ein Mensch sagt, ich gebe Ihnen ewiges Leben, zu was macht er sich denn dann? Na ja, ich verstehe dich doch, was du meinst, aber Gott kann das doch gar nicht mit sich vereinbaren. Warum soll Gott als Mensch kommen? Das macht doch keinen Sinn. Aber Abdullah, wer bist du denn, dass du Gott sagst, was du zu tun hast und was du zu lassen hast? Das ist doch Quatsch. Das ist unwürdig für einen Gott, Mann. Amir, bitte. Du findest das nicht unwürdig, dass Allah auf einem Bett liegt und auf seinem Bett liegt? Ich glaube nicht mal, dass du ein schlechter Kerl bist. Abdullah, das ist aber nicht unwürdig. Dass Allah so auf einem Bett liegt und auf Mohammed wartet, so? Und wenn das so wäre, aber ich weiß, wo du die Quelle hast. Du hast den von Sayy al-Bukhari. Ich weiß, wo du die Quelle hast. Alles gut. Das ist nicht Sayy al-Bukhari. Das ist nicht Sayy al-Bukhari. Ja, aber wenn das so wäre, was ist es so? Das ist in einer der authentischen Bücher, der gelehrt sind drin. Von Imam al-Malik überliefert. Imam al-Malik. Amir, Amir, bitte. Ich frage dich, ich frage dich als Mensch, bitte lach nicht, aber ich könnte nicht mit mir vereinbaren. Wenn ich die Bibel lese, ich schwöre es mir, Ezekiel, was da alles stimmt. Ich habe das nicht von gar keinem, ich habe die Bibel selber gelesen. Ich habe Angst. Du weißt doch ganz genau, dass der Herr auch Bildsprache benutzt. Wenn er zum Beispiel sagt H-U-R-E oder der benutzt zum Beispiel den Beglied von Eseln und sowas, um etwas zu beschreiben. Und zwar Unzucht, Urerei, Götzendienst und sowas. Du musst dich ein bisschen mit der Bibel auseinandersetzen, mein Lieber. Ja, aber ich frage was, Abdullah, Habib, warum hast du denn kein Problem damit, dass Allah sagt, ich puste in die Vulva von Maria? Ist das nicht das allerletzte vom letzten? Abdullah. Ist das nicht heftig, dass Allah seinen Geist in Marias Vulva einhaucht? Achso, er pustet so da rein, in, äh, äh, hier, Farch von Maria, was ist das denn bitte? Du meinst das mit Zibril, wo, wo der Engel Gabriel gekommen ist? Ja, okay, Engel Gabriel, er pustet also in die Vulva von Maria? Wenn, wenn Allah sagt, sei, dann sei, verstehst du was ich meine? Aber nicht pusten, von wo hast du die Informationen, mein Freund? Sure 66, Vers 12, das sind die mit Kassir. Ich, 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 ich setze mich damit auseinander, ohne Witz. Die Muslime verschweigen dir das, damit du... Ja, die Muslime verschweigen dir das, Abdullah, weil du sollst nicht Nachforschung anstellen. Denn Allah sagt ins Sure Al-Ma'idah, Aja 101, äh, hört auf nach Dingen zu fragen, die, wenn sie euch unangenehm wären, ihr dadurch ungläubig werdet, verstehst du? Also vor euch haben schon Leute danach gefragt und sind ungläubig geworden. Sie haben den Koran in Frage gestellt, haben Dinge herausgefunden, sind Abgeordnete im Islam. Weil der Koran einfach ein Lügenbuch ist, man. Und dann haben wir, äh, auch sowas zu sagen. Respektiere, guck mal, ich respektiere deine Religion. Wenn du Christ bist, ich... Ey, mir ist es egal. Ich weiß, dass du als ein Abtrüniger bist. Dass man dich töten soll und so. Das sind, ich weiß, Daulat islamiert und die gehen nach der Scharia nach, aber mir ist das egal, weil wir sind in Deutschland. Du bist ein Mensch, ich mag dich. Ich habe christliche Freunde und christliche Freunde reden nicht so wie du redest, mein Freund. Ja, weil sie nicht genau, weil sie nicht verstanden haben, wozu der Islam aufruft. Du weißt doch nach Surah 9, Vers 29 musst du deine eigenen Freunde, du weißt schon was. Warte kurz, Abdullah, ich muss telefonieren, einen Moment. Alles gut, alles gut. Mit deinem Ex-Bruder. Nein, ich habe nur zu ihm gemeint, er soll nicht, er soll nicht gegenüber anderen schießen. Guck mal, ich habe ja nichts dagegen. Abdullah, Abdullah, wenn zum Beispiel dein Gott uns Juden, Christen und alle Andersgläubigen beleidigt, würdest du dann deinen Gott in Frage stellen und sagen, Allah, warum beleidigst du denn die Juden und Christen? Ja, aber dann liest doch, dann liest du mal Surah 9, wo es heißt, beschützt die Andersgläubigen. Das stimmt doch gar nicht. Dies ist eine Lossagung Allah und seines Gesandten von allen Götzendienern und da hat der Muhammad von Allah den Befehl bekommen, angewiesen. Er wurde angewiesen, die gesamte Menschheit zu bekämpfen, bis sie sagen, la ilaha illallah. Ja, okay, aber kannst du mir sagen, von wem, von wem, von wem die Muslime angegriffen wurden? Sie wurden von niemand angegriffen, denn Mohammed hat einfach die Menschen zum Islam gezwungen. Mohammed hatte also genügend Männer, und das ist die letzte Etappe in Mohammeds Leben, Suda al-Tauber, auch bekannt als Suda al-Bara. Und dann hat er angefangen, die ganzen Götzendiener und Juden, Christen in seiner Umgebung zu bekämpfen und sie zum Islam zu zwingen. Mohammed hat gesagt, wenn du auf einen Nicht-Muslim triffst, setze ihn vor drei Alternativen. Islam, Jizia oder den Kampf zwischen euch. Es gibt nur einen Vertrag, einen Zimmi-Vertrag zwischen uns beiden. Du musst aus uns Zimmi's machen, das ist das Kranke. Amir, wenn du willst, wir können darüber tiefgründig reden, wir können uns treffen, ist alles kein Problem. Aber du erzählst die Sachen, guck mal, es hat nicht Mohammed befohlen, es hat nicht Mohammed befohlen. Mohammed, wie viele Menschen hat er umgebracht? Wie viele Menschen hat er umgebracht? Mein Lieber, Abdullah, er sagt selber in Sahih Muslim, Buch 1, Hadith 33, ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen, la ilaha illallah, Mohammed rasulallah. Und derjenige, der la ilaha illallah, Mohammed rasulallah, sagt, der hat sein Leben und sein Besitz vor uns gesichert. Heftig, ne? Mohammed hat erst aufgehört, sein Schwert in die Brust der Menschen reinzustecken, bis sie die Schahada ausspricht. Das ist wahnsinnig. Weißt du, was Allah sagt zu dir, wenn du die Juden und Christen zu Freunden nimmst, dann bist du einer von ihnen, du bist schon längst raus. Suche 5 Vers 51. Lies uns mal vor, Abdullah. Ich lese das, das ist kein Problem, aber keiner hat gesagt, dass du dich nicht zu Freunden nimmst. Weißt du, was Allah damit meinte? Du darfst... Unter keinen Umständen, unter keinen Umständen darfst du die Kuffar zu Freunden nehmen. Nein, du darfst sie zu Freunden nehmen, aber du darfst nicht mit dem beste Freunde sein, weil er eine andere Religion hat wie du. Ja, der Ibn Kathir zitiert eine Geschichte zwischen Omar Ibn al-Khattab und einem Christen, der für dich gearbeitet hat. Dann hat der Omar Ibn al-Khattab gesagt, ist der nicht rein? Also ist der kein Muslim? Hat der Sahabi gesagt, nein, der ist Christ. Hat er gesagt, vertreib diesen Christen sofort, geh weg. Er hat nur für die gearbeitet. Und du erzählst mir, das ist kein Problem? Nein, aber du hast ihn... Omar Ibn al-Khattab war selber ein Jude. Omar Ibn al-Khattab war ein Jude. Er hat bei den Juden gelernt. Du willst mich gerade auf den Arm nehmen. Er ist ein Qurayshi gewesen. Er ist aus dem Stamm der Quraysh. Was für Jude, Mann. Ja, aber der hat die Schule... Er war ein Feind von Mohammed, der Omar Ibn al-Khattab. Und er hat aber trotzdem den Islam angemacht. Ja, siehst du? Also wir merken doch... Aber der war auch kein Jude, Mann. Ja, aber wir merken doch... Na klar war er einer. Er hat die Restschule von einem der Juden gehabt. Omar Ibn al-Khattab war ein Jude? Ich schwör dir. Das kann doch doch wohl nicht mehr wahr sein, was du da sagst. Er hat doch bei den Juden gelernt. Er hat doch die Schule besucht. Na ja, was für Jude, was für Dings gelernt. Was erzählst du da, Mann? Er hat aus dem Brunnen von Buddha, hat er sich sauber gemacht, Voodoo gemacht. Aber guck, jetzt kommst du wieder. Ey, guck mal, jetzt übertreibst du. Abdullah, würdest du das machen, Abdullah? Mit dem dreckigen Wasser, ich weiß schon, was du jetzt kommen willst. Abdullah, würdest du das machen, Abdullah, wenn du zum Beispiel einen Brunnen siehst, wo tote Hunde drin liegt und menstruationsbefleckte Klamotten und Müll vom ganzen Stadt da reingeworfen, würdest du dann Voodoo machen in diese Brunnen-Tümpel oder was auch immer? Dicke, warum übertreibst du, Mann? Mohammed hat das gesagt. Ja, aber wenn es doch nicht stinkt. Es ist doch wissenschaftlich auch bewiesen, wenn das Wasser nicht stinkt. Aber die Leute haben gesagt, das Wasser stinkt. Wo steht das? Das Wasser kann mit der Quelle... Ja, und dann erzählst du noch, warte, dann erzählst du noch, hab keinen Sex mit den Gurten, weil sie stammt von dem Völker der Dschins ab. Das ist von Shia Quelle. Das ist von Shia Quelle. Aber Dicke, die ist doch nicht Shiitisch. Du warst doch kein Sunnib, mein Freund. Ich habe mich für die sunnibische Richtung interessiert gehabt. Wenn die sunnibischen blicken, habe ich gesagt, ach du Eilig, was ist das denn? Die Shia haben noch krassere Quellen. Nein, guck mal, ich glaube nicht mal, Mama, ich schwör dir, ich glaube nicht mal, dass er ein schlechter Mensch ist. Ich schwör auf alles. Der ist genauso wie Marcello und so, diese ganzen Christen. Ich kenn den. Du hast diese Dämonen fertig. Ist deine Mama auch Muslima? Ja, meine Mutter ist Muslima. Ja, dann frag sie mal, warum trägst du eigentlich Hijab oder wenn sie überhaupt Hijab trägt? Es muss von deinem Herzen kommen. Ja, aber was war denn der Grund der Herabsendung des Hijab-Verses? Habt ihr das mal herausgefunden? Guck mal, ich kann dir den auch sagen, wenn du willst. Der Grund für die Herabsendung des Hijab-Verses? Im Christentum musst du auch eigentlich ein Kauftuch tragen. Nein, das ist Gemeindeordnung und das hat nichts mit außerhalb der Gemeinde zu tun. Denn die Haare sind der Frau als Schleier gegeben worden. 1. Korinther Kapitel 6 müsste es sein oder 2. Korinther Kapitel 6 oder 11 müsste es sein. Dann müssen wir nachschlagen. Warte, ich gucke mal ganz kurz. 2. Korinther 11 müsste es sein oder 1. Korinther 11? Das ist die Gemeindeordnung, wo der Apostel Paulus jetzt den Gemeinden in Korinth sagt. Und dann musst du weiterlesen. Da heißt es, der Frau sind die Haare gegeben worden. 1. Korinther 11, genau. Als Schleier, siehst du? Denn das ist ihr Schleier. Wenn sie betet, weiß, soll sie ein Tuch oder was über ihr Kopf ziehen. Aber insgeheim sind ihre Haare als Schleier gegeben worden. Ja, aber weißt du, warum das so ist, Mann? Guck mal, das ist so wegen der Frau, weil sie einen Scham hat. Guck mal, Fatima Rado anhör. Guck mal, ich erzähl dir mal eine Geschichte. Ohne Witz. Wie hast du das gerade gesagt? Warte, egal. Guck mal, Fatima Rado. Warum liebst du mich nicht ernst? Ja, warum kannst du denn nicht, latiallahu alaikum sagen? Ich versuche, wenn du normal auszukommen, Alter. Du, du nimmst... Ich beleidige dich nicht wie andere Muslime. Nein, nimmst du auch nicht. Wir sind doch gut miteinander am Reden. Ja, alles cool. Aber du nimmst mich gar nicht ernst. Ich bin für dich ernst. Ich möchte dir ja helfen, aus dem Islam auszutreten und eine Entscheidung für den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben zu treffen. Guck mal, mein Freund. Ich glaub nicht an... Ich glaub an Jesus. Ich lieb Jesus mehr als... Ich lieb Jesus zum Beispiel mehr als meine eigenen Kinder. Ich schwör dir. Nein, du liebst Jesus nicht. Du liebst nicht mal Mohammed, ey. Ich liebe Mohammed, weil... Ich glaub nicht... Ich glaub nicht, du würdest... Ey, guck mal, ich sag dir ehrlich, was Mohammed... Hast du eine Frau, Abdullah? Hast du eine Frau? Ja, danke. Hast du Kinder mit ihr? Deine Frau ist ja eine wundervolle Person, richtig? Ja. Aber ich glaub nicht, Jesus ist Gott. Warum? Was? Ja, warte mal ganz kurz. Du hast eine Frau, hast du gesagt, Abdullah, ne? Ja, mein Freund. Ja. Du liebst ja deine Frau. Übertrieben, ne? Jetzt kommst du mit Zeynep und, 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 und... Und Said bestimmt. Ne, nicht nur das. In Zure 33, Vers 50, Tafsir Al-Kurtubi, sagt der Al-Kurtubi zu uns, dass der Mohammed mit 20 Privilegien über der gesamten Schöpfung bevorzugt wurde. Und in Punkt 10 heißt es, dass wenn die Augen von Mohammed auf deine Frau fällt, musst du die scheiden lassen, damit Mohammed sie in Ruhe pumpen kann. Würdest du es übers Herz bringen, deine geliebte Frau ihm zu geben? Niemals. So ist das. Und deswegen hast du deinen Propheten verworfen. Du hast nämlich Wahrheit gesprochen. Das ist kein Prophet, mein Lieber. Der deine Frau haben will. Ich verstehe, was du meinst, aber das hat er nicht gemacht. Da musst du dich wirklich mal mit... Mama, nein, ich mag ihn. Weißt du warum? Weil er befasst sich wirklich damit. Er ist nicht so wie die anderen Idioten. Er befasst sich damit. Okay, also nee. Verstehst du, was ich meine? Er ist doch auch auf der Suche. Ich glaube ihm das doch so. Ich bin nicht mehr auf der Suche. Ich habe gefunden und zwar Jesus Christus. Am Ende des Tunnels war ein Licht und dieses Licht ist Jesus Christus selber. Das Licht kam in die Welt, doch sie haben das Licht nicht erkannt. Was sagt der Jesus in Johannes 8, Vers 12? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nimmermehr in Finsternis wandeln. Ja, aber wir haben noch eine andere Überlieferung, wo Jesus sagt, wer unter meinem Namen Dämonen austrägt, oder mein Name im Gebet ausspricht. Weischt von mir. Weischt von mir. Das sind diese sogenannten Leute, die im Namen Jesus Christus irgendwelche Dämonen austreiben und komische Dinge tun und den Namen des Herrn missbrauchen. Verstehst du? Darum geht es. Ja, also ist es doch kein Gott, mein Freund. Ja, aber der sagt doch nicht jeder, der zu mir sagt, Rab, Rab. Wer ist denn dein Rab? Allah. Dankeschön. Was macht sich Jesus Christus? Ich verstehe schon, wo du rauf hinaus willst, aber Jesus hat zum Vater gebetet. Und jetzt habe ich mal eine Frage, Amir. Jetzt mal ganz ehrlich. Amir, bitte ganz ehrlich. Sodom und Gomorra. Lot hat seine eigenen Kinder vergewaltigt. Würdest du seine eigenen Kinder vergewaltigen? Das stimmt nicht, was du gerade sagst. Erstens hat er nicht seine eigenen Kinder vergewaltigt, mein Lieber. Zweitens musst du die Geschichte richtig geben. Und drittens haben sie den Vater betrunken gemacht und mit ihm geschlafen. Ich habe doch einen Gast noch gesagt und der hat das Gleiche gesagt. Aber eigentlich war der. Habib, Abdullah. Die Geschichte ist so, dass die Töchter Lots ihn betrunken gemacht haben und mit ihm geschlafen haben und dadurch Kinder gezeugt haben. So. Weil es keine andere Möglichkeit mehr gab. Das war eine Geschichte, die erzählt wurde außerhalb Gottes Befehl. Aber wie gehst du denn damit um, dass dein eigener Koran sagt, in Zuge 25, Vers 54, dass wenn du Allah ungehorsam geworden bist und aus Unzucht heraus ein Kind gezeugt hast, dann ist dieses Kind nicht Teil deiner Abstammung. Du kannst sowohl mit der Frau, mit der du das Kind gezeugt hast, als auch mit dem Kind Verkehr haben. Nein, Mann. Jetzt übertreibst du. Ich weiß nicht. Sie ist, dass du deine eigene Religion für in Wahrheit hast. Nein, aber du bringst Quellen so, wo du nicht. Nein, Mann. Das stimmt gar nicht. Welcher Rechtsschule folgst du denn, mein Lieber? Du bist doch Sunni. Ich bin Sunni. Aber es gibt, aber alle entsprechen der Ahlu Sunna al-Wajamal. Okay, aber du kannst Sunnitischer Muslim bisher gebunden an irgendeine Rechtsschule. Hanbali, Hanafi, Maliki, Shafi, welcher denn? Hanafi. Hanafi? Ja. Ja. In der Hanafitischen Rechtsschule ist das ja noch schlimmer. Du kannst sowohl mit der Tochter genau dasselbe. Nein, Mann. Doch, Mann. Das ist das Problem, was du hast. Weil du dich leider nicht auskämpfst. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Ja, das stimmt. So, wie ich es dir sage. Nein. Im Koran steht gar nicht sowas. Der letzte Prophet ist Hazreti Mohammed. Jesus war kein Gott. Er war auch ein Prophet. Ja, frag mal deine Mutter, wenn sie jetzt zum Beispiel keinen Mann hat und jemand kommt zu ihr, also du bist jetzt gerade ihr Haupt, weil bestimmt hat sie jetzt keinen Mann da. Und jemand kommt und sagt zu deiner Mutter bei allem Respekt, ich gebe deiner Mama ein wenig Geld und so zwei Stunden später lasse ich mich dann von deiner Mutter scheiden. Würdest du es machen? Würde deine Mama das machen? Aber Mohammed hat dir, früher war die Frau nicht ehrbar. Jetzt schon. Ah, früher war sie nicht ehrbar. Aber auch in der christlichen Zeit. Jesus Christus hat niemals so eine Hurerei befohlen. Suche 4 Vers 24. Gebt ihnen ihre Brautgabe, wenn ihr sie genossen habt. Und wenn du die Gelehrten hörst, was sie zu dem Thema sagen, dann heißt das, du kannst eine Frau heiraten von halbe Stunde bis 99 Jahre. Das ist rent a car. Nichts weiter. Guck mal, was Allah für eine Moral an den Tag legt. Das ist Gott. Ich komme und vergnüge mich an eine Frau und lasse ich mich auch wieder scheiden. Wir können uns wirklich treffen mit einem Hodja, mit einem Imam. Ich habe einen in der Familie. Und er erklärt dir das detailliert, die ganzen Sachen. Dein Hodja läuft doch selber zu den Gelehrten, die ich zitiere. Ibn Kathir al-Kurtubi al-Tabari al-Jalalayn. Du bist doch auch gezwungen, da hinzulaufen. Aber er hat studiert. Er hat studiert. Ja, von wem hat er studiert? Von den Namen, die ich dir gerade nenne. Du kannst doch selber die ganzen Tafs dir aufschlagen. Dazu brauchst du noch nicht mal deinen Hodja, Mann. Dein Hodja kann von dir sogar noch lernen. Hey, Amir, bitte. Ich will dir nur, guck mal. Ich respektiere. Geh mal deinen Hodja nach Muta, ey. Der wird dir schon sagen, der sagt, das machen die Schiiten. Dann sagst du dir, aber was für Schiiten? Das steht in Suche 4, Vers 24. Ja, aber Schi... 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 Genau, Koran ist Schi... Ja, komm. Amir, bitte. Wenn du willst... Ich hab nichts dagegen, dass du... Dass du Christ bist, aber so bitte. Beleidige nicht meine Religion, beleidige nicht meinen Propheten. Nur diese Bitte hab ich. Warum sagen wir das Gleiche denn nicht zu Mohammed? Der Mohammed hat da auch voll die Leute beleidigt. Der hat gesagt, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war, geh und sag ihm, er soll in den PNES seines Vaters beißen. Was ist das denn, Mann? Aber Jesus hat mich als Hund beleidigt. Dich auch. Was für als Hund beleidigt, Mann? Ich bin nicht gekommen für die Hunde. Ich bin gekommen wegen meinem Volk. Nein, das sagt er so nicht. Ja? Ja? Nein, mein Lieber, hör auf damit. Ja? Ja. Du siehst dort. Der Mohammed hat gesagt, dass eine Frau ein Hund und ein Esel das Gebet annulliert. Ist deine Mama ein Hund? Wo hast du diese Information? Von Sahih Bukhari? Ja, was, wenn du ein Problem damit hast? Warum hast du da kein Problem mit Mohammeds Aussagen? Das Gebet wird annulliert durch einen Hund, einen Esel und eine Frau. Also ein Hund, ein Esel und eine Frau sind gleichwertig. Ja, genau. Es ist Wahnsinn, Mann. Ey, du bist krank, mein Freund. Nein, du weißt genau, dass ich recht habe. Und du weißt genau, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Nein. Komm sie, Jesus. Rette dich und deine Mama vor dem, was auf dich zukommt, mein Lieber. Komm zu Allah, aber komm zu diesem... Stell dir mal vor, du müsstest deiner Mutter sagen, ja, Mama, wenn du unter Begierde leidest, du kannst ja ein Al-Ekrimbic besorgen und dass du geformt ist wie ein Lederteil. Und dann kannst du dich selbst damit... Ey, das ist so unglaublich. Oh, du Beleidmer, was sagst du, Mann, ey? Da steht im Buch von Ibn al-Raim. Kennst du doch Ibn al-Raim? Al-Jawziah. Erzähl doch, Mann, aber... Im vierten Band auf der Seite 94. Warum werde ich Al-Jahil beleidigt, mein Freund? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil du keine Ahnung vom Islam hast? Ich habe Ahnung, Mann. Aber du, was du erzählst, das ist komplett... Du hast so eine Wishiwashi-Islam kennengelernt bekommen. Ich habe den Islam anders kennengelernt, mein Freund. Aber ich habe diesen Islam nicht mit einer Kette oder mit einem... Ich habe ihn in meinem Herzen. Wie kannst du denn jemanden folgen, der unter Illusion gelitten hat? Der sich Sachen vorgestellt hat, die nie passiert sind? Wie geht so was? Ich weiß, von wo du das alles hast, Mann. Du hast das von dieser englischen Internetseite auf YouTube, Mann. Da guckst du dir doch alles auch an, Alter. Ich weiß es doch. Ich bin doch in Said Burani. Er hat sich vorgestellt, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es in Wahrheit niemals getan hat. Was für englische... Ja, aber wo nimmst du die Quellen? Du nimmst die von suna.com bestimmt. Ja, aber die geben doch Buchreferenz. Du kannst also in einem Buch sogar nachschlagen. Wo willst du wissen, dass das nicht gelogen ist? Nein, sie geben Buchreferenz an. Die Leute können das im Buch prüfen. Du redest nur mit den Hadithen, Mann. Ja, soll ich mit Koran kommen? Du darfst mich nicht lieben, Jesus. Hat das auch gesagt. Wenn ich dich... Guck mal, Schwert des Messias. Wenn ich komme und deine Familie, deine Mutter... Abdullah, Abdullah, bitte. Willst du mich lieben? Abdullah, wir haben den Befehl bekommen vom Herrn Jesus Christus, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Ja, aber ich liebe nicht jeden Menschen. Tut mir leid. Siehst du, da haben wir das Problem. Du liebst nicht jeden Menschen. Und das ist das, was Allah dir da reintrichtigt. Liebst du einen Mörder? Liebst du einen Mörder? Wir lieben alle Menschen, aber wir lieben doch nicht seine Sünde. Okay, mein Prophet ist ein Mensch. Warum liebst du ihn nicht? Ich liebe Mohammed, aber liebe ich seine Taten, als er zum Beispiel Menschen die Augen ausgehöhlt hat mit heißen Nägeln? Was ist das denn bitte, Mann? Liebe ich seine Taten, oder liebe ich den Menschen? Ich liebe doch den Menschen nicht seine Taten. Wenn jemand ein Kind anfasst, liebe ich das, dass er dein Kind angefasst hat, oder liebe ich ihn als Menschen? Du musst doch unterscheiden können. Deswegen sagt der Herr Jesus Christus, die Sünder, die Sünder, die liebt er, aber der hasst die Sünde. Die Sünde hasst er, aber den Sünder liebt er. Ja, aber was ist das für eine Liebe, was ist das für eine Barmherzigkeit? Bruder, wenn du jetzt zum Beispiel zum Christentum weg gehst, du kommst nicht mehr wieder rein. Wer sagt das? Was steht im Buch? Was steht im Buch? Ja toll, ne? Ich such mal drei Jahre in diesem Buch und schau mal nach, ob ich das irgendwo finde. Drei im Buch, deine Bibel sagt, wer sich selber umbringt, der wird nicht vergeben. Wer Unzucht macht, den wird nicht vergeben. Wer dies macht, den wird nicht vergeben. Ja, deswegen sollst du ja aufpassen auf das, was du tust. Aber wenn du fallen solltest, mein Lieber, wie ist das denn im Islam? Stell dir mal vor, im Islam, du begehst solche komischen Taten, die dich von Allah ja dann entfernen. Und dann auf einmal bittest du um Vergebung. Wirst du dann vergeben oder wirst du für ewig in die Hölle fahren? Wenn du diese Reue, hast du noch nie so eine Reue gehabt in deinem Leben? Ja, aber kannst du durch gute Taten deine schlechten Taten auslösen? Das ist die Frage. Das weiß Allah, das weiß ich nicht, das weißt du nicht. Aber was ich machen kann, ist, ich kann bereuen und ich kann beten. Und ich hoffe mir, dass mir die Sünde vergeben wird. Wenn nicht, das weiß nur Gott. Nicht du, nicht ich, nicht der Jude, nicht der Christ. Aber warte mal, Allah sagt in Suche 66, Vers 8, Vielleicht werde ich euch vergeben, Allah ist sich noch nicht sicher. Vielleicht. Mal gucken, wer einen guten Tag hat. Kannst du das bitte? Allah sagt vielleicht. Ja, aber wir wissen, dass auch Allah sagt, Allah ist, wir wissen aber auch, dass Allah sagt, Allah sagt auch selber, der Beste unter uns ist der, der reut. Ja okay, aber er sagt trotzdem bleibt ja die Aussage im Koran nicht bestehen. Vielleicht werde ich eure Mistetaten zudenken. Vielleicht. Allah sagt vielleicht. Der allmächte Gott sagt vielleicht. Oder ist das ein Mensch, der gerade sagt, vielleicht wird Allah euch vergeben. Ja, aber du kannst doch auch nicht mit der Garantie leben, wenn Jesus sagt, ich bin für eure Sünden gestorben. Nein. 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 Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen und das Neue ist geboren. Jesus Christus gibt die Garantie. Allah dahingegen will dein Leben. Suche 9 Vers 111. Gib mir dein Leben, Abdullah. Und dann gehst du sicher in mein Hur el-Ein-Paradies. Schau dir das an. Und dann hat der Satan dich. Boom. Und das machen die ganzen Attentäter. Sie wollen mit Allah den Vertrag eingehen. Gehen Dschihad machen und dann werden sie ihre Seele aufs Spiel setzen. Das war's. Ja, aber die haben doch alles... Satans Täuschung reingefahren. Allah. Nein. Soll ich dir beweisen, dass Allah Satan ist? Dann weiß ich es. Komm. Wer möchte denn die Menschen in die Irre führen? Allah oder Satan? Satan. Satan. Siehst du? Und dann hast du jetzt eindeutig gezeigt, dass Allah Satan ist. Denn in Sura... Du hast gar nichts bewiesen, mein Vater. Warte, in Sura 7 Vers 178, Sura 13 Vers 28, Sura 16 Vers 93, Sura 35 Vers 8, Allah spricht Ich bin derjenige, der die Menschen in die Irre führt. Warte, kannst du mich mal groß machen? Ich zeige dir ein paar biblische Verse, wo ich Angst habe, wo ich selber Angst habe. Bitte, Abdullah, mach dich jetzt sicherlich, bitte. Du hast gerade gesagt, ich habe das nicht zeigen können. Ich habe dir gerade genannt. Und das Ganze findest du auch dann, wo der Schaitan das sagt. In Sura 4 Vers 119 und Sura 15 Vers 39. Allah ist Satan. Das war's. Oder ein anderes Beispiel. Wer möchte denn Hass zwischen Menschen trachten? Hass und Zwietracht? Allah oder Satan? Satan. Dankeschön. Allah sagt in Sura 5 Vers 40... Ja, aber Allah, jetzt komm. Allah hat gesagt, wir sollen miteinander gut auskommen. Okay, ich danke dir, Abdullah. Man merkt es nicht so. Nein, du verstehst es nicht. Ich verstehe das nicht, genau. Traurig, traurig, traurig. Und das sind nur eine von mehreren Beispielen, ihr Lieben. Eine von mehreren Beispielen, wo Allah einfach der Teufel ist. Er hat sich also manifestiert im Koran, der Satan. Deswegen gefällt auch dieses Buch Satans Dämonen. Wir haben einen schönen Koran gehört, der zur Rechtleitung führt. Ah, Satans Dämonen gefällt Koran. Ich würde keinem Buch vertrauen, dass Satans Dämonen gefällt, oder? Ein schönen Koran haben wir gehört. Schaitan und seine Diener sagen, oh, der Koran ist aber schön. Das ist unglaublich. Die Welt ist möglich. Der Koran ist schließlich von Schlagstschhoch. Der Koran ist erstens derbereich, die sich in diesem Koran ist, der Koran ist Orang. Die Welt ist scheinbar. Das ist einfach so. Das sind diese Koran ist nicht so, dass sie in einer Konferenz Sorgegloveniyer haben. Das ist ein Ready-Kunde. Was hat 100. Das hat ein wenig. Das ist sehr wichtig. Und ich bin in der Koran ist der Koran. Ich bin in der Koran ist eine Koran ist. Ich bin in der Koran. Ich bin in der Koran, der Koran geht, Vielen Dank. 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 Ich sehe die Camajurin-Water. Camajurin-Water. Alter, hast du mich erschrocken. Ja, schade um den Abdullah, ne? Ja, schien ein sehr, sehr netter Mensch zu sein, ne? Ist getäuscht worden vom Islam. Die liebe Mama von ihm hatte auch nicht so richtig Ahnung vom Islam. Sie sind einfach so in irgendwas hineingeboren oder was. Traurig. Wenn die herausfinden würden, warum der Hijabfest herabgesandt wurde, glaubt mir. Die würden reihenweise den Islam verlassen, glaubt es mir. Sobald sie das, sobald das, wenn ich das weiter so mainstream mache, dass der Hijabfest durch das Kacken der Frauen von Mohammed herabgesandt wurde. Das, das kannst du keinem erzählen. Weil sie denken, das ist eine Tugend. Allah hat an uns gedacht, damit wir unsere Keuchheit bewahren. Das ist ein Zeichen der Keuchheit, der Vernunft. Und dass wir Frauen geschützt werden. Ja, ja, natürlich. Wenn man das nur, ich wünschte, ich könnte die Massenmedien dazu benutzen, ne? Warum wurde der Hijabfest herabgesandt? Weil dann, dann müssen sie sich wohl oder übel damit auseinandersetzen. Und dann werden sie herausfinden, dass der Islam Quatsch ist. Einfach nur mainstream machen. Das wäre so krass, wenn ich das irgendwie hinkriegen würde. Irgendwie durch Sat.1 oder RTL oder irgendwie sowas. Wenn ich die Möglichkeit bekäme. Das wäre so heftig. Sie müssten sich dann damit auseinandersetzen. Und alle würden dann sagen, das ist echt der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Und sie würden alle reihenweise den Islam verlassen. Aber weil ich noch nicht so eine große Reichweite habe und niemals diese Reichweite wie die Massenmedien habe, schaffe ich das auch nicht. Weil die müssen sich dann damit auseinandersetzen. Was ist das? Wenn das z.B. bei Sat.1, ProSieben, RTL oder sonstiges ausgestrahlt werden würde. Ami, ab zu Stern TV. Ja genau, zu Halaschka. Zu Halaschki. Ami, ich helfe dir dabei, ja. Das geht nicht. Nur wenn, dann erlaubt der Herr Jesus Christus das. Ja, schauen wir mal, ne. Das wäre aber heftig, ne. Das wäre zu gefährlich. Ja, das wäre auch zu gefährlich, ja. Ami, in den Dschungel gehen wir natürlich. Mit Jesus geht alles. Amen. Du bringst sehr, sehr viel Hass unter den Menschen. Das macht schon dein Gott allein. Surah 5, Vers 14. Ihr habt alle ein riesen Problem mit eurem eigenen Gott, eurer eigenen Religion, alles. Das ist unglaublich. Kamelurin-Challenge, da bricht Ami ab. Die Kamelurin-Challenge, danke für Sie. Kamelurin-Challenge. It's a Kamelurin. Mein Lied ist heftig, ne, was ich rausgehauen hab. Kamelurin. Kamelurin for all. Heal the world, make some Kamelurin for you and for me. Was hat das eigentlich mit diesem Kamelurin auf sich? Ich hab das nie verstanden. Ja, das ist der heftigste Krankmacher-Verschwindertrick mit Kamelurin. Heal the world. Leute, das steht jetzt sogar heftig. Heal the world with Kamelurin for you and for me. Heal the world with Kamelurin. 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 Oh, allein die seke Handlungen können zu schwere Verlangen. Ich hab eine Verstoßerwarnung bekommen, Leute. Ich muss raus, ich komm nochmal rein. Bis gleich, ciao. Heal the world, merkt euch das. Kamelurin. Da ist die Rettung, also das ist der Wahnsinn. Der kommt wieder rein. Und ohne dich geht's gar nicht mehr. Du darfst nicht aufhören. Ja, genau. Immer für mich beten. Das mach ich Bruder jetzt auf jeden Fall. Trotz der ganzen Anfechtung und alles. Es ist halt so wie es ist. Jesus Christus ist Gott. Und wer damit nicht klarkommt, hat leider Pech. Es ist so wie es ist. Allah, der hat ja ein riesen Problem mit dem König der Könige. Vor allen Dingen natürlich. Dennis. Ja, Bruder. Wer ist denn der König der Könige? Ja, wer wohl? Jesus Christus. Ja, warum hat denn Allah so ein riesen Problem mit Jesus Christus? Weil er der König der Könige ist. Ich meine, ich werde jetzt auf jeden Fall den Koran mal durchlesen. Das werde ich auf jeden Fall mal tun. Ich war jetzt erstmal mit dem Herrn beschäftigt. Das war mir wichtiger, dass ich den Herrn kennenlerne. Und dann werde ich den Koran auch durchlesen. Das werde ich auf jeden Fall mal tun. Aber schade wird es nicht, die Finsternis im Teil kennenzulernen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber solange der Herr mit mir ist, wird da nichts Großartiges passieren. Ich weiß ja, was die Wahrheit ist. Genau. Setz dich damit auseinander. Versuche, so gut es geht, den Islam ein Stückchen zu demontieren. Und dir ein Repertoire aufzubauen. Das mache ich lieber, Bruder. Jetzt habe ich schon wieder den Verstoß zur Wahrnung bekommen. Bestimmt war das der LSD-Ruste, der hier drin ist. Guck mal. Der ist auch hier drin. Der ist mich nur am melden, ne? Ciao. Ich gehe mal raus und komme wieder rein. Bis gleich. Bis gleich. Er möchte das nicht. Er möchte das nicht. Ist Allahs Aussage im Koran-Suche 4 Vers 24 gültig und in Ordnung? Das ist sehr gut für Sie im Endeffekt. Wahrheit, ethisch und menschlich gesehen in Ordnung? Oder meinst du, dass das was ganz Dreckiges ist? Ich meine nicht, dass das Dreckiges ist. Also ist das was Gutes, wenn jemand zu deiner Schwester kommt und mit ihr eine Mutter eingeht und einen Vertrag fertig macht mit einem Ende des Datums des Ehevertrags? Also im Endeffekt ist, sie und mein Vater müssen entscheiden. Deswegen, ich entscheide nicht dazu. Aber wenn es jetzt um meine Tochter gehen würde, dann würde ich Nein sagen. Das ist nicht einverstanden mit der Aussage. Siehst du, sie wären nicht damit einverstanden. Keiner von ihnen. Ja gut, es gibt viele, die es praktizieren, aber hier... Stell dir mal vor, in Deutschland machen die das auch, ey. Die Mutter ist revolutionär, ja. Was der Allah da angeordnet hat, wenn man sich darüber nachdenkt. Das ist der Wahnsinn. Der erlaubt einfach Prostitution unter dem Denkmantel der Ehe. Das ist das Geisteskrank, Mann. Einfach Prostitution. Und das unter dem Denkmantel der Ehe. MashaAllah. Hast du Angst vor dem Tod? Auf keinen Fall. Nein. Warum? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Philippa 1,21, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Ich bin auf dein Ende gespannt, ja. Ich bin auch auf mein Ende gespannt. Aber ich bin auch gespannt, weil du dein Leben dem Herrn Jesus Christus übergibst und gerettet wirst. Weil gehst du ohne Jesus Christus in den Tod, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Damit kann Allah stehen mit seinen 72 jungen Frauen. Glaub mir. Hör auf meine Worte. Wenn der Herr Jesus Christus an der Tür deines Herzens klopft, öffne ihm deine Tür. Lass ihn nicht draußen stehen. Sage dich los von Religionen, die dich nur vergiften. Danke, Susanne. Kann man so einer Religion überhaupt folgen, ey? Das ist unfassbar. Danke. Okay. Bist du LKW-Fahrer? Nein, ich bin Pilot. Völlig losgelöst von der Tür. Das ist mein Song. Völlig losgelöst, wenn Dr. Scheer da ist. Völlig losgelöst. Völlig losgelöst. Hör auf jeden Fall, Perk? Hallo? Hallo, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Du redest ja über die Ehre der Frauen und Zeitehe. Wie ist das denn hier in Deutschland? Also gehen die ganzen christlichen Frauen als Jungfrauen in die Ehe? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist eine göttliche Anweisung von deinem Gott, der sagt, du kannst legal Prostitution... Ja, aber ich frage dich ganz kurz, ganz kurz, ich frage dich halt ein. Die Schiiten glauben das. Du vergleichst also Menschen mit deinem Wort von deinem Gott, oder was? Dann kurz, Amir, Amir. Erstmal, die Schiiten glauben das, nicht die Sunniten. Das weißt du auch. Da steht in Koran-Zuche 4, Vers 24, Seiden, Paradig, 1, 6. Nein, das ist deine Interpretation. Das ist deine Interpretation, mein Freund. Mit Zeitehe. Okay, schlag bitte den Tafsi von Ibn Kasina, auch wenn du ein Mann bist. Ja, schlag bitte den Tafsi von Ibn Kasina, auch wenn du ein Mann bist. Ja, schlag du auf. Mach mal bitte, ich mach dich sogar groß. Okay, was sagt der? Sag mal, was sagt der? Ich zähle bis 3, ich legst du das auf, sonst gehst du runter. Ja, ich hab ja kein Buch bei mir. Und du kannst das Internet benutzen. Ja, wie kann ich da drauf kommen? Mach deinen Laptop bitte an. Ich hab ein iPad bei mir. Das ist auch kein Problem. Irgendwas digitales, wo du separat mit mir sprechen kannst und ... Ja. So, was soll ich jetzt bei Google eingeben? Gib ein Tafsi von Ibn Kasina, suche 4, Vers 24 ... Warte, nicht so schnell, achi. Tafsi. 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 Okay, Sure, was meinst du, welche Dings? 4 Vers 24, An Nisa, Aya 24. So, da gibt es ja 10.000 Seiten, also welche, woher soll ich jetzt ... Alim.org. Alim, da steht Alim.org. Ah, okay, gut, ich seh das gerade. Mach mal deine Kamera an, bitte. Warte. Mach mir gleich, warte, mach mir gleich. So. Ich lese das mal vor, ich lese das mal vor, okay? Mach bitte deine Kamera an, hör auf, Mann, ich würde es gerne lesen. Ich muss auch die Kamera anmachen, Mann, lass mich doch vorlesen, auf Deutsch. Also, ich habe das mit Google-Übersetzer auf Deutsch übersetzt. Ja, ist gut. Auch verboten sind Frauen, die bereits verheiratet sind, außer denen Sklaven, die deine rechte Hand besitzen. So hat Allah es für dich angeordnet. Alle anderen sind erlaubt, auch vorausgesetzt, dass sie mit einer Mitgift, in Anführungszeichen, aus ihrem Eigentum anstreben und Keuschheit und nicht Unzucht wünschen. Also, gib denen unter ihnen, die du genossen hast, das, was ihnen zusteht. Aber wenn ihr euch einig seid, nachdem die Anforderung festgelegt wurde, liegt keine Sünde auf euch. Gewiss, Allah ist... Also, wenn du die Frau genossen hast, dann kannst du ihr ein bisschen Geld geben und dann haust du wieder ab. Ist das zu fassen? Ich leugne das ja nicht, das kann ja sein, dass es drin ist. Du hast gar nicht gesagt, das ist von Schiiten, Mann! Ja, aber ich habe das nicht gesehen, dass bei uns die sunnitischen Lehren, also beziehungsweise bei den Sunniten in der Praxis sowas durchgezogen wird. Also, wenn das ja... Ja, die Sunniten schämen sich, aber verstehen nicht, dass es ein Koran drin ist! Aber was ich dir auf jeden Fall sage, Amir, jetzt zu der Sache... Wenn wir die... Auf einmal bist du klein mit Hut, ne? Auf einmal bist du... Nein, bin ich nicht, aber schau doch mal... Schlag mal bitte für uns Saib Bukhari 5116 auf, bitte, und zeig das mal. Dein eigener Prophet hat das erlaubt, hat gesagt, geht in Mutter-Ehe, kein Problem. Aber ich sage dir eine Sache, das ist doch... Guck mal, das, was hier in Deutschland praktiziert wird von den christlichen Frauen, das ist doch viel schlimmer als Mutter-Ehe. Was ist denn der Unterschied dazu? Was ist denn der Unterschied dazu? Wenn also eine Frau mit einem Mann etwas hat, dann... Wir gehen sie ja umsucht. Ja, aber du sagst doch gerade, dass... Und warte! Der Unterschied ist nur... Der Unterschied ist nur... Die Muslime geben der Frau ein wenig Geld. Also ich weiß, dass es auch in der Bibel ein Vers gibt, wo der Vergewaltiger das Vergewaltigte Aber heute sind wir heute schon durchgegangen. Du sollst nicht einfach davon kommen, sondern du musst diese Frau zu deiner Ehefreundin und bis zum bitteren Ende mit ihr zusammenbleiben. Also das heißt, der Vergewaltiger soll die Vergewaltigte heiraten, oder was? Ja, natürlich muss sie! Er muss sie heiraten! Was ist denn mit den ganzen Muslimen, die in islamischen Ländern Frauen vergehen? Du weißt schon! Du hast schon wieder eine Verstoßvorwarnung bekommen, Amir. Du sollst wieder Kamelurin trinken! Ich kann mich jetzt gleich wieder ein... Vielen Dank. 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 Ich muss raus und wieder rein. Richtig krank. Oh, danke, F. So, da bin ich wieder. Alles gut, alles super. Ich musste mich wieder durch den Dschungel kämpfen. You know, Dr. You know what, Dr. You know, Dr. Shear Abouamil is ja auch Indiana Jones. Indiana Shear. Ich muss immer viel, Ja, das ist auch so ein neuer Spruch. Oder kommt das Original aus dem Arabischen? Ja, genau, das kommt aus dem Arabischen. Gepriesen sei Jesus Christus. Der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Ich hoffe, dass du irgendwann mal klar wirst. Und ich akzeptiere dich als Christ genauso, wie du mich auch akzeptieren solltest, oder? Natürlich akzeptiere ich dich, ich komme nicht mit einem Schwimmer. Du bist schon in Ordnung, du bist kein schädlicher Mensch. Aber ich finde es albern, dass du dich über andere Religionen lustig machst, während deine Religion eigentlich, naja, die zweitlustigste ist, sage ich mal. Du weißt schon, was ich meine. Meinst du, du bist die zweitlustigste? Ja, zweitlustigste. Amir, wie geht's dir, mein Bruder? Wie geht's dir? Was machst du? Ja, mir geht's ganz gut. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank, der mich immer bütet und beschädigt. Ey, komm, lass mal irgendwelche Hirngespinste weg, Alter. Lass uns doch mal eine gemeinsame Ebene erschaffen. Vielen Dank. Hirngespinste, sagt er. In Jesus Christus, er hat sich doch offenbart. Hat er, hat er, hat er euch nicht allen gezeigt, dass er lebendig ist, als er mich vor dem Tode bewahrt hat? Psalm 91. Wir müssen wieder den Herrn preisen, so geht das nicht. Da sagt er, Hirngespinste, das müsst ihr euch mal geben. Psalm 91 ist in Erfüllung gegangen. Psalm 91. Als der Herr Jesus Christus, euren Dr. Scheer Abu Ami, bewahrt hat, was hat er getan? Psalm 91. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittich hinbecken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flüten. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliehen, von der Pest, die im Finstern schleicht, von der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Amen. Du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie dem Gottlosen es vergolden wird. An der Herde ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus entdecken. Nein. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen, wenn du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ja, zu Ex-Christ. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Amen. Das ist Gott, der den Doktor Scherer, der den Armin schon bewahrt hat. Wahnsinn, ne? Damit er allen Leuten zeigt, zu wem der Armin gehört. Halleluja. Reiß seinen heiligen Namen. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hallo. 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 Ja. Wie geht's? Alhamdulillah, Jesus. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus. Alhamdulillah heißt das. Nein, Alhamdulillah. Nee, Alhamdulillah. Warum ist Jesus Gott? Weil er das selber behauptet. In Matthäus, äh, in Johannes 1, Vers 1, in Johannes 8, 58, 8, 24, Offenbarung 1, 18, Offenbarung 21, 7, ja. Oh, oh, das sind richtig viele Verse, ne? Ja, wie wär's mal, wenn du die alle aufschlagen würdest, dann würdest du sagen, ja, der Armin hat recht, Jesus Christus behauptet Gott zu sein. Kannst du mir einen nennen? Nee, so hier alle, alle hier. Was? Johannes 1, 1, oder was? Ja, genau, kannst du ja für uns vorlesen. Ja, ich hab dir grad keine Bibel. Nein, nein, du hast doch gerade gesagt. Nach deinem Handy. Kannst du mal Johannes 1, 1 sagen? Ja, ihr müsst ein wenig im Unterricht sein. Gender, Gender, Gender. Dieser Song hat's dir angetan, wa? Den gibt's nur bei Dr. John in den Song. Er ist, w Independierte Musik. Ja? Ja. 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 Jasper. Ja. Danke, Brenda. Du bist aber nett. Du sollst im Unterricht teilnehmen, mein Lieber. Danke. Du sollst hier nicht reinkommen. Du sollst am Unterricht teilnehmen. Ich weiß nicht, wie es das denn ist. Dr. Johnny. In den Lacken fliegen Und wenn du den Lacken fliegen Dieses Video auch so wie das geschnitten ist Alle sitzen im Unterricht von Dr. Scherabuabi Und dann stehe ich auf einmal auf und sage Das kann doch nicht mehr wahr sein Ami, willst du ein Zeugnis? Ja, natürlich Aber du kannst leider nicht hier rein Du hast nicht genügend Abonnenten In Jendel, Jendel, Jendel In Jendel können wir fliegen Und mit Hure Poste das auf TikTok Das ist doch auf TikTok, Mann Hallo Hallo, meine liebe Gott segne dich und deine Familie Sicher, danke Ich habe eine Frage, ich bin ein bisschen verwehrt Und bei dir steht Jesus ist Gott Ich konnte da wirklich nicht Ich habe irgendwas anderes gelernt Ich weiß nicht Was hast du denn gelesen? Ich habe gelesen Ich bin einfach zur Schule gegangen In die Religion Und für mich war klar, dass Jesus der Sohn Gottes ist Ja, was bedeutet denn Sohn Gottes? Der Sohn Gottes Ja, das bedeutet nicht nur Sohn Gottes Das ist nämlich ein Terminus Das ist ein Titel Sohn Gottes Ja, aber der Titel an und für sich Das sagt ja auch schon aus Eben der Sohn Gottes Er war ja der Sohn von Maria und Josef Und ja Dem Fleische nach Dem Fleische nach Dem Fleische nach ist er der Sohn des Menschen Dem Geiste nach ist er der Sohn des lebendigen Gottes Und der Herr Jesus Christus ist ein Teil der Trinität Der Sohn hat sich losgelöst und wurde Mensch Der Jesus Christus hat schon in Ewigkeit existiert Und so heißt es auch in Jesaja 9,5 Denn uns ist ein Kind geboren Ein Sohn ist uns gegeben Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter Man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber Starker Gott Ewig Vater Friedefürst Also dieses Kind, was geboren wird Wird auch Starker Gott genannt Wer wurde geboren? Der Starke Gott So sieht es aus Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist Wovon die Propheten geredet haben, dass der Messias kommt Dass Gott Yahweh selber auf die Erde kommt Um für die Schuld der Menschen zu bezahlen Jesaja 53 Denn nur Gott allein kann das auf sich nehmen Okay, okay Danke Ich bewundere dich übrigens Ich bin ein großer Fan von dir Ach nein, du sollst kein Fan von mir sein Du sollst dem Herrn Jesus Christus nachfolgen Der dich liebt, meine Liebe Das tue ich sowieso Aber ich bin auch ein Fan von dir Und ich finde deine Art Wie du alles erklärst und wie du aussprichst Super, mach weiter so Also hast du das jetzt verstanden, wer der Herr Jesus Christus ist? Also für mich ist Jesus auch Gott in dem Sinn Aber ich habe in den Büchern Was heißt in den Büchern? Ich habe noch nie jetzt meine Religion wirklich studiert Ich bin Christin, ich bin all die anderen Bin aber Christin Und habe halt hier dann die Religion richtig kennenlernen dürfen Aber ich bin jetzt kein starkgläubiger Christ In dem Sinne, dass ich jetzt die Bibel kenne Oder Verse etc. Das bin ich jetzt nicht Okay Ja, aber wie wäre es, wenn du dir mal ein bisschen Zeit nimmst Für deinen Glauben und Jesus Christus Er hat dich ja auch ernst genommen, oder? Als er am Kreuz ausgerufen hat Es ist vollbracht Auch für dich hat er ja bezahlt, oder? Ja, natürlich, natürlich, sicher Und ich bin Wie soll ich dir das erklären? Meine Familie Also in meiner Familie Meine Mutter ist sehr strenggläubig Bei ihr mussten wir jeden Sonntag in die Kirche Es gab zum Teil auch Bibelstunden In dem Sinne, wo sie abends was auf die Bibel vorgelesen hat Aber nie was, was wir jetzt wirklich so aufgenommen haben Es war eh nur so Okay, jetzt müssen wir Und danach, wo ich jetzt selber Mutter bin Ich habe das nicht so gelebt Ich bin, ich, ich, wie soll ich sagen Ich bin gläubig Ich glaube an Gott Ich glaube an Jesus Auch an Maria Das sind diese drei Leitfiguren für mich Und das lebe ich halt einfach in dem Sinn Wie ich es für richtig halte Es ist jetzt nicht irgendwie nach der Bibel Oder nach der Kirche Ja, das ist eigentlich meine Religion In dem Sinn, wie ich sie auslebe Ja, der Herr Jesus Christus sagt Um gerettet zu werden, meine Liebe Musst du auch an die Gottheit des Herrn Jesus Christus glauben Denn sonst kannst du dich auch gar keine Christin nennen Das tue ich auch Das habe ich auch nicht beneint Er ist ja nur der Sohn Gottes Oder vielleicht göttlich Was heißt nur der Sohn? Nur der Sohn ist für mich jetzt nicht irgendwie eine Wie soll ich sagen Dass ich ihn schlecht mache Durch das Definitiv nicht Er ist für mich etwas sehr Heiliges Und er ist für mich das Bild meiner Religion Du bist doch katholisch, oder nicht? Geh mal zu deinem Pfarrer in die Kirche Und frag ihn mal, ob Jesus Gott ist Der wird dir das bezeugen Und sagen ja Wo ich reingeschaut habe Hab ich gedacht Ja, der kleine Katechismus lernt das Geh mal und schau mal ins kleine Katechismus nach Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist Bist du gar kein Christ Dann ist das Säftige Ich weiß nicht, ob es wirklich abhängig ist Von dem, ob ich jetzt Christ bin oder nicht In der Gottheit des Herrn Jesus Christus Liegt ja der Schlüssel zur Vergebung Deswegen hat er auch zu den Pharisäern gesagt In Johannes 8, Vers 24 Wahrlich, wahrlich Ich sage euch Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin So werdet ihr in euren Sünden sterben Was bedeutet denn dieses Ich bin oder bin ich? Egoämie im Griechischen Ich verstehe schon mal Aber wenn ich jetzt bete Sag ich entweder Jesus oder Gott Also ich habe jetzt nie Muss ich ehrlich gestehen Nie Jesus im gleichen Atemzug wie Gott erwähnt Soll ich das? Oh, ich höre dich nicht mehr Und da haben wir das große Problem Ja, das ist ehrlich Also ich habe das so Bis heute mit 37 so gelebt Also siehst du meine Liebe Ich bitte dich nochmal Deine Sichtweise ein wenig zu verändern Und die Dinge so zu sehen Wie sie auch wirklich sind Fang an heute die Bibel in die Hand zu nehmen Und zu lesen Und Jesus Christus kennenzulernen Den wahrhaftigen Jesus Den echten Jesus Den Gott, den Allmächtigen Der ins Fleisch gekommen ist Das werde ich tun Und ich werde vor allem wirklich den Vater mal fragen Und wir den Fragen bezüglich geben Mein Lieber Johannes 1, Vers 1 Johannes 1, Vers 1 Am Anfang war das Wort Das Wort war bei Gott Und das Wort war Gott Und wenn wir rüber gehen zu Vers 14 Und das Wort war vielleicht Und wo tot er uns Und wir sahen seine Herrlichkeit Seine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater Voller Gnade und Wahrheit Also Im Anfang war das Wort Das Wort war bei Gott Und Gott war das Wort selber Ich werde es auf jeden Fall machen Definitiv Es war für mich einfach nur Im ersten Moment Nicht nachvollziehbar Wieso Wieso man es Aber ich werde mich da Definitiv drum kümmern Und werde mich selber schlau machen Dass ich das nachher Wirklich verstehen kann Und nachvollziehen kann Ich danke dir Du bist eine Schlau Du schaffst das schon Du wirst die Gottesdienst In Jesus Christus schon checken Ich danke dir Ich danke dir meine Liebe Gott segne dich auf deinem Wege Ich auch Dankeschön Tschüss Ciao Ja Möge der Herr Jesus Christus Ihr die Augen öffnen Amen Und sie erkennen lassen Wer der Herr Jesus Christus ist Amen Ja in der Gottheit Da sind da Liegt auch der Schlüssel zur Vergebung Der Herr Jesus Christus sagt ja nicht umsonst Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin So werdet ihr in euren Sünden sterben Er erwähnt ja den Namen Gottes Im Alten Testament Zweite Buch Mose Kapitel 3 Vers 14 Ja Ja Wenn du nicht Christus ins Fleisch bekennst Dass Gott Mensch wurde Dann Musst du höllisch aufpassen Wenn du mit so einem Glauben Dann in den Tod gehst Weil du bist dann nicht aus Gott geboren Und hast auch nicht den Geist Gottes That's the problem Hallo Amir Hallo mein lieber Gott segne dich und deine Familie Danke Amir ich habe eine Frage Und zwar Ich bin ein wiedergeborener Christ Also ich glaube dass Jesus für mich gestorben ist am Kreuz Und seine Sünden auf sich genommen hat Deine Sünden auf sich genommen hat Meine und von allen Die Sünden genommen hat Ja Und die noch kommen werden Ich bin halt ein Sünder Und das liegt mir auch Ist auch im Blut so Und hier Meine Frage ist Und zwar wenn ich sündige Und muss ich dann um Vergebung bitten Oder Gott danken Dass er im Kreuz die Sünden auf sich genommen hat Du kannst natürlich Buße tun Immer wieder Also Reue zeigen Du bist gerettet Aber natürlich hast du innerlichen Drang Immer wieder Buße zu tun Und umzukehren Und zu sagen Herr bitte vergib mir meine Übertretung im Fleisch Und dass der Heilige Geist dich dann auch wieder stärkt Und dir auch den Weg weiterhin vorbereitet Also meinst du halt jetzt Im Gebet halt Du kriegst natürlich ein schlechtes Gefühl Du kriegst natürlich Wenn du gesündigt hast Ist es nicht mehr wie vorher Dass du auf einmal so ruhenseelig irgendwas machst Dann kriegst du natürlich ein schlechtes Gewissen Ein übel schlechtes Gewissen So Man geht es natürlich auf die Knie Und zeigst Reue Übelste Reue Also meinst du Ich muss Reue zeigen Also ich weiß halt Also ich will nicht nochmal um Vergebung bitten Das ist die Sache wegen Die Vergebung Es wurde ja alles schon vergeben Ja ich weiß Nur wenn ich halt sage Herr vergib mir für diese Sünde Die ich jetzt gemacht habe Dann hörte ich das an Hörte ich das an Als würde ich diese Vergebung Irgendwie in Frage stellen Die Vergebung wurde ja schon vergeben Aber Aber die Bibel ruft uns immer wieder dazu auf Buße zu tun Auch wenn wir einen komischen Wandel manchmal hinlegen Aufrichtige Reue zeigen Buße tun Immer im Gebet bleiben Die Waffe eines Christen ist ja das Gebet Und du sollst eigentlich ohne Unterlass beten So wie es in Jakobusbrief steht Kapitel 5 Vers 16 Gerettet bist du ja Aber du hast natürlich ein schlechtes Gewissen Und Ja genau Das ist nicht jetzt Man kann ja nicht sagen Ja Herr Jesus hat alle die Sünden auf sich genommen Jetzt kann ich sündigen Wie oft ich will Oder so Das geht ja nicht so Aber das Blut Jesu Christi reinigt dich ja von aller Sünde frei Also du bist ja dann freigesprochen durch das Blut Christi Ja genau Er deckt dich am Tage der Auferstehung Die Muslime haben ja da gar nicht dieses Blut zur Vergebung der Sünde Die Menschheit hat es ja nicht Das zu beanspruchen Das Geschenk der Gnade Das ist ja ein großes Geschenk Was Jesus für uns getan hat Dass wir nur halt an das glauben müssen Aber die Menschen sind halt blind Und sind immer irgendwie verrückt Ja so wie es in Matthäus 13,13 steht Sie haben Augen und hören nicht Sie haben Augen und sehen nicht Sie haben Ohren und hören nicht Ja Ich habe auch so eine Frage Guck mal hier jetzt Ich habe mal so Ich stelle immer halt Leuten Fragen Die sagen Ja ich glaube viel Ich sage denen Was passiert wenn du fährst Du fährst in ein Auto Und du siehst ein Plakat Wo eine schöne Frau ist Oder du siehst halt eine Frau Und hast du einen Gedanken an Wie sagt man Ehebruch Und dann direkt machst du halt einen Unfall Ja du siehst Dass der Herr dich sofort gezüchtigt hat Der hat ja gesündigt Der hat ja gesündigt Und hätte keine Zeit Um Vergebung zu bitten Die sagen halt Wenn du eine Sünde hast Kommst du ja nicht ins Himmel Und du musst halt Du hast immer Zeit zur Vergebung Ich habe denen gesagt Nee du hast keine Zeit Immer um Vergebung zu bitten Solange du lebst Solange du hier auf der Erde bist Hast du immer Zeit Um Vergebung zu bitten Aber solltest du einfach so ein Leben leben Ohne dass du den Herrn Jesus Christus angenommen hast Und aufrichtige Buße getan hast Also umgekehrt bist ja Dann wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen Das ist das Also hier mit diesem Plakat Zum Beispiel Ich sehe halt im Auto Eine schöne Dame Und ich habe mich schon in Gedanken vorgestellt Ich habe Ehebruch begangen Jesus hat ja gesagt Ich sage euch schon Wer schon im Herzen Irgendwie so dran gedacht hat Eine Frau mit lüsternem Blick anschaut Der hat in seinem Herzen Ehebruch begangen Genau Genau Und direkt danach macht er einen Unfall Und hätte halt keine Zeit Um Vergebung zu bitten Ja wenn er das nicht getan hat Und einfach so in den Tod geht Ohne den Herrn Jesus Christus vorher angenommen zu haben Und dann hast du glauben Was er für ihn getan hat Ja dann ist er für alle Ewigkeiten verloren Ja ja genau Ja Okay mein Lieber Ich muss mal kurz ein paar Sachen herlegen Ich hole euch gleich weiter rein Alles klar Okay ciao Ciao Vielen Dank Vielen Dank. 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 Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das Problem ist, das war's. Ja, das war's. Ja, wundervoll. Das ist krank. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So heftig. Das war's. 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 Ja, das war's. 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 Das. Das war's. 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 Achhi. Ah! Ah, das ist ein Menschen-Affl! Aber sagt beleidigend! Ja, das ist typisch! Merk dir, die kommen immer mit dieser selben Leier. Die wollen sich immer so in die Opferrolle stecken. Merk dir das? Das ist heftig. Immer wieder diese Opferrolle. Ah, wir doch nicht! Wenn wir dich beleidigen, dann beleidigst du auf einmal Allah und Mohammed und so. Nein, das mache ich nicht. Ich zitiere nur die beiden. Und frage, ob das in Ordnung ist, was der da getan hat. Wie könnt ihr so jemandem folgen? Es ist doch normal, es ist doch berechtigt, dass ich sowas frage. Betet für Asis, ja. Zayel Bukhari, 32, 37. Bukhari, 32, 37. Burani. Burani. Bukhari. Burani. Also, er für Husband kurz ist, ja genau. Andreas Bukhari Andreas Bukhari Andreas Bukhari ist ein Mann von dort in Ordnung Alles klar Alles klar Da steht, dass wenn eine wenn ein Mann seine Frau ins Ehebett ruft und sie sich verweigert dann werden die Engel sie bis zum Morgengrauen verfluchen also sie muss immer parat sein sie muss immer bereit sein, parat sein immer es sei denn natürlich sie hat eine islamische Entschuldigung das heißt nur wenn sie ihre Tage hat oder sie krank ist ansonsten darf sie sich niemals verweigern sonst werden Allahs Engel sie bis zum Morgengrauen verfluchen und sie sagen dann, oh dein Mann wird nur eine Weile hier bleiben danach kommt er und vergnügt sich mit uns du bist nur seine irdische Frau wir sind seine himmlischen Frauen wir werden ihn von morgens bis abends beglücken bis er nicht mehr kann ach das ist aber toll wundervoll was sie aus Gott und was sie aus dem Glaube zu Gott gemacht haben unfassbar das war ein Hadith und der andere ist glaube ich ja hier steht das in 2 Bukhari 4 4 6 0 4 sie will der Bürger best of Hadith ja genau ich werde heute glaube ich werde ich mir mal kurz Zeit nehmen und alle Hadith mal auflisten dann werde ich das in der WhatsApp Gruppe mal posten damit man das immer hat danke Patricia Patricia thank you vielen Dank Gott segne dich und deine Familie Gott segne uns alle auch Verstoßerwarnung Verstoßerwarnung das kann doch nicht wahr sein bis gleich ihr Lieben das ist heftig wenn das stimmt das ist heftig Armin bleibt jetzt heute Abend wieder an oh schon wieder Verstoßerwarnung ey ich hab keinen Bock mehr ehrlich ich glaube ich komm heute Abend ich glaube ich komm heute Abend nochmal live ich hab keinen Nerv mehr für das ganze ok machen wir das so ne ja heute Abend wieder Gottes Segen ihr Wunderfreund machts gut der 4 Vogel gehört zu der Hanbalitischen Rechtsschule frage ihn mal in Al Mokni von Ibn Khudama im zehnten Band auf der Seite 153 sagt der der Ibn Khudama sagt der wenn ein Mann den Finger in die Vulva eines kleinen Kindes das unter 10 Jahre ist hinein du weißt schon es gibt keine Strafe für ihn auch gibt es keine Strafe für eine Frau die den PJNES eines kleinen Kindes das unter 10 Jahren in sich einführt keine Strafe für sie habt ihr so eine Drecksekte schon mal gesehen in deinem Leben und der will mir was über meine Bibel erzählen ist krank einfach ne natürlich unter der Scharia darf der Muslim allen möglichen Perversionen praktizieren jetzt dürfen die noch nicht ihren wahren Islam ja in die Tat umsetzen aber sobald der Scharia eingesetzt wird und der muslimische Mann dann die Macht und Kontrolle bekommt was meinst du was den Frauen blüht diese Frankfurter Weiber was die hier bei mir drin sind die werden als erstes aus denen wird SE Sklavinnen sofort musst du dir mal vorstellen musst du dir mal vorstellen der Omar ibn al-Khatab der hat eine Sklavin so auf ihr Kopf geschlagen weil sie sich Hijab angezogen hat diese Frau da hat er gesagt was was ziehst du dir ein Hijab an das gehört nur der der freien Frau also der muslimischen Frau du darfst das nicht anziehen du musst so nackt weiterhin rumlaufen heftig ne ja das ist halt schade allerdings du kennst ja noch Jizia ne natürlich kennst du was Al-Sadi und Al-Baghav wie sie sagen zu Jizia das reicht schon wenn du Imam al-Tabari dazu zitierst das reicht schon auch in der Enzyklopädie Band 15 Seite 43 zum Beispiel Al-Sadi sagt Jizia ist nur da damit die Muslime nicht gegen die Ungläubigen kämpfen also so Schutzgeld Mafia ne ja genau Schutzgeld Mafia Erpressung ganz so ist das oder Bagawi sagt dass man irgendwie wenn du Jizia abgibst dass du irgendwie Nackenklatscher bekommst ja richtig das ist heftig Nackenklatscher so krank ist das so heftig ist das da sagst du was so wie bei der Schule wenn du so Friseur bist und wenn deine Kollegen dir so einen Klatscher geben weißt du ja ja du musst dir mal vorstellen in der Enzyklopädie des Islams Band 15 Seite 149 müsste es sein da heißt es Jizia bedeutet dass man gibt den Muslimen das ist ein Strafmaß das bedeutet die Nichtmuslime müssen das bezahlen um sich vor dem Enthaupten zu schützen also vor der Nackentherapie ne unglaublich ne ja natürlich also das ist geisteskrank du weißt gar nicht ja die Leute wissen gar nicht was das für eine Sekte ist ne also ich wie gesagt ich hab mit sehr vielen Moscheen telefoniert und so aber die die sagen mir ich muss beten ich kann jetzt nicht und so weißt du die sagen die sagen die sagen aber ja die die sind aber nicht ehrlich ne natürlich sind die nicht ehrlich mit dir an sich dass man Jungfrauen bekommt ist schon irgendwie so so eine Sache dass es von einem Mann ist weißt du was ich meine natürlich ich meine die Muslime sagen bist du liebst du Männer dass du nicht Jungfrauen willst ich sage ich sage immer natürlich ist also liebe ich jetzt Frauen aber ich hab einen Verstand wo ich sagen kann das ist von Gott weißt du was ich meine da kann ich auch direkt zu Hugh Hefner gehen in seine Playboy Menschen was ist der Unterschied zwischen Allahs Himmelreich und Playboy Bunny Menschen nichts anderes ist dasselbe da warten da warten großäugige Hoodies mit schwellenden dumm 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 und ja das ist krank ne ja natürlich ist das krank dann kommen die hundertfache wo mir sagt das das nach normal ist bitte die sagen dann du bekommst hundert Jungfrauen weil du weil Jesus ja sagt du bekommst das hundertfache wenn du deine Familie verlierst ja das ist das ist so wie die das auslegen alles das ist so geisteskrank aber ich hab das Gefühl ich glaube die meisten können halt wirklich nicht Deutsch also ich meine Abu Qasim zum Beispiel der kann wirklich nicht mal Deutsch so weißt du ich glaube ihnen also ich meine ich glaube nicht mal dass er lügt ich glaube dass er es wirklich nicht versteht weil er einfach irgendwie kein Deutsch kann so weißt du nicht nur das nicht nur dass er Legastheniker ist sondern dass er auch egal ist aber ne keine Ahnung mehr was willst du denn von Leuten was willst du denn von Leuten erwarten die glauben dass wenn man tote Hunde menstruationsbefekte Klamotten und stinkenden Müll in einen Brunnen wirft sie sich dann auch Voodoo machen dürfen was erwartst du von solchen Leuten ich bitte dich ja aber an sich dass er sagt dass Alkoto Befehle macht ist halt schon so ein Ding ne ja genau ok Eray und dann noch viel Spaß ne ja danke dir Gott segne dich und deine Familie tschau 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 und länden kommen das kann aber gar nicht sein weil die aus dem unteren bereich kommen und boden die wände und dann hat er mir eine internetseite gezeigt dass das da wirklich spermien im knochen entstehen oder dass die im rittenbereich sind was ich gar nicht glauben kann was sagst du darüber es ist eine eine täuschung eine lüge er hat dir eine eine studie gezeigt von der zeigte sogar mäuse mäusestudien der typ der schrinkt wohl gar nichts zurück er ist so ein panne typ ohne spaß das ist so geisteskrank der erzählt auch nicht dass der dass dieser fernst du 86 vers 6 bis 7 heißt dass in denen dass die frau spermin hat und der mann spermin hat und die beiden flüssigkeiten sich zusammentreffen und daraus das kind entsteht alle ist also das unwissenste wesen was überhaupt gibt er erwähnt noch nichtmals dass der mann das ei der frau befruchtet befruchtet das eis gibt es überhaupt gar nicht das ist die katastrophe das heißt die spermie der frau die im rippenbereich sitzt die gelb und dünn ist und der die spermin die im hoden von mann sitzt also im länden bereiche sowieso krank weil wir wissen woher das kommt das kommt von garland er hat gesagt dass das sich im länden bereich befindet also hier wo die nieren sind weil er das ist die vier flüssigkeiten die hier mir abgegeben werden diese urin und alles mögliche auch sozusagen durch die die samenleiter dann hier sozusagen also der erwähnt gar nicht dass das in den hoden produziert wird sondern hier im nierenbereich deswegen erwähnt auch das wort lenden ja das ist so ein dieser bereiche ungefähr wo die nieren setzen ja das ist aber eine lüge und der aller erwähnt auch gar nicht dieses befruchten des eis erkennt das gar nicht der aller weiß gar nicht dass es ein dass die frauen eier haben die befruchtet werden also hatte ich doch recht und er hat gelogen natürlich das sind täucher und lügner sind dass sie schrecken von nichts zurück das weiß ich schon aber das ist schon krass zu sehen dass er das live macht öffentlich während ich gerade mit ihm spreche und da habe ich ihn gefragt wegen thema bezug jesja ist der kopfgeldsteuer sozusagen dass ich extra geld steuern zahlen muss weil ich ein christ oder jude bin da habe ich ihn gefragt findest du das moralisch ok jetzt religion zur seite da darauf kommentiert ja ich finde das vollkommen in ordnung mit der begründung in deutschland müssen wir ja auch steuern zahlen da habe ich ihm gesagt ja in deutschland zahlen wir steuern wegen der wirtschaft um die aufzukurbeln aber nicht weil ich jude moslem buddhist bin et cetera genau und da habe ich ja nicht in schande und kuffer also der ebn kassir sagt dass sie sich gedemütigt so kannst du mal bitte den hintergrund mal leiser machen genau der ebn kassir sagt diese jesja wird bezahlt in schande kuffer und dass sie sich gedemütigt fühlen sagt seit wann zahlen denn die muslime hier in schande und demut und unterwürfigkeit die steuern sagt das ja wahnsinn er weiß genau was das ist der typ der typ ist nicht dumm der hansi weiß was die jesja ist aber er selber will das nicht am eigenen leib zu spüren bekommen weil ich wünschte ich könnte ihm das antun ihm seiner familie den ganzen dauer teams damit das nie wieder erwähnen dass der islam eine schöne religion ist das ist das und dann war noch die sache der wollte mir jesja gut erklären im sinne von ich jetzt als christ müsste jetzt kopfgeld bezahlen und wenn ich mal kein geld habe oder zur verfügung habe kann ich wieder dahin geht zum islamischen staat damit die mir das geld zurückgeben weil ich nichts zum essen habe natürlich du wirst gedemütigt du wirst gedemütigt du wirst den vertrag von umar aufgezwungen also die und eine familie wird der vertrag von umar aufgezwungen und du musst den gürtel der schande tragen du musst deinen kopf rasieren du musst einen so genannten anzug an haben damit die muslime dich auch erkennen und ich demütigen sobald die dich sehen auf der straße damit du weiterhin fortgeführt deine demütigung ertragen muss weil du ein christ bist und zusätzlich noch musst du so ein ja so ein gürtel der schande tragen dann musst du so zwei sich nicht so paar kilo schwere sachen mit dir schleppen du darfst nicht auf einem pferd reiten du musst auf so ein esel reiten und du musst die tür aufmachen für muslime muss den drei tage und drei nächte kost und versorgung bieten sie dürfen auch mit deiner frau verkehr haben und wenn die wenn diese drei reiten und du musst die tür aufmachen für muslime muss den drei tage und drei nächte kost und versorgung bieten sie dürfen auch mit einer frau verkehr haben und wenn die wenn diese drei tage vorbei sind kommt der nächste muslim zu dir und demütig dich die ganze zeit damit auch schön in dieser demütigung weiter bleibst ich wünschte ich könnte den hansi und diesen ganzen leuten das einmal nur zu spüren lassen was die christlichen damaligen zeit zu spüren was die christlichen durchmachen mussten unter dem islam nur ein einziges mal ich frage mich wenn man das ja den hansi und seinen ganzen teams da das anzutun mir einmal nur die möglichkeit geben den vertrag von uman an ihn und ihre familie zu praktizieren ja wenn man es an seine eigene haut spürt ist natürlich was anderes sehr gut gesagt weil er das nicht an seine eigene haut zu spüren bekommen leugnet er das ganze und versucht das zu verdrehen stell dir mal vor wir würden das den hansi so antun und seiner familie ich komme zu ihm wir sind ja in der mehrheitsgesellschaft hier in deutschland christen wir kommen also zu ihm und weiß ich nicht mit 50 mann oder 100 mann ist ja egal ich bleibe ich fange als erstes an drei tage mich bei ihm bereit zu machen sobald er sein maul aufmacht kriegt er eine schelle und werde mich dann auch mit seiner frau dann dementsprechend vergnügen und wird mir seinen ganzen kühlschrank leer fressen und dann wenn diese drei tage vorbei sind kommt mein nächster kollege sag ich ja la komm mach mal ein bisschen hier bei hansi den demütigen so wie omar ebn al-khatab das gesagt hat damit der schön weiß was das bedeutet an seiner eigenen haut er würde uns verfluchen und zum teufel machen wenn wir es tun sehr gut sehr gut siehst du er würde natürlich fluchen und sagen ihr seid das allerletzte dreckhaufen was jemals in meinem leben gesehen habe das und warum ich noch reingekommen bin ich hätte eine frage bitte ich habe natürlich ein freund der ist muslim ein syria und ich weiß dass er dass ich nicht sein glaubens bruder sein darf oder als eine freundschaft sein darf aber ich sehe ihn als bruder wirklich ich habe ihn ein bisschen erklärt über die gewissen privilegien die mohammed hatte und ich habe die nicht genau gefunden diese quellen diese ganzen 15 sachen die er darf und andere muslime nicht dürfen 22 privilegien genau wo ich das bitte in surah 33 vers 50 tafsir al-kurtubi surah 33 vers 50 al-kurtubi ja der punkt 10 ist natürlich der schlimmste wenn die augen des propheten auf eine verheiratete frau fallen so ist es die unbestreitbare pflicht eines jeden mann sich von ihr scheiden zu lassen damit mohammed sie in ruhe punkt punkten kann absolut geisteskrank also ich meine als muslimer als gelehrter vor allem muss man ja seine schriften kennen und wenn man das liest und versteht wie kann man noch sagen das ist gottes wille oder das ist gottes weg ich verstehe das nicht weil es gibt jeden normalen menschen wird direkt bewusst dass mohammed doch kein prophet ist der hat doch schon zig von frauen da kommt der will unsere frauen auch noch haben was soll das man ist das ist das ein prophet oder was und du weißt ja dass er nichts tut außer das was allah ihm sagt surah 53 vers 1 bis 3 ja der hat schon aus eigenem willen gehandelt wir sagen dass wir sagen dass aber die muslime sagen er hat niemals aus eigenen gelüsten gehandelt also nur weil allah ihm das sagt also muss allah ja der größte teufel sein den es überhaupt gibt der gott der bibel verurteilt david für dieses verhalten und hat ihn richtig zur rechenschaft gezogen hat seine kinder umgebracht alles mögliche weil er diese komischen taten begangen hat beispielsweise dass er diesen soldaten in den tod geschickt hat damit er die frau haben kann verstehst du er hat ihn also kämpfen lassen der typ ist gefallen damit er die frau dann hat der herr hat ihn dafür für dieses verhalten bestraft auf der anderen seite sehen wir dass dieser gott des islams in mit 20 privilegien bevorzugt vor der ganzen menschheit das ist das kranke also die bibel verurteilt dieses verhalten von david bezieht ihn zur rechenschaft der gott des islams sagt du bist ein super typ der von frauen die menschen der von von männern die frauen ausspannt das ist das kranke schlimm daran merkt man sofort dass es das ist diese religion ist erfunden damit der mohamed an an das rankommt was er möchte und das ist auch die aussage von eicher ich sehe dass dein herr sich beeilt deine wünsche und triebe zu erfüllen als die frauen in scharen zu ihnen kamen eicher guckte sich das an hat gesagt schäm diese frauen sich nicht die stehen hinzugeben für für eine heirat natürlich wegen tiki takka und dann sagte sie ich sehe dass dein herr sich beeilt deine wünsche zu erfüllen weil diese frau gesehen also dieses kleine kind eicher hat gesehen hätte der mohamed ist gar kein prophet der nutzt also seinen status prophet sein gott allah um an so viel frauen ranzukommen wie es nur geht ja das ist daran merkt man natürlich hat ihn vernichtet wenn man ein logisches denken hat dann merkt man das schon das kann nicht von gott kommen das kann nicht von gott kommen weil ich merke das auch selber es gibt zwei arten von muslimen einmal die friedlichen und dann die angeblich radikalen die nichts mit dem islam zu tun haben ja genau ich check das nicht was sind jetzt die richtigen den muslimen fragt doch den koran fragt doch den koran also allah nennt sie gläubige muhammad nennt sie gläubige sie nennen sich seit 1400 jahre gläubige aber wir hier im westen nennen sie extremisten wahnsinnige verrückte und haste nicht gesehen schau dir das mal bitte an allah nennt sie gläubige im koran o ihr die ihr glaubt zieht aus leicht und schwer und kämpft mit eurem gut mit eurem blut für allahs sache surah 9 vers 41 surah was war das 61 vers 4 allah liebt diejenigen die in einer schlachtordnung wie eine wand gereiht für seine sache kämpfen gehen allah liebt die mudjahideen allah liebt die ganzen extremisten ich habe mal auch ein muslim gefragt wegen aisha dass die so jung war und der hat mir drauf entgegengeworfen dass rebecca jung war allerdings war sie ja im dritten lebensjahr soweit ich weiß dass 16 19 jahre alt stimmt es oder sie war mindestens muss sie 19 bis 20 jahre alt gewesen sein allein aus der tatsache dass sie auch die kamele getränkt hat und zusätzlich auch dass sie auch mit diesen mit mit männern ganz normal geredet hat so ein so ein verhalten liegt ja keine dreijährigen an den tag ist ja quatsch so blödsinn du siehst also dass dies das mit dieser dreijährigen rebecca nicht stimmt weil sie sich in grund und boden schämen und versuchen die bibel in ein schlechtes licht zu rücken verstehst du weil sie wissen dass sie in den authentischen quellen verzeichnet haben dass eicher sechs jahre zur ehezeit war und neun jahre die ehe verzogen wurde und sie hatte mit puppen gespielt das ist eine katastrophe man ja und so etwas verteidigen ich will aufhalten ich habe nur noch eine bitte an sich ich habe eine schwester die ist konventiert ohne wissen ohne wirklich gelesen zu haben ohne arabisch zu können ist sie konventiert geworden also nur durch takia beziehungsweise von erzählungen von anderen ist sie halt in diesen glasen lügen gegangen wie kann ich sie davon von selber überzeugen dass sie wieder umkehrt zu den herrn jesus christus wie mache ich das ist schwierig wenn sich jetzt jemand für eine sache entschieden hat dann ist es schwierig an sie ranzukommen also muss sie sich eingestehen dass sie einen fehler begangen hat und du weißt wie wir menschen sind wir möchten uns absolut keinen fehler eingestehen weil das was zeigt der schwäche wir wollen ja nicht so schwach sein wir wollen immer so stark bleiben wir haben eine gute entscheidung getroffen verstehst du und das ist das problem sie hat sich also jetzt für einen weg entschieden und sie erst mal davon vom gegenteil zu überzeugen ist es erst mal sehr sehr schwierig aber du kannst dir einige sachen die ich in meinen whatsapp kanal verlinke für die leute kannst du dann natürlich nehmen und sie einfach mal auf deine art und weise ansprechen ob sie damit konform ist als frau im islam muss ja vorstellen der mohamed hat ja angeordnet dass frauen bei widerspenstigkeit sowieso erst mal du weißt schon so 4 vers 34 zusätzlich sie ist auch noch wie die frauen als so der allerletzte ja wie nennt man das ohne hier gesperrt zu werden als als tiere bezeichnet werden absolut und das sagt auch der der alkote bin seine auslegung zur sura 38 38 müsste es sein müsste ich aber gleich noch mal nachschlagen da habe ich ein gelehrten hier vor kurzem zitiert der das auch noch so alles dementsprechend uns mitgegeben hat dass die dass der dass der allah die frauen erschaffen hat nur damit sie dem mann sozusagen dienen und das sind eigentlich tiere sind das nur er hat sie in einer anderen gestalt wie wir gemacht damit der mann sich nicht erschreckt aber eigentlich sind das tier man muss doch schon alle alle warnsignale leuchten wenn du verstehst was ich meine warum warum konvertiert man dann vor allem als frau in den islam trägt sie denn auch hijab alles alles trägt sie ja okay dann fragt sie doch mal was ich jetzt für den islam entschieden warum trinkst du überhaupt den hijab was ist der grund für die herabsendung des ferses für hijab da fragt sie mal mal gucken was sie dazu sagt dann geht es nicht für sie bin ich der dumme bruder wenn du verstehst sie glaubt nur deren gelehrten und wenn das ein hat mit dem anderen nichts zu tun du kannst sie konfrontieren mit sahib die 146 natürlich und wenn ich sie das dann aufzeige von den ganzen gelehrten sagt sie ja das ist irgendwie sie nimmt das nicht wahr die wahrheit steht vor ihren augen sie erkennt es nicht dann ist natürlich sehr sehr schlimm an sie ranzukommen sehr sehr schwierig man muss sich mal vorstellen dass sie wenn die unterbegierde leidet sich an alle krimpisch reinhämmern darf ne absolut geisteskrank sogar abgeschnittene tierpeer in ihr essen was ist das für eine religion ist das eine religion oder ist das bestialismus und satanismus oder was nein das ist ich glaube auch nicht dass er ein prophet war ich glaube das nicht weil das ist so barbarisch das ist so aber das ist nicht nein das geht nicht ja sehr schlimm ne also ich als frau würde mich niemals zum islam bekennen das ist in etwa so als würde sich ein ein huhn zu kfc bekennen das sage ich ja immer wieder ne eine frau die sich zum islam bekennt ist in etwa wie ein hühnchen das sich zu kfc bekennen kennst du vielleicht den dämon bahomet oder wie der sich ausspricht bachomid 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 genau ich hab mal so rein außenstehend gegoogelt bachomid bachomid vielleicht sagt dir das was bachomid und bachomid da habe ich gegoogelt und das erste kam dass ein dämon war und im mittelalterlichen name bachomid war also mohammed ja der der mohammed hat ja immer einen satan mit sich und die leute haben zu ihm gesagt hatte ich deinen satan verlassen mohammed und meinst du meinst du darin besteht eine verbindung zwischen bachomid und mohammed oder ist das nur einfach so wikipedia der bachomid du musst dir mal das angst du hast du schon mal dieses bild angeguckt wie der zum beispiel dieses zeichen nach oben und nach unten macht ja der zeigt auf den stern auf den halbmond und stern siehst du das das zeichen des bachomids was ist das zeichen des islams ja mond und stern sehr gut genau die finsternis der islam ist bachomid kreation und das meine ich wenn ich als außenstehender das erkenne mit bisschen wissen nur ein bisschen kurz reingeguckt und nachgeschlagen wie könnte es dann die ihr leben lang schon das stream hängt hängt er bei dir oder nur bei bei den anderen hängt er bei dir nicht bei mir ist beste leitung warte mal ganz kurz jetzt ist es wieder gut jetzt ist es wieder gut ja ich muss ab und zu mal hängt sich das auf ich habe keine ahnung ich mache dann immer neu und dann einmal alles löschen damit der wieder so kommen leute die hunderttausend knacken wir was los sind wir faul geworden oder was ist los mit uns drei zwei eins jetzt alles zusammen alles mal neu ich danke dir auf jeden fall für deine antworten und zeit die du hattest für mich gottes segne euch allen passt auf euch auf ja auch mein lieber gott segne dich und deine familie ja ist natürlich schwierig wenn du zum beispiel eine freundin hast oder ein kumpel der sich für den islam entschieden hat und du damit dann konfrontiert der blog total ab du musst also versuchen einen weg zu finden wo du ihn versuchst mit auf einer anderen art und weise zu erreichen du musst halt versuchen die beweise die ich euch gebe so zu nehmen und sie auf eine andere art und weise zu konfrontieren man sieht dich nicht mehr meine herren jetzt ist es gut ne hunderttausend geschafft naja komm egal jetzt ob es hängt oder nicht es ist mir jetzt auch egal hauptsache ihr könnt mich hören das ist kein aldi talk leute das ist tiktok man kexolina danke kexolina nicht egal ja könnt ihr mich denn jetzt sehen könnt ihr mich hören danke nala aldi talk best ich habe kein aldi talk man beides ja dann ist doch gut ja jetzt ist besser ich glaube das kommt gerade wieder alles rein ja virus von hansi gottes segne an mir ja auch mein lieber gott segne dich ganz kurz an unsere brüder und schwestern im chat und rebecca bitte 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 liest euch das alte testament durch da drinnen steht drittes lebens abschnitt bedeutet sie war zwischen 14 und 19 jahre alt man weiß es nicht ganz genau aber 14 bis 19 ist die tatsache keine drei jahre keine drei monate und sonst irgendetwas bitte 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 lasst euch da nicht irgendwas um die augen binden und amir wer nicht von den konvektiten die rübergegangen sind nicht verstanden hat dass sie zum satan gewechselt sind ich weiß nicht wie wir die wieder zurückholen außer beten 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 man muss die richtige frage stellen also die meisten wenn du denen eine frage stellst die kommen dann auch irgendwann ins grübeln und denken ja das scheint mir schon sehr plausibel zu sein und braun muss nur einfach eine richtig gute frage stellen das war's die triebe in diesem islam wird nicht der glaube gelehrt oder das ist nur trieb und ich merke dass derjenige und da sage ich mal zu unseren brüdern aramean die haben nämlich den koran geschrieben für die araber weil die araber nicht schreiben konnten ja genau das ist die tatsache sag ich jedes mal die hätten da irgendwas anderes interpretieren müssen irgendeinen unsinn lila laune bär oder sonst irgendetwas weil das sind reine triebe die die da vorstellen die haben irgendwie 150 frauen und dann nur poppen äh 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 so was ich sagen tickt doch sportlich ähm das ist einfach nur lächerlich und jeder von uns der bis im verstand ist und wenn sich das durchliest dann weiß er ganz genau was da los ist dass es vom menschen geschrieben ist und ich denke dass es glaube ich sein schwieger so ist schwiegervater war oder so oder sein onkel wir hatten den koran geschrieben amir du weißt es immer so gut wer waren das von denen äh die schreiber des korans waren obay ibn kab genau das waren die besten rezitatoren waren das die schreiber des korans waren der hat glaube ich die mohamed beeinflusst amir einer war es ja genau das war der bahira das war so ein mönch und auch walaka ibn nauf war der großkosin von hadija die beiden das waren so ibnita diese wurden aus der kirche ausgeschlossen weil sie nur ehelehrern verbreitet haben jetzt kannst du dir vorstellen wo wo mohammed diese ganzen ehelehrern hat und was das im koran gelandet ist bei den satanisten ja richtig genau das ist reine satanische lehrer mein bruder weil wie gesagt ich befolge das wort jesus christus und ähm es ist es ich habe noch nie in der bibel irgendwas negatives gelesen und auch nicht in der in der in der in der in der in dem neuen testament außer was ich nicht verstanden habe wenn ich was nicht verstehe muss ich nachforschen nachfragen es gibt immer jemanden der etwas mehr weiß aber es ist nicht irgendwas negativ ist ja weil die moslems verstehen unsere unseren glauben nicht weil sie den schlüssel zur seele nicht bekommen haben und den bekommst du indem du auf die auf die knie fällst und daran bittest dann bekommst du auch den schlüssel zu deiner seele amen bruder ich lasse ich gerne weiter die brüder hoch und schwester hoch holen dass du dir mal ein bisschen die augen öffnest weil ich hoffe da kommen noch ein paar vernünftige moslems hochrunde diese fekal aus ausdrücke die sie dir in den kopf jedes mal schmeißen die sperrst du ja immer schön fleißig und lachst die aus und das ist eigentlich der beste weg genau ja ich suche gerade mal dieses gebet von von also die alle fahrte diese eröffnende dann kopf das ist ja auch von 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 der orthodoxen kirche von der syrisch orthodoxen kirche ich will euch das mal zeigen ja Warte ganz kurz einen Moment. Oh, danke, Flori. Vielen Dank. 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 Es ist schon interessant, dass das aus dem Aramäischen geklaut worden ist, dieses Al-Fatihah. Und der Ausdruck. 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 Aramä, der Ausdruck. Und der Ausdruck. zurück zu Jesus. Ja, wo ist der Ausdruck. Wo ist der Ausdruck. ist der Ausdruck. Ausdruck. Und der Ausdruck. hat der Ausdruck. hat der Ausdruck. hat der Ausdruck. Und der Ausdruck. Muschelmann. Der Ausdruck. hat der Ausdruck. Ich weiß nicht. hat der Ausdruck. hat der Ausdruck. kommt der Ausdruck. hat 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 der Ausdruck. Gott, danke, danke schön, sage ich. Nimm meine Portion, aber ganz schön heftig. Kamelurin, für euch alle. Kamelurin, gib dir heute. Kamelurin ist das Schönste. Nimm meine Portion, aber ganz schön heftig. Ja, Kamelurin, für euch alle. Kamelurin, gib dir heute. Ich kann nicht. Du bist der Rico. Habe ich eine Chance bei DSDS? Sag jetzt ehrlich. Leute, wenn nicht euer Doktor Chef wäre, dann. Ich muss zu Dieter. Stell dir mal vor, ich ziehe mein Scherchkleid an. Und dann gehe ich dorthin und singe den Kamelurin-Song. Aber das wäre heftig, ne? Ich würde dann die breite Masse, also diese Aufmerksamkeit der Medien nutzen, um dann sofort meine Aufklärungsarbeit zu machen. Das wäre heftig, ne? Und dann würde ich die ganzen Sachen da in RTL reinbrettern. Meine Damen und Herren, setzen Sie sich damit auseinander. Sei, wo kein ist das, das siehst du. Der Islam ist eine Lüge, der Koran ist ein Schwindel. Im Massenmedienfernseher, was meint ihr, was das für eine Detonation auslöst? Boah, das wäre heftig, ne? Ich muss mal gucken, vielleicht können wir da, vielleicht sollte ich das mal wirklich machen, ey. Und dann schreie ich so, nehmt den Herrn Jesus Christus an. Er ist eure einzige Hoffnung auf Vergebung eurer Schuld. Du bekommst den goldenen Knopf. Ja, natürlich, wenn ich, wer denn dann? Und dann denkt ihr, oh, guck mal, da ist Dr. Cheikh Abouamish. Da ist der Doktor, der Doktor. Warte, ich muss mir nochmal Abou Rosinenkopf reinziehen. Ich kann nicht mehr Abou Rosinenkopf, warte mal, warte mal. Das war so herrlich, ne? Das war so herrlich. Wo ist der Jesus, Messia? Meine Lieben. Meine Lieben. Ohne Vokale. Und welcher Koran war ihr, die Koran war er? Der ist der Dings, der. Der ist der. Kamel rein. No, 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 no. Wo ist das denn hin? Wo ist das denn hin? Wo ist das denn hin? Was ist das denn? Ist das gelöscht worden oder was ist das? Kamelurin. Für euch alle. Kamelurin. Ach, Urdban ist auch live. Oh, hier ist das. Das geht in die Geschichte ein, das ist so lächerlich. Da stand der hohe Priester auftrat in die Mitte und fragte Jesus, willst du denn nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich wollen? Er schwieg und gab kein Antwort. Da wandte sich der hohe Priester nochmals an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochlobten? Jesus sagte, ich bin es. Was ich bin es? Ich bin es. Was ich bin es? Er ist es. Und die Welt ist dem Menschen so zu Recht und der Macht. Und mit den Wolken des Himmels kommen sie. Okay, wo hat er gesagt, ich bin der Messias? Hä? Der hohe Priester kommt. Wo hat er gesagt, ich bin, was ihr, mein Lieben? Das ist die Rettung für Islam. Wo hat er gesagt, ich bin, was ihr, mein Lieben? Wo hat er gesagt, ich bin es? Wo hat er gesagt, ich bin es? Was hat er gesagt, ich bin es? Das ist so unangenehm. Guck mal, er lacht. Wie so ein Idiot. Wo hat er gesagt, ich bin Messias? Wo hat er gesagt, ich bin es? Wo hat er gesagt, ich bin es? Bist du der Messias? Der Sohn des Hochlobten. Jesus sagt, ich bin es. Okay, super. Schiedsrichter. Jetzt kommt Taurin. Und zwar, wo Jesus sagt, ich bin der Messias. Boah, wie peinlich. Da hast du nur gefragt, wo sagt Jesus, ich bin ein König. Das ist die Dauerteams von, äh. Komm, komm. Ich kann nicht mehr. Unglaublich. Das kannst du keinem erzählen. Wo sagt Jesus, ich bin Messias? Da spricht er doch mit dem Hohepriester. Der ist nicht mehr in der Lage, zwei Sätze zu lesen, der Typ. Ja, das ist das, wo der eine, ähm, Bruder gerade reingekommen ist, der gesagt hat, ja, ich glaube, der macht das nicht extra, sondern der kann wirklich nicht lesen, nicht verstehen. Also, er ist Legastheniker, Sprachlegastheniker. Kann wirklich sein. Ja, das Muschelmann hat mir wirklich auch schon wieder den Rest gegeben. Das ist so, ey. Ähm, emotional. Was ist denn der Kompatierung? Und ich weiß, dass Mohammed, Resulullah, ich bin Zeuge, es gibt keine Türen, die mit Recht und Wahrheit angeboten werden, außer Allah, ich bin Zeuge, dass Mohammed, sein Diener und Gesandter ist. Du hast eine Liste genommen bei Allah. Allah wird nicht vergessen, was du für ihn gemacht hast. Allah. Was soll das jetzt? Was ist für eine Tüte hier? Ich will schlafen. Halt dein Maul. Knockout. Allah. Allah. Maschallah. Maschallah. Allah. Maschallah. Was ist denn? Was ist denn? Was ist das? Was ist das? Das ist Comedy-Show mit diesen ganzen Dauerteams. Das ist für mich die übelste Comedy. Einer nach einer verrückter wie der andere. Einer verrückter wie der andere. Wisst ihr was? Ich komme mit dem anderen Account mal live. Soll ich mit dem anderen Account mal live gehen? Was meint ihr? Aber dann sind die ganzen Likes weg. 176.000. Ach so, ich habe eine Live-Sichtbarkeit-Einschränkung, ihr Lieben. Ich gucke gerade hier rechts. Guck mal, Live-Sichtbarkeit eingeschränkt. Dein Live ist nicht für Empfehlung qualifiziert. Okay, ich gehe raus. Das bringt nichts. Nein, das bringt nichts. Die Leute sehen das nicht, dass ich überhaupt live bin. Bis gleich, bis gleich. TikTok hält mich gerade auf. Bis gleich. Gott segne euch. Wir sehen uns gleich. So. Dann gehen wir jetzt mal mit dem Account live. Hallo, Bruder Ami. Hallo, Omar. Omar alias Oliver. Olivia. Olivia. Verstoß wegen zu viel Lachen. Ja, mit Dr. Schaech. Aber mir habt ihr immer einen versüßten Abend. Ihr wisst das doch. Ein Sweetie, Sweetie Night. Sender Crime, Bruder. Sender Crime. Hier sind ein paar Insider dabei. Soll ich schon suchen. Den Ami. Superstar. Ja, genau. Den Superschech. Der schönste Abend. Der schönste Abend ist mit dem Herrn Jesus Christus. Ami, mach mal Muscheln, Mann. Bitte. Mach ich gleich. Wartet. Wir müssen erstmal liken, ihr Lieben. Sonst geht das nicht. Alle zusammen. Jetzt. Alle zusammen. Da kommen wir direkt auf die 10.000. Direkt auf die 20.000. Ami, mein Traum, dich bei DSDS zu sehen. Das wäre krass. Ihr würdet komplett umkippen. Ihr würdet sagen, das kann nicht wahr sein. Da sagt der Arm mir das. Und dann ist er auf einmal wirklich da. Ich gehe kaputt. So. Alle würden so umfallen. Kamilurins Song. Der gefällt euch, der Kamilurins Song. Ich wusste es. Kamilurins Song. Kamilurins Song. Kamilurins Song. Na 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 Kamelurin Kamelurin It's so good for me Kamelurin It's so good for you Denkst du jede Frau ist? Denkst du jede Frau? Kamelurin Für euch alle Kamelurin Gebt ihr heute Kamelurin Ist das schönste Mit was für einem Elan? Guck mal Wenn ich nicht Platz 1 werde Hallo? Wer kann am besten rezitieren? Sagt es mir Was soll ich machen, wenn mein Freund Muslim ist und der will überhaupt nicht von Jesus hören? Ja, der muss den erstmal nicht bedrängen Und ich empfehle dir auch, keinen Muslim zu heiraten Ich empfehle dir einen Mann in Christus zu heiraten Damit ihr später keine Probleme bekommt Du siehst ja, wenn das jetzt schon so anfängt mit diesen Sachen Mach das nicht, meine Liebe Mach das bloß nicht Auch wenn es hart ist Aber ich sage dir Lass davon los Jesus Christus ist heiliger und schöner und gerechter als alles andere Als unsere Gefühle Du musst also abwägen Was ist dir wichtiger? Jesus Christus oder dein Freund? Reza singt schöner Natürlich, mein Bruder Der ist einer der heftigsten Hetzi Hetzologen Der hat es richtig drauf Seine Stimme ist schon am Swingen so Wenn er am Singen ist Ist am Swingen, wenn er singen Tut Wo kriege ich zwei rechte Handschuhe? Ich glaube bei Allah Weil er zwei rechte Hände hat Du musst Wie in den 90ern Fitnessvideos mit Islamaufklärung machen Das wäre heftig, ne? Ich glaube Ich glaube nicht mal eine Stunde würde ich überleben Und dann kämen schon die ersten Muslime Die versuchen mich anzugehen Wie kamst du auf das? Keine Ahnung Ami und Reza Komm ich als Muslim in den Himmel? Auf keinen Fall Du lehnst Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland ab Was er für dich am Kreuz getan hat Du hast keine Vergebung deiner Schuld Der Zorn Gottes liegt auf dir Und das lesen wir in Johannes 3, Vers 36, glaube ich ist das, ne? Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn Johannes 3, Vers 36, ne? Wenn der Dr. Sheikh Abu Amir sich hier nicht täuscht Aber ich denke ich habe recht, oder? Ja genau Hier Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben Wer aber dem Sohn nicht glaubt Der wird das Leben nicht sehen Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn Hammer, sehr gut Mein Gehirn ist immer noch am funktionieren Gott sei Dank Ach guck mal Hey Amir, Gottes Segen Segen dich, mein Lieber Sollen wir 100 Matchrunden spielen, oder was? Wollen wir Um Gottes Segen, Mann Ich zeige dir mal was Guck mal, wie die lügen Guck mal, wie sie auf suna.com lügen Ich habe das gerade durch Zufall entdeckt Aber ich kann nicht die Kamera anmachen, ne? Wenn ich im Dings bin Doch, kannst du, glaub ich Musst nur gucken Ja Wo findest du meinen Song? Kamelurin Für euch alle Ich werde neidisch Für auch Kamelurin Natürlich Wer wird denn da nicht neidisch? Das ist heftig Das geht unter die Haut Das ist wie Kuschelrock Kennst du Kuschelrock noch? Von damals Ja Das ist mit unter anderem So ein heftigster Song Das ist wie And it must be in love Und dann kommt Dr. Schech Abu Amir Auch in dieser Reihe So Verstehst du? Kamelurin Für euch alle Der Song meiner Shisha war Ich wäre, wenn du dir aufmachst Ich gebe eine Runde Kamelurin Aber ich sag einfach das Kamelurin Das kann auch von den Gästen sein Kein Problem Ja das ist das Das ist heftig Ja ihr Lieben Nur so hält man das aus Diesen Wahnsinn hier Wenn ich das nicht weglache Dann werde ich wahnsinnig Glaubt es mir Heute war Haben dieses Kanal Eine Debatte Oh Wie die die Christen beleidigt haben Hoch Runter Auf die schlimmste Art Die Arme Das hat mir so weh getan Die Leute Und dann bin ich in den Kommentaren Und dann habe ich geschrieben Weil es ging um Eich Weil es war ein deutscher Konventit Oh haben sie ihn angelogen Es gibt keine Sklaverei im Islam Keine Kinder im Islam Alles gelogen Und dieser Deutsche sagt so So sagt so noch So wie dieser Schertog Wie dieser Kufapur Der benutzt ja nur Shia Quellen Sie haben ihn eingeredet Dass du nur Shia Quellen benutzt Sie sind krank Ich sag es doch Sie sind dämonisch besessen Diese Leute Dämonisch beladen Leute Hamdi und Tauid machen bitter Sie erneuern ihre Religion Indem sie lügen Allein die Tatsache Habe ich doch gesagt Als ich seinen schwarzen Bart gesehen habe Der Typ Der nimmt das nicht mal Seine eigene Religion ernst Hast du gesehen Wie Sheikh Al-Albani aussah Ich zeige dir mein Foto Von Sheikh Al-Albani Der hat einen gelben Bart gehabt Was meinst du warum das so aussieht Weil er die Zunde Seines Propheten ernst nimmt Wahnsinn Der ist mit gelben Bart rum Der Typ Weil er noch was ernst nimmt Es ist so Also dieser Komitee Der hat mir so leid getan Weil er so angelogen wurde Und wahrscheinlich hat man ihn direkt gesagt Hier Amir Der bringt nur Shia Quellen Glaubt ihr nicht Erstmal so Gezeigt Du weißt was das grandios ist Und dann wenn die auf einmal sehen Dass ich nur mit sunnitischen Quellen komme Dann denken die Hä Seit wann hat der denn Wo hat er denn jetzt Shia Quellen benutzt Ja aber das Problem Überprüft der das Überprüft der das Der hat eine Gehirnwäsche bekommen Es gibt ein Hadith In Sahih Muslim 2286 Da ist wo 300 Leute versammelt werden Die den Koran auswendig kann Von Abu Bakr Und die ganze Suchen vergessen Wenn du diesen Hadith bei sona.com suchst Fängt bei sona.com bei 2286a an Also 2286 gibt es dort nicht Sie haben das bei sona.com rausgenommen Gehst du auf hadithcollection.com Findest du 2286 Mit diesen wo die zwei Suchen im Koran vergessen haben Mit aufzuschreiben Ach da ist das verzeichnet Ja 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 ich würde das so gerne zeigen Ich habe das gerade meinen Zuschauern gezeigt Aber wieso kann ich nicht die Kamera anmachen Ja weil wir miteinander hier so Dings Wenn Komm einfach normal rein Ich komme in dein Live Ich zeige dir das ja Okay alles klar Aber denken sie daran Dass ihr langes Rezitieren Ihre Herzen möglicherweise nicht so verhärtet Wie es die Herzen derer vor ihnen waren Wir rezitierten eine Suche Die in der Länge und Schwere der Suche Bara Also die Suche 9 Attauba ähnelte Und ich habe es jedoch vergessen Mit Ausnahme dessen Woran ich mich erinnere Wenn es zwei Täler voller Reichtümer Gebe würde ich Würde sich der Sohn Adams Nach einem dritten Tal sehnen Und nichts würde seinen Magen füllen Der Sohn Adams war nur Staub Und wir rezitierten so eine Sure Die einer der Suren von Musabbehat ähnelte Und ich habe sie vergessen Aber erinnere mich so viel daraus O Leute die glauben Warum sagt ihr das Was ihr nicht praktiziert Und das wird in euren Hälsen Als Zeugen gegen euch aufgezeichnet Und ihr würdet am Tag der Auferstehung Danach gefragt werden Super Die Sure Baraat Aber sie vergessen die Sure Sie hatten noch eine andere Sure Musabihat die ebenfalls vergessen wurde Also wir haben diesen Hadif zwei Suren Die im Koran mal waren Aber sie von den 300 Leuten Die auswendig kannten Vergessen wurden Und diesen Hadif Und diesen Hadif Als Sunat.com entfernt Siehst du das Weil dieser Hadif Zerstört den Islam Weil sie immer sagen Sie kannten den Koran auswendig Bitte Hier sind 300 Leute Die zwei Suren nicht mehr haben Ja aber warte mal Der Mohammed kannte selber Seinen Koran gar nicht auswendig Und musste sich von einem Muslim Abends noch daran erinnern lassen Oh danke Allah Allah möge Gnade an ihn haben Dass er mich an diese und diese Sure erinnert hat An diesen und diesen Vers aus dem Koran Wunderbar Ja wunderbar Ja wie gesagt Du hast es selbst gesehen Wie sie das bei Sunat.com entfernt haben Bei Hadif Collection findest du das noch Und wer weiß wie lange das noch hier ist Heftig Wir haben keine Chance Wie sie löschen Heftig heftig Ich hab das eingegeben Das fängt mit A an Aber komplett an Was war denn das nochmal Was der Rob Christian uns gezeigt hat Mit den satanischen Versen Wo er gesagt hat Der Text ist leer Die Übersetzung Boah ich kenn das nicht mehr Weiß ich nicht mehr Hätte ich das bloß noch gescreenshottet Ich muss den mal wieder fragen Den Rob Christian Er kommt ab und zu in mein Live Einmal hab ich dich eingeladen Da war immer ein Live drin Dann hast du wahrscheinlich Kein das nicht gesehen Aber du kriegst ja bestimmt genug Nachrichten Ja Ich hab gerade eine Monster PDF fertig gemacht Eine Monster PDF Zu Thema Aiche Weil denen das so weh tut Weil die nicht Heute haben die mich gestumpt Bei Tauit und Hamdi Wo sie den Deutschen erklärt haben Dass dies nicht so war Und ich hab nur geschrieben Sie wurde gemästet Und da haben sie mich gleich gestumpt Die so Der Tauit sagt Stumm Urban Stumm Urban Ich hab das gefilmt Der hat gesagt Sie wurde gemästet Als ob ich gelogen hab Das steht ja in den Hadithen Das steht ja in den Hadithen Das steht ja in den Hadithen Vier Hadithen Vier Hadithen Sie möchte wie sie mochte Guck mal Vier Hadithen Aber ich hab hier Mit allem Fatwas Zu diesem Thema Gibt es unzählige Fatwas Das ist alles Aiche Guck mal Das ist Aiche Guck mal hier Das sind 29 Seiten Mit Tafsil Tabari Alles zum Thema Aiche Alles Aiche Ich werde das heute Ins Internet hochladen Und wir haben Eins Zwei Drei Hadithen Wo drin steht Dass sie gemästet wurde Von Sunat.com Drei Stück Drei verschiedene Geschichten Heftig Und sie stummen mich deswegen Sie holen Leute Mit Lügen in ihrer Religion Das tut mir am meisten weh Und dass sie Dass sie halt Heute gesagt haben Dass du Shia Quellen benutzt Das ist der Wahnsinn Das ist ja erlaubt Cheikh Al-Utaymin Sagt Es ist kein Problem Die Nicht-Muslime anzulügen Um sie in den Islam reinzuholen Das ist ja das Kranke Soll ich das zeigen Guck mal hier Was der Cheikh Al-Utaymin sagt Ich überlege das In meinem Buch Zusammen zu fassen Das alles Was ich jetzt Über die Monate habe Weißt du Dass es mit diesen Schenkeldings Auch bei den Sunniten Gibt Ja In allem Absurd Es gibt auch Fatwas Zu dem Thema Habe ich auch schon Den Leuten gezeigt Manchmal Fatwa Fatwa Nummer 60 58 Müsste es sein Aber nicht Schenkelverkehr Sondern du darfst Sie berühren Küssen Und ja Nicht in sie einbringen Weißt du Dass Al-Tabari Sogar geschrieben hat Wann Eiche gestorben ist In welchem Jahr 678 Nach Christus Im Alter von etwa 66 Jahren Das hat Al-Tabari Geschrieben Somit kann man Genau ausrechnen Habe ich auch hier drinnen Wo das Al-Tabari Sagt Nach Christus Im Alter von Etwa 66 Jahren Ist jetzt hier oben Steht schiitische Artikel Das ist nur Was anderes Also zu demselben Thema Was die Schiiten Sagen Aber Man kann dann Genau perfekt ausrechnen Dass sie auch Dass Imam TV Da neue Ausreden Erfunden hat Dass sie nicht Neun Jahre alt war Man hat alles Von ihr Geburtsjahr Und auch Jahr wo sie gestorben ist Ja allein die Tatsache Dass die Archer Zu der Zeit In der Schlacht von Tabuk Immer noch mit Puppen Gespielt hat Da war sie 16 630 Schlacht um Tabuk Du weißt Was dieser Begriff Mufakata Heißt Ich kann das nicht aussprechen Mufakata Weißt du was Weiß ich nicht Keine Ahnung Wir haben eine Fatwa Hier Herausgeber Mit Fatwa Nummer Das ist für Sunniten Der Begriff Guck mal hier Leute Zieht euch das mal bitte da rein Das ist aus Das ist deren Bücher Die sunnitischen Bücher Imam Abu Hamid Al-Ghazali Sagt der Sprechen Ist ein Mittel Um Ziele zu erreichen Wenn ein lobenswertes Ziel Sowohl durch das Sagen Der Wahrheit Als auch durch Lügen Erreicht werden kann Ist es rechtswidrig Es durch Lügen zu erreichen Weil dafür keine Notwendigkeit besteht Wenn es möglich ist Es zu erreichen Um ein solches Ziel Um ein solches Ziel Durch Lügen Aber nicht durch das Sagen Der Wahrheit zu erreichen Ist es zulässig Zu Lügen Wenn das Erreichen Des Ziels zulässig ist Heftig Wenn der Zweck Des Lügens Darin besteht Jemanden zu umgehen Der einen daran hindert Etwas Erlaubtes zu tun Und es ist Pflicht Zu Lügen Wenn das Ziel Obligatorisch ist Leute Der Islam Ist eine krankhafte Sekte Glaubt es mir Das ist keine normale Religion Ihr habt es zu tun Mit dem allerbösesten Mann Das ist Wie gesagt Guck mal Du riskierst dein Leben Dein Leben Hast du dir Aufgabe gewidmet Du hast ja praktisch Dein Leben gewidmet Das merken wir ja alle Und das Wir merken auch Dass das an die Nerven geht Bei dir Aber Trotzdem hast du Leute Sie kommentieren zum Islam Obwohl sie das alles sehen Das gehört dazu Die Ignoranz gehört dazu Du siehst ja Die breite Masse ist doch verloren Das hat du mir mal gezeigt Musnad Ahmad Hier 2, 5, 6 Wo Mohammed ein Baby sieht Ja genau Mohammed sah um Habiba Die Tochter von Abbas Als sie Vater im Alter Des Stillens war Und sagte Wenn sie erwachsen wird Während ich Noch lebe Werde ich sie heiraten Mit welchem Auge Er Babys angeguckt hat Und sie sagten Der war nicht so Was sonst Was sollen wir sonst Zu einem Menschen sagen Guck mal hier Guckt euch das mal bitte an Es ist erlaubt Auf Rasulallah zu schwören Wenn man unter Zwang steht Und das Kalimat Des Kuffer zu rezitieren Aus Angst Eigentum zu verlieren Oder ermordet zu werden Vorausgesetzt Das Herz ist ruhig Also du darfst den Leuten Außer Von außerhalb Darfst du denen schmeicheln Auf Rasulallah sogar Schwören Aber in deinem Herzen Musst du das so verbergen Schaut euch mal an Wie gerissen die Leute sind Was sagt der Herr Ein Ja soll ein Ja sein Und ein Nein soll ein Nein sein Wer mich vor den Menschen Verleugnet Den werde ich vor Meinen himmlischen Vater Verleugnen Heftig Was sagt denn Der Ebenal Reim Zu dem Thema Wahrhaftigkeit ist Die höchste Stufe Wahrhaftigkeit ist Die höchste Stufe Aus ihr gehen Alle unterschiedlichen Stufen derer hervor Die den Weg Zu Gott beschreiben Und daraus erwächst Der aufrichtige Weg Der wenn er nicht Beschritten wird Das Schicksal dieser Person In der Verdammnis ist Dadurch wird der Heuchler Vom Gläubigen Und der Bewohner Des Paradieses Vom Bewohner der Hölle Unterschieden Es ist das Schwert Gottes Es ist das Schwert Gottes Auf seiner Erde Es wird nicht Auf irgendetwas gelegt Oder außer Dass es schneidet Es stellt sich nicht Der Lüge Und erwartet Dass es Sie jagt Und sie besiegt Wer damit kämpft Wird nicht besiegt werden Und wer es spricht Dessen Wort Wird über seinen Gegner Herrschen Es ist die Essenz Aller Taten Und die Quelle Spiritueller Zustände Es ermöglicht Den Menschen Sich mutig Auf gefährliche Situationen Einzulassen Und es ist die Tür Durch die man In die Gegenwart Dessen Eintritt Der Majestät besitzt Es ist das Fundament Des Aufbaus Des Islams Die zentrale Säule Des Gebäudes Der Gewissheit Und die nächste Rangstufe Nach der Stufe Des Prophetentums Eben Al-Raim Al-Jawziah Madaric Al-Assaliki Guck mal hier Wenn sie Warte Wo haben wir Surah 3 Vers 28 Der bezeichnendste Vers Tafsir al-Tabari Wenn sie Muslime Unter der Autorität Der Ungläubigen Stehen Und um sich Selbst fürchten Verhalten sie sich Ihnen gegenüber Loyal mit ihrer Zunge Während sie Innere Feindseligkeit Ihnen gegenüber hegen Heftig Muslime dürfen Niemals mit Ungläubigen So verkehren Es sei denn Sie fürchten sich Vor ihnen Aber in ihren Herzen Müssen sie sie Verfluchen Auf Eben Al-Raim Kannst du dich Immer Kannst du dich Immer verlassen Weil er Nimmt auch Kein Blatt Vor den Mund Weil ich habe auch Ich habe Fatwas Von ihm Fatwa Nummer Hier Fatwa Nummer Könnt ihr mal Screenshot machen Könnt ihr googeln Wo Eben Al-Raim Erlaubt SCX mit Minderjährigen Und Sklavinnen Zu haben Die noch Praktisch Sehr Sehr klein sind Ich hatte gestern In meinem Live Eine Konvertierten Und ich habe gefragt Welche Rechtsschule erfolgt Er sagt Scharfwittische Rechtsschule Und ich habe gesagt Scharfwittische Rechtsschule Ich habe Ich habe Das Ganze gezeigt Mit den Menschen Essen Und das Und dies Du kennst es ja Besser als ich Und er sagte Ja gut Aber du pickst Ja nur Das Schlechte raus Das ist das Kranke Ich habe gesagt Was soll man da noch Auspicken Du will dir Es erlaubt Menschen zu essen Der so Ja unter besonderen Fällen Kann man auch Schweinefleisch essen Also Du kannst dir nicht mehr Helfen Was soll ich denn machen Schaut euch das bitte an Was ich euch so gerade Eben sagen wollte Scheich Al-Uthaymin Scheich Muhammad Al-Sali Al-Uthaymin Möge Allah mit ihm Barmherzig sein Wurde nach der Regelung Befragt Wie man sich Mit den Kuffar Vermischt Und sie freundlich behandelt In der Hoffnung Dass sie Muslime werden Siehst du Wenn also Muslime Euch freundlich behandeln Machen sie es nur Weil sie erhoffen Dass ihr Muslime werdet Ansonsten hassen sie euch Wie die Pest Zweifellos Ist der Muslim Verpflichtet Die Feinde Allahs zu hassen Und sie zu verleugnen Denn dies ist der Weg Der Gesandten Und ihre Anhänger Zitate Al-Mumtahana 60 4 Und Al-Mujaddila 58 22 Auf dieser Grundlage Ist es einem Muslim Nicht gestattet In seinem Herzen Liebe zu den Feinden Allahs zu empfinden Also ihr alle Die Allah und Mohammed Ablehnt Ihr seid die Feinde Allahs In seinem Herzen Liebe zu den Feinden Allahs zu empfinden Die in Wirklichkeit Auch seine Feinde sind Aber wenn ein Muslim Sie mit Freundlichkeit Und Sanftmut behandelt In der Hoffnung Dass sie Muslime werden Und glauben Ist daran nichts auszusetzen Denn es gehört dazu Ihre Herzen für den Islam Zu öffnen Aber wenn er daran verzweifelt Dass sie Muslime werden Dann sollte er sie Entsprechend behandeln Dies wird von den Gelehrten Ausführlich diskutiert Insbesondere Im Buch Akkab Ahl al-Zimma Von Ibn al-Qaim Majmu af fatwa As-Scheikh Ibn al-Uthaymin Dritte Frage Nummer 389 Meine Frage Ja gut Du kannst es Du kannst dein Bestes geben Die Menschen müssen selber aufwachen Ich habe mal eine Frage Gut dass wir mal sprechen Weißt du was Alhamdulillah heißt Was das Hamd in Dulillah bedeutet Also dieses Wort Ja also dieses Ham ist ja Schwein Ehrlich? Nein Ham wird im Englischen Auch als Schwein genannt Ham H-A-M Ham Schwein Ich weiß Ich weiß auch Hamd Hamd wäre interessant Weißt du wer Hamd ist? Der bringt mich zum Lachen Hamd ist Der Mohammed ist Hamd Richtig Also Herr Amir Du bist wahnsinnig Wirklich Hamd ist Mohammed Hamd ne Er wird direkt erwähnen Das ist wahnsinnig So sieht es aus Wer ist hier mit uns? Wer ist hier mit uns? Was du wolle? Der hat gerade in den Kommentaren geschrieben Eure lächerlichen Quellen Wer? Der hier Der gerade oben ist Ja Ja warum redest du denn nicht? Warum hast du dich gestummt? Ja du Du hast reden Der schreibt in den Kommentaren Ja rede bitte Man hört dich nicht Redet der überhaupt? Hört man den? Nein ich höre ihn nicht Nein Ich kann nicht reden Ja ja komm Ich kann nicht reden Muchensohn Kleiner Lümmeldu Ich glaube Gott sei Dank bist du ein Muslim Ich hoffe dass sehr viele Muslime das sehen Wir könnten sein Vater sein Hast du das jemals von einem Christen erlebt Dass die hochgehen und so beleidigen? Nein leider nicht Gott sei Dank nicht Was für leider nicht Gott sei Dank nicht Ja aber daran seht ihr Seht ihr den Geist Gottes Und den Geist des Irrtums? Seht ihr das? Dass diese Menschen Auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind Ihr Lieben Die armen Kinder Ja heftig Die armen Kinder Geist des Urins Schreibt die Dank Gott Geist des Urins Ja das ist Das ist dieser Antichristliche Geist Sie haben ja Sie kennen ja weder den Vater noch den Sohn Deswegen sind sie auch so Weil sie weder den Vater noch den Sohn erkannt haben Aber wenn sie wirklich Wirklich wahrhaftig Letztens habe ich mit einem Ex-Muslim unterhalten Der ist Iraker Hat den Islam verlassen Halb Libanese Halb Irak Er hat Jesus als Gott im Koran gefunden Weil er wirklich aufrichtig gelesen hat Und erkannt hat Welche Macht Oder welche hohe Stellung Jesus hat Als Geist und Wort von Allah Und dann kannst du die Muslime fragen Als das Wort Jesus Als das Wort In Jesus Mensch wurde Im Islam Wo war das Wort davor Ja sage ich doch immer Wenn ihr sagt Dass der Jesus Christus Nur ein Geschöpf ist Und geschaffen wurde Dann müsst ihr aber auch sagen Dass Allahs Wort geschaffen wurde Und wenn Allahs Wort geschaffen ist Kann er nicht Gott sein Denn Gottes Wort ist ewig Und in Surah 6 Vers 115 steht Vollkommen ist das Wort von Allah Niemand vermag Seine Worte zu ändern Wer ist vollkommen Außer Gott Wer ist vollkommen Außer Gott Genau Sein Wort Und wer ist sein Wort Laut Koran Jesus Jesus Amen Jesus ist vollkommen Vollkommen gerecht Und heilig bist du Lamm Gottes Amen 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 Guck mal Wir Christen Wir haben den größten Vorteil Gegenüber alle anderen Religionen Was leider viele Christen nicht sehen Und dann in die Öre gehen Wir sind die einzigen Die behaupten können Dass Gott selber uns In perfekter Form Die Religion gebracht hat Und vorgelebt hat Gott selber Kein fehlerhafter Prophet Kein vom Satan besessener Keiner der Fehler macht Gott selber kam auf die Erde Und hat die Religion Welche Religion kann das von sich behaupten Da sieht es aus Ja Wir haben den größten Vorteil Gegenüber allen anderen Religionen Also gut Wir sind ja keine Religionen In der Hinsicht Aber du weißt Was ich meine Und diesen Vorteil Den wird nirgendwo erwähnt Keiner Und dann gibt es Leute Die verwerfen Jesus Und gehen dann zu einem Heftig ne Ja Okay Wir machen jetzt langsam Schluss Ich kann nicht mehr Ich bin voll am Ende Ehrlich Meine Augen sind voll am Brennen Ich gehe jetzt langsam Hayabubo machen Ich muss morgen wieder raus Ich stream weiter Ich muss noch eine halbe Stunde Daniel kurz sehen Ich muss in meinen Hetzbus wieder rein Mach so eine Ausschrift Hetzmobil Ja dann ist mein Wagen In zwei Sekunden tot Du brauchst noch so einen Titelsong Ja den hab ich ja Kamelurin Für euch alle Kamelurin Gib dir bitte Wie diese Zeichentrickfilme aus den 80ern Da fängt er so an mit Kamel Ja Ja Danke Das ist heftig ja Okay Leute Kommt Dann lass uns Alles gut Gottes Segen Wir auch Gott segne dich und deine Familie Gott segne euch alle Wir beten noch zusammen Ja Herr Jesus Christus Mein Herr und mein Gott Ich preise, lobe und ehre Deinen heiligen Namen Herr Jesus Christus Der über allen Namen steht Und Wir dir von ganzem Herzen Danke sagen wollen Dass du uns benutzt Herr Für Ja All deine Ziele Die du erfüllen möchtest Herr mit uns Wir stellen unsere Leiber zur Verfügung Herr Und benutze uns So wie du möchtest Herr Jesus Christus Und wenn du meinst Dass unsere Zeit abgelaufen ist Dann Akzeptieren wir das Herr Jesus Christus Und dann gehen wir auch in die Ewigkeit Und bitten dich von ganzem Herzen Dass wir Ja In deine In deine Arme genommen werden Herr Jesus Christus Jeder einzelne von uns hier Ich bitte dich auch von ganzem Herzen Dass noch so viele Muslime wie möglich Deine Herrlichkeit erkennen Deine Wahrheit akzeptieren Und dein Werk am Kreuz Für sich in Anspruch nehmen Jeder einzelne Herr Dass sie wirklich erkennen Dass sie Sünder sind Und Vergebung ihrer Schuld brauchen Dass die Gnade Die rettende Botschaft Die dahinter ist Dein wundervolles Evangelium Zu akzeptieren Und zu befolgen Ja Herr Wir beten auch für unsere Geschwister Herr Die Ja jetzt wieder auch Diesen Wahnsinn durchmachen müssen Herr Jesus Christus Dem wir uns gar nicht vorstellen können Was es heißt Dir nachzufolgen Auf Schritt und Tritt Und das in Ländern Wo Ja Der Islam am herrschen ist Und die Muslime Ja durch den Koran Vergiftet wurden Herr Und deine 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 Schafe verfolgen Herr Jesus Christus Und die Ja Zu nacken therapieren Herr Ich bitte dich von ganzem Herzen Dass du das Ja Dass du die Leiden dieser Menschen Deine Christen Linderst Herr Und dass sie In deine Herrlichkeit eingehen Herr Das wünsche ich mir von ganzem Herzen Auch dass die Namen der Menschen die hier drin sind Im Buch des Lebens verzeichnet sind Und gerettet werden Herr Dass sie wahrhaftig von Neuen geboren sind Und Kinder Gottes sind Herr Jesus Christus Lass uns zu denen gehören Die wahrhaftig wiedergeboren sind Herr Jesus Darum bitten wir dich In deinem heiligen Namen Amen 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 meine Wundervolle Amir Danke für deine Arbeit Alle Ehre dem Jesus Christus Ich bin nur ein edelnder Sünder Das sind wir alle Aber trotzdem bist du Sehr wichtig für uns Ach was Viele viele Geschwister Sind noch viel viel wichtiger als ich Glaub mir Leute alle ein Herz für Amir rein Jetzt 3, 2, 1 Alle ein Kamel rein für mich Ich träume davon Ich werde das nie wieder vergessen Jetzt ist es heftig Manchmal abends Auf einmal denke ich mir Kamelurin Da kommt dieser Sonne in meinen Kopf Da träumst du wie du Dann Kamel bist Und dann kommt die Dusche Das ist Wahnsinn Das ist glaube ich Wegen der Frequenz Dieser Tönen Dieses Kamelurin Das kommt ins Gehirn rein Da denkt man sich so Was ist das schon wieder Kamelurin Der Satan hat sich einfach gedacht Wie erniedrige ich diese Menschen Ich lasse der einfach Kamelurin trinken Und der lacht sich kaputt Der lacht sich kaputt Wie sie in seinem Namen Kamel Ein Ausscheidungsprodukt von einem Tier Das ist ja nicht umsonst ein Ausscheidungsprodukt Da muss ich kein Doktor sein Das ist doch Wahnsinn Du kannst doch nicht einfach die Giftstoffe Von irgendeinem Lebewesen trinken Das ist doch Quatsch Der Urin ist ja voll mit Bakterien Und alles mögliche Das ist Geistesgescheidung Und beim Kamel besonders Die ganzen Schadstoffe aus deinem Körper Werden ja durch den Urin So entleert Ja Und gerade beim Kamel Habe ich nochmal ein bisschen gerecherchiert nochmal extra Extra toxisch Weil das irgendwie den Urin Noch ein bisschen länger drinnen behält Beim Kamel Am schlimmsten ist sogar glaube ich Kamel Habe ich jetzt noch nicht so fest gegoogelt Aber ich habe mir ein paar Seiten angeguckt Zu diesem Thema Also man sagt Das ist der schlimmste Urin überhaupt Also der Satan wusste was er macht Der hat jetzt nicht Das ist so krass Das ist komplette Erniedrigung Von einem Menschen So sieht es aus Gut Leute ich gehe raus Amir Dankeschön Okay mein lieber Gott segne dich Ich höre noch mit den Geschwistern Willst du noch mithören? Also bist du schon rausgegangen? Wir hören noch Psalm 27 Das ist schön balsam für die Sehne Psalm 27 Von David Wundervoll Der Herr ist mein Licht Und mein Heil Amen Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem? Der Herr ist meines Lebens Kraft Vor wem sollte mir grauen? Vor wem? Wenn die Übeltäter an mich wollen Um mich zu verschlingen Meine Widersacher und Feinde Sollen sie selber strauchen und fallen Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert So fürchtet sich dennoch mein Herz nicht Wenn sich Krieg wieder mich erhebt So verlasse ich mich auf ihn Eines bitte ich vom Herrn Das hätte ich gerne Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn Und seinen Tempel zu betrachten Wow Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit Auf YouTube Er birgt mich im Schutze seines Zeltes Und erhöht mich auf einen Felsen Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde Die um mich her sind Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt Ich will singen und Lob sagen Ich will singen und Lob sagen dem Herrn Herr höre meine Stimme wenn ich rufe Sei mir gnädig und erhöre mich Mein Herz hält dir vor dein Wort Ihr sollt mein Antlitz suchen Darum suche ich auch Herr Dein Antlitz Verbirg dein Antlitz nicht vor mir Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht Denn du bist meine Hilfe Verlass mich nicht Und tu die Hand nicht von mir ab Gott Mein Heil Denn mein Vater und meine Mutter Verlassen mich Aber der Herr nimmt mich auf Der Herr nimmt mich auf Herr Weise mir deinen Weg Weise mir deinen Weg Und leite mich auf ebener Bahn Srirata Mustarim Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde Denn Guck mal, guck mal Dieser Khalid Der ist schon wieder auf Kamelurintrip Träumer kannst du den nennen Der geträumt hat Ein sechsjähriges Kind Von einem Engel so In seinen Schoß gelegt zu bekommen Viel Spaß Viel Spaß Khalid Ja Den kannst du Träumer nennen Der träumt Ein sechsjähriges Kind zu heiraten Und das Von einem Engel so gebracht zu bekommen Assalamu alaikum Hör mal weiter Psalmen Sabot Es stehen falsche Zeugen Wieder mich auf Und tun mir Unrecht Ohne Scheu Ich glaube aber doch Dass ich sehen werde Die Güte des Herrn Im Lande der Lebendigen Haare des Herrn Haare des Herrn Sei getrost und unverzagt Und Haare des Herrn Danke, Herr Christen Wie wundervoll bist du ja Wie wundervoll Psalm 118 Mein Name ist Elisabeth Ich arbeite für UNHCR Die UN-Refuge-Agentin Was ist das denn? Psalm 118 Psalm 118 Denn er ist freundlich Denn er ist freundlich Und seine Güte Wäret ewiglich Amen Es sage nun Israel Seine Güte Wäret ewiglich Es sage nun das Haus Aaron Seine Güte Wäret ewiglich Es sagen nun die Die den Herrn fürchten Seine Güte Wäret ewiglich In der Angst Rief ich den Herrn an Der Herr erhörte mich Und tröstete mich Der Herr ist mit mir Darum fürchte ich mich nicht Was können mir Menschen tun Der Herr ist mit mir Mir zu helfen Und ich werde herabsehen Auf meine Feinde Es ist gut Auf den Herrn vertrauen Und nicht sich verlassen Auf Menschen Es ist gut Auf den Herrn vertrauen Und nicht sich verlassen Auf Fürsten Ja genau Alle Heiden umgeben mich Aber im Namen des Herrn Will ich sie abwehren Sie umgeben mich von allen Seiten Aber im Namen des Herrn Will ich sie abwehren Sie umgeben mich wie Bienen Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen Aber im Herrn Will ich sie abwehren Man stößt mich Dass ich fallen soll Aber der Herr hilft mir Der Herr ist meine Macht Und mein Psalm Und ist mein Heil Amen Man singt mit Freuden Vom Sieg In den Hütten der Gerechten Die Rechte des Herrn Behält den Sieg Die Rechte des Herrn Ist erhöht Die Rechte des Herrn Behält den Sieg Ich werde nicht sterben Sondern leben Und des Herrn Werke verkündigen Der Herr züchtigt mich schwer Aber er gibt mich dem Tode Nicht preis Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit Dass ich durch sie einziehe Und dem Herrn danke Das ist das Tor des Herrn Die Gerechten werden dort einziehen Ich danke dir Dass du mich erhört hast Und hast mir geholfen Der Stein Den die Bauleute verworfen haben Ist zum Eckstein geworden Jesus Das ist vom Herrn geschehen Und ist ein Wunder vor unseren Augen Dies ist der Tag Den der Herr macht Lasst uns freuen Und fröhlich An ihm sein O Herr Hilf O Herr Lass wohl gelingen Gelobt sei Der da kommt Im Namen des Herrn Wir segnen euch Die ihr vom Hause Des Herrn seid Der Herr ist Gott Der uns erleuchtet Schmückt das Fest Mit Maien Bis an die Hörner des Altars Du bist mein Gott Und ich danke dir Mein Gott Ich will dich preisen Danke dem Herrn Denn er ist freundlich Und seine Güte Währet ewiglich Währet ewiglich Wie ist die Psalmliebe Hammer Es gibt ein einfaches Ritual Das jede Frau Über 35 nutzen kann Trägt Werbung Herr Ich traue auf dich Lass mich nimmermehr zu Schanden werden Errette mich Psalm 73 Diese Musik auch im Hintergrund Gott ist dennoch Israels Trost Für alle Die reines Herzens sind Wow Ich aber wäre fast gestrauchelt Mit meinen Füßen Mein Tritt wäre beinahe Geglitten Denn ich ereiferte mich Über die Ruhe Als ich sah Dass es den Gottlosen So gut ging Denn für sie gibt es keine Qualen Gesund und feist ist ihr Leib Sie sind nicht im Mühsal Wie sonst die Leute Und werden nicht wie andere Menschen geplagt Darum prangen sie in Hoffart Und hüllen sich in Frevel Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst Sie tun was ihnen gefällt Sie achten alles für nichts Und reden böse Sie reden und lästern hoch her Was sie reden Das soll vom Himmel herabgeredet sein Was sie sagen Das soll gelten auf Erden Darum fällt ihnen der Pöbel zu Und läuft ihnen zu In Haufen wie Wasser Sie sprechen Wie sollte Gottes wissen Wie sollte der Höchste etwas merken Danke Siehe das sind die Gottlosen Die sind glücklich in der Welt Und werden reich Soll es denn umsonst sein Dass ich mein Herz reinhielt Und meine Hände in Unschuld wasche Ich bin doch täglich geplagt Und meine Züchtigung Ist alle Morgen da Hätte ich gedacht Ich will reden wie sie Siehe dann hätte ich Das Geschlecht deiner Kinder verleugnet So sang ich nach Ob ich es begreifen könnte Aber es war mir zu schwer Psalm 73 Bis ich ging in das Heiligtum Gottes Und merkte auf ihr Ende Ja Du stellst sie auf schlüpfrigen Grund Und stürzt sie zu Boden Wie werden sie so plötzlich zu Mächte Sie gehen unter Und nehmen ein Ende mit Schrecken Wie ein Traum verschmäht wird Wenn man erwacht So verschmäht du Herr ihr Bild Wenn du dich erhebst Als es mir wehe tat Im Herzen Und mich stach In meinen Nieren Da war ich ein Narr Und wusste nichts Ich war wie ein Tier Vor dir Dennoch bleibe ich stets an dir Denn du hältst mich Bei meiner rechten Hand Du leitest mich Nach deinem Rat Und nimmst mich am Ende Mit Ehren an Wenn ich nur dich habe So frage ich nichts Nach Himmel und Erde Wenn mir gleich Leib Und Seele verschmachtet So bist du doch Gott Alle Zeit Meines Herzens Trost Und mein Teil Wundervoll Wenn das nicht Balsam für die Seele ist Was ist denn Balsam für die Seele Denn siehe Die von dir Weichen Werden umkommen Du bringst um Alle Die dir die Treue brechen Aber das ist meine Freude Dass ich mich zu Gott halte Und meine Zuversicht setze Auf Gott den Herrn Dass ich verkündige All dein Tun Amen Danke So Suche Covid ist mir das Verstörendste, was es überhaupt gibt. Es ist so rein Corona. Ja, und einer meiner Lieblingspsal, müssen wir noch hören. Der ist auch so schön. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel, sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte kenne sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Psalm 103 Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Danke auch. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Halleluja. Lobet den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Vergiss nicht, Seele, was er dir Gutes getan hat. Wir vergessen das sehr oft, was der Herr uns Gutes tut. Wir fokussieren uns nur meistens immer auf das, wenn der Herr uns züchtigt, aber der Herr züchtigt uns aus Liebe. So ist das, wie ein liebender Vater seine Kinder straft, wenn sie Mist gebaut haben. So ist auch der Herr, ein liebender Vater, und bestraft uns, wenn wir Übertretungen hier auf dieser Erde tun. Und auch dann müssen wir ihn danken. Vergiss nicht, Seele, was er dir Gutes getan hat. Schau nicht nur auf die Züchtigungen, und sei böse oder so, nein, freue dich. Danke, Abo Putin. Genau, danke, Jesus. Immer dem Herrn danken, in allem, was wir machen. Amen. So. So, ihr Lieben, ich mache jetzt langsam mal Schluss. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, euch behüten und beschützen. So Gott will, komme ich morgen früh wieder live. Zur morgendlichen Stunde. Ich überlege gerade so, wenn wir in den Himmelreich eintreten, was für ein Gefühl das sein muss, kommt her, ihr Gesegneten, meines Vaters, nehmt Platz am Tisch des Lammes, das Mahl des Lammes, ne. Die Muslime raffen ja gar nicht, was sie da verpassen, ne. Die denken, da oben ist, ähm, Saufgelage, ähm, Hudel Ayn mit Schwellenden, ihr wisst schon, was die aus Gott gemacht haben. Ist für mich unbegreiflich, unbegreiflich, dass sie das aber auch versuchen zu erklären und sagen, ja, was sollen wir denn da oben machen, sollen wir Hafe spielen oder was? Schaut euch diese Low-Class-Level-Moral, Moral und Ethik an. Sollen wir da oben Hafe spielen? Die denken so, da ist so, äh, so Hafe spielen und so Langeweile und sowas. Bei Gott, Langeweile, schaut euch das mal bitte an. Ja, ist doch schön, wenn du uns Frauen versprichst, ja, für solche, äh, äh, Eier, Männer wie euch, ja, natürlich, klar. Schön. Ich wünschte dir, Allah wäre dann auch wenigstens, äh, so fair und ehrlich, würde dann den Frauen, die dort eintreten, 72 Männer geben, mit Palmen, dann würde ich sagen, ey, der Gott ist wenigstens, für beide Parteien hat er gesorgt, aber nicht nur für die eine Partei. Riesenspillende Palmen-Penisse. Stellt euch das mal vor. Ich bin entsetzt. Ja. Das ist schon wieder so, ich kann nicht, das kannst du keinem erzählen, ey. Einfach Palmen-Penisse. Überlegt euch mal, dass Gott euch sowas verspricht, Palmen-Penisse und Jungfernhäutchen zerreißen und so ein Blödsinn. Ja, du sagst das für keiner, aber erzähl mal, die Muslime sprengen sich in die Luft, die Leute des islamischen Staates, um zu den Hudul Ain zu gehen. Wo steht das nochmal mit den Palmen? In Tohfatul Habib, Al-Shar'a Khatib, auf der Seite 352 oder 353. Oder in Al-Bujerimi, Al-Khatib, Band 3, Seite 352. Ich zeig euch das sofort, ohne Moment, das Polverbaut ist. Damit wir das auch haben. Wie willst du dich dann mit aller unterhalten? Ja, es wird schwierig sein, mit deinen Palmen-Penisse. Sehr, sehr schwierig. In Jinnah, 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 in Jinnah können wir fliegen und mit Hudeln ein Vergnügen. Jahannam ist für Verlierer und Jinnah, Jinnah ist für Gewinner. In Jinnah, 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 in Jinnah, Jinnah. In Jinnah, 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 bedeutet auf Persisch, also Wald, Dschungel, Jinnah. In Jinnah, 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 genau, Hopfelsjungel. der dschungel hangar wir werden jedenvestigen Sack im flhasen jengel jengel welche Was der Sven Lauda erfunden hat. Was für ein kaputtes Lied. In Gender, 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 in Gender können wir fliegen und mit Rudel-Ein vergnügen. Was für ein Schrott. Wenn das nicht der größte Schrott ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Hier. Al-Bujerimi, Al-Khatib, Band 4, Seite 78. Genau. Al-Bujerimi, Al-Khatib, Band 4, Seite 78. Und Tuchfatul Habib, Al-Shal al-Khatib, auf der Seite 353, Statisch Recht. Ich zitiere euch nochmal. Imam Al-Khutubi sagte, Im Himmel dürfen Männer mit allen Frauen SEX haben, die ihnen auf der Erde verboten sind, außer mit ihren Müttern und ihren Töchtern. Dadurch werden keine Kinder gezeugt. Somit ist dieser SEX vergleichbar mit ANAL-Verkehr. Und nicht verboten. Nur seine Tochter, seine Töchter und seine Mutter darf einen Mann nicht punktpunkten. Und es wurde berichtet, dass jedem Mann im Himmel ein PINIS gegeben wird, der einer endlos langen Palme gleicht. Und dazu eine Vulva, die ausreichend Platz für seinen solchen PINIS bietet. Und man darf mit zwei Schwestern gleichzeitig schlafen. Ist das nicht der allerletzte Dreckhaufen, was ihr gelesen habt? Ist das nicht der allerletzte Dreckmüll? Und das verkaufen die uns als Gottesreligion? Das kannst du keinem erzählen. Ich wünschte, ich könnte das in RTL Sat.1 überall durchjagen, damit die genau wissen, was Islam ist. Was meinst du, was das für Wellen schlagen würde? Und die andere Quelle sagt genau das gleiche. Im Himmel ist es dem Mann erlaubt, mit allen Frauen SEX zu haben, die ihm auf der Erde verboten sind. Mit Ausnahme der eigenen Mütter und der eigenen Töchter. Und der Mann darf SEX mit zwei Schwestern gleichzeitig haben. Und es besteht keine Schande darin, SEX mit jemandem ANUS zu haben. Und es wurde berichtet, dass jedem von euch im Himmel ein PENIS gegeben sein wird, der einer endlos langen Palme gleicht. Schrottmüll. Schrotthaufen. Ich hatte mit meinem Bruder einmal darüber geredet. Ich hatte mit meinem Bruder einmal darüber geredet. Reza, wenn wir jetzt auf einmal in Allahs Himmelreich sind, Allah unsere Palme, also unser PENIS so dick und so lang macht wie eine Palme, so, dass wir das Ende und der Spitze des PENIS ja gar nicht mehr sehen, dann laufen wir die ganze Zeit so damit rum. Und dann stellen wir vor, wir sind in unserem Haus. In diesem Haus, was wir bekommen im Himmelreich. Und dann wollen wir hin und her, dann wedeln, wir machen ja alles kaputt. Und dann ist ja unsere Palme, ragt aus dem Fenster raus. Und dann müssen wir das irgendwie wieder zurück. Wie machen wir das denn? Das kannst du keinem erzählen. Das ist einfach Star Wars. Dann komme ich langsam so. Das ist der Team. Dann mit deinem riesen Palmen-Ding so. Jetzt kann ich auch. Und dann diese Geräusche oder so. Oh mein Gott, jetzt ist es schon wieder viel zu spät, ey. Ich wollte eigentlich schon links schlafen gehen. Ich habe mich schon wieder bekloppt gemacht, ey. Mann. Wie viel soll ich denn noch lachen? Sag mal, Quelle bitte nochmal. Al-Bujayrmi, Al-Khatib, Band 4, Seite 78. Und Tuchfatul Habib, Al-Shalil-Khatib, auf der Seite 353. Pimmelfechten im Paradies, ja, unglaublich. Ja, stimmt. Kennt ihr noch diese Fechten? Da kannst du ja mit deinem Kollegen... Was sollen wir dazu noch sagen? Das kann einem nur noch leid tun. Ehrlich, ohne Spaß. Seid froh, dass ihr euch für den Herrn Jesus Christus entschieden habt. Einige Muslime werden niemals aus dem Islam rauskommen. Du kannst ihnen sogar zeigen, dass... Einige Muslime bleiben für immer da drin, für immer. Aber die Schlauen unter ihnen, die stellen diese Religion sofort in Frage und sagen, das ist ja der allerletzte Lügen-Satans-Kult. Ich werde euch das gleich in die WhatsApp-Gruppe reinposten, okay? Für alle diejenigen, die mit mir auf WhatsApp verbunden sind, werde ich das gleich in diesen WhatsApp-Kanal reintun. Da habt ihr das direkt schwarz auf weiß, da könnt ihr das immer benutzen, okay? Weil, so wie ich das ausspreche, könnt ihr das niemals niederschreiben. Deswegen werde ich euch das da reinkopieren, okay? My wonderful sisters, brothers and sisters, In Christ, My beloved ones. Ja, wir müssen einander helfen, gegenseitig. Wir bilden ja den Leib Christi und jeder hat seine Funktion. Ich versuche so gut es geht hier, diese Aufklärungsarbeit euch auch mitzugeben, sodass ihr auch immer gewappnet seid. Und dieses WhatsApp ist ja eine sehr gute Sache. Da habt ihr das ja immer direkt parat und dann könnt ihr es sofort aufschlagen. Ich werde noch so viele Sachen wie möglich da reinposten, dass ihr euch immer so die wichtigsten Sachen, also alles ist eigentlich wichtig, was ich da reinposte, aber so, dass ihr euch das immer so mitnimmt oder selber so einige Sachen erstellt. Dass ihr das immer benutzen könnt. Dass Allah so ein Rassist ist, dass er auf Mohammed schwört und diese ganzen Sachen. Ist Anabolika Haram? Ja, natürlich ist das Haram. Du bist ein vorderster Freund. Ja, betet für mich, ihr Lieben. Das ist das. Ich brauche sehr, sehr viel Gebete, aber ich denke, ja, ihr betet sehr, sehr viel für mich. Deswegen bin ich überhaupt noch hier auf dieser Erde. Ah, wir singen das Lied Jenner. Ne, für heute reicht es. Komm, Leute, morgen mache ich wieder für euch Jenner-Song. Kein Problem, aber heute reicht es jetzt. Heute habe ich euch schon genug zum Lachen gebracht. Heute habe ich euch wieder das Rückgrat wieder rausgeholt. Für heute reicht Rückgrat rausholen, Leute. Komm, hört auf jetzt. Seid jetzt Liebe-Hetzis und geht jetzt mal schön Hayabubu machen, so wie euer Dr. Schechrosch das jetzt sagt. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische wieder und dann machen wir wieder, gucken wir, was wieder los ist. Jeder Tag ist ein besonderer Tag, weil ihr aufstehen dürft und den Herrn Jesus Christus preisen dürft. Preis sei ihm, dem ewigen Sohn Gottes. Amen. Ein Tag mehr, um den Herrn Jesus Christus zu preisen. Nicht nur, dass wir live kommen, nein, dass wir unsere Augen aufmachen dürfen und sagen, Dankeschön, Herr Jesus, dass ich wach geworden bin. Danke, dass ich aus Gnade leben darf, Herr Jesus Christus. Einen Tag mehr, dich zu preisen, dich zu loben und dich zu ehren, mein Herr und mein Gott. Nicht nur, dass ich live komme oder auf TikTok rum, alba, nein. Das Wichtigste, Herr Jesus Christus, sobald ihr eure Augen aufmacht, danke, Herr Jesus, dass ich wach geworden bin. Ich preise deinen heiligen Namen, segne meinen Tag, den ich heute vollbringe, Herr, mit dir. Sei du an meiner Seite und lasse mich nicht im Stich. Amen. So muss der Tag beginnen, oder? Wie seht ihr? Amen. Sehr gut. Zum Abschluss nochmal Star Wars. Das kann nicht wahr sein. Nein, jetzt hören wir auf mit Star Wars und so. Das reicht jetzt. Wir preisen jetzt den Herrn. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeiten. Sein Name steht über allen Namen und unsere Knie werden sich vor dem Herrn Jesus Christus beugen, ob wir wollen oder nicht. Die einen beugen ihre Knie zum Gericht und die anderen beugen ihre Knie aus Gnade und Errettung. Amen. Werde vegan. Ich zeige dir mal, was du jetzt wirst. Ein Kandidat, der ein Stummschaltpaket bekommt. Ja. Naja, okay. Dann beenden wir jetzt den Livestream, ihr Lieben. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Möge der Jesus Christus euch segnen, einbühten und beschützen und sein Angesicht auf euch leuchten lassen und immer an eurer Seite wachen. Denn ihr wisst ja, der, der euch beschützt, der schläft nicht. Amen. Psalm 91. Lies das noch, bevor ihr schlafen geht. Oder wisst ihr was? Komm, wir hören uns noch Psalm 91 an. Und dann gehen wir schlafen. Ich will das bis morgen alles noch. Diese Werbung geht mir so oft in... Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinem Leben, dass sie dich auf den Händen tragen, und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Amen. Wundervoll. Okay, ihr Lieben. Ich denke, das reicht für die Stärkung für heute und morgen dann. Gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft gut. Gott segne euch. Möge der Herr euch in eurem Traum sogar begegnen und euch einen wunderschönen Traum geben. Wenn ihr einen wundervollen Traum habt mit dem Herrn Jesus Christus, dann kommt morgen rein und erzählt mir den. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Love you all. Macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön. Danke, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Ciao. Ciao.